Genau, mit Adventure zusammen und direkt vorab, das ist jetzt keine Werbung, sondern hier drin ist es echt kalt, aber ist halt bei dem Wetter so und wir grillen und bei euch wird es draußen wahrscheinlich auch kalt sein, aber ich hoffe, das Zubereiten könnt ihr entweder drin machen oder ihr seid dick angezogen, aber ein dicker Winterjacke wollten wir jetzt hier nicht stehen. Da, wo gegrillt wird, ist es halt kalt. Aktuell zu der Jahreszeit, sonst eigentlich nicht so. Wobei den ersten Gang kann man ja auch in der Küche machen, es ist ja alles roh. Den ersten Gang können wir in der Küche machen. Es ist schön, dass ihr hier seid, wir sind natürlich nicht beide alleine jetzt hier, sondern wir haben ein tolles Team hinter der Kamera und die auch da sein werden für eure Fragen im Chat. Genau, ganz wichtig. Also Fragen stellen die ganze Zeit, dass wir hier einfach nett miteinander plaudern können. Ich habe mir das einfach so vorgestellt, als würden wir gemeinsam hier grillen. Ich sehe euch zwar leider nicht, sondern ich spreche dann so eine Kamera, aber ihr seht zumindest uns und lasst uns einfach einen schönen gemeinsamen Abend haben und was richtig leckeres essen. Denn bei dieser Foodbox geht es ja darum, dass wir wirklich gemeinsam jetzt auch mal genau das schmecken können, was wir normalerweise immer vor der Kamera machen und ihr dann zu Hause versucht zu reproduzieren. Und mein Anliegen ist es immer, dass das nachher genauso schmeckt für euch. Deswegen immer diese strukturierten Videos, wo ich möglichst versuche, alles detailgenau zu erklären. Aber trotzdem wird das natürlich zu Hause nie eins zu eins so, wie man das jetzt hier selber erlebt hat. Und diese Foodbox ist so ein Versuch in die Richtung, dass wir wirklich genau das Gleiche probieren können. Das war ja auch genau die Idee, wo ich dich vor, wann war das, Monaten schon mal gefragt habe, glaubst du, dass die Zuschauer wirklich jedes Rezept so 100% genau nachkochen? Und wenn ja, du hast ja immer saisonale Schwankungen in den Lebensmitteln. Du kaufst mal hier was, du kaufst mal da was. Aber genau mit allen Leuten jetzt deutschlandweit den gleichen Geschmack zu haben, finde ich unfassbar cool. Also mich begeistert dieser Gedanke wahnsinnig. Ich bin auch gespannt vor allem, wie es jetzt ankommt. Es sind ja einige Boxen da draußen und die Leute werden jetzt mitgrillen. Und deswegen werden wir auch am Ende des Videos auf jeden Fall eine Abstimmung machen, ob wir sagen, wir machen das nochmal oder was wir vielleicht auch anders machen sollten. Könnt ihr auch die ganze Zeit in den Chat schreiben. Madita sitzt dort vorne und wird die ganzen Fragen aus dem Chat filtern bzw. uns dann mitteilen, wenn da was Interessantes ist. Gibt es schon irgendwas Relevantes, was du uns fragen könntest, Madi? Madi ist noch überfordert. Entweder kommt viel zu viel rein oder gar nichts. Oder sie hört mich gar nicht. Sie hat Kopfhörer auf, sie hört mich gar nicht. Siehst du mal. Kurz zum Ablauf. Wir haben es jetzt, Viertel vor sechs ist es jetzt. Genau, richtig. Wir starten ja nachher mit dem Tartar. Das heißt, ihr braucht noch keine Pfanne oder keinen Grill. Wir werden ungefähr in, was denkst du, einer halben Stunde dann bei dem Kalbgang sein. Das heißt, wenn ihr einen Kohlegrill habt, so eine halbe Stunde vorher. Ja, ich würde auch sagen, wir müssten so langsam mal beim Kohlegrill anfangen, mit dem Anzündkamin so ein bisschen. Oder im Keramikgrill mal so langsam anfangen, den vorzuheizen. Genau. Und für die Gasgriller vielleicht in zehn bis 15 Minuten. Ja, genau. Genau. Aber der Grill sollte auch ordentlich heiß sein. Also auch der muss gleich vorgeheizt werden. Aber das seht ihr dann live. Wir haben ja auch einen Gasgriller. Ja, also falls wir uns verplaudern sollten. Wir haben jetzt gesagt, okay, in zehn, 15 Minuten müssen die Gasgrills vorheizen und wir vergessen das. Genau. Dann schreibt das in den Chat rein und dann wird mal Dieter uns ankacken dafür. Dann kriegen wir das hin. Sehr cool. Okay. Das war ja auch tatsächlich vor, wann war das? Zwei, drei, vier Monaten ungefähr, wo ich gesagt habe, hey, komm, mit der Kochbox. Ich finde, ich habe hier, Leute, sorry, aber ich habe alle hier so zugequatscht vorhin hier am Set, wo ich gesagt habe, bin ich der Einzige, der das so cool findet? Live in ganz Deutschland mit allen zu sein und alle essen das Gleiche. Ich finde den Gedanken einfach cool. Die Idee ist so ein kleines Corona-Phänomen ja gewesen mit diesen Kochboxen. Und diese Idee mit den Kochboxen hat sich tatsächlich in Amerika etabliert. Da gibt es Shops, die haben sich total darauf spezialisiert, diese Boxen zu machen mit TV-Köchen, mit sehr berühmten Köchen, auch mit Sterneköchen und auch mit berühmten Bloggern. Weil genau, was du vorhin schon mal sagtest, diese Idee so cool ist, dass irgendwie solche Zutaten drin sind, die wir ja für auch vorbereitet haben, genauso wie die Tartamarinade jetzt hier. Das ist etwas, das ist ein gutes Beispiel. Das kann ja drastisch unterschiedlich schmecken, je nachdem, wie du das abstimmst und abschmeckst und so. Und wenn wir jetzt sagen, boah, total cool, eine Spur zu viel Senf, eine Spur zu wenig Salz, all diese Dinge, wir werden alle das Gleiche schmecken. Ich finde es unfassbar cool. Und ich würde mich halt freuen, haben wir ja auch drüber geschnackt schon, ich würde mich riesig drüber freuen, wenn dieser Trend mit diesen Boxen und Live gemeinsam tolle Abende zu haben, wenn das auch ein Trend werden würde in Deutschland. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja. Also ich glaube, in die Richtung könnten wir was machen und vielleicht regelmäßiger was machen. Hast du was für uns? Auf wie viel Grad wird der Grillspieler vorbereitet? Auf wie viel Grad? Genau, ich würde, wenn ihr einen Kohlegrill habt, ihr kennt euch mit eurem Kohlegrill ja am besten aus, wir wollen das Fleisch erstmal vorwärts grillen, das heißt richtig schön scharf angrillen, dass wir richtig Röstaromen haben. Und dann solltet ihr euch auf dem Kohlegrill vielleicht auch eine indirekte Stelle nochmal schaffen. Ja, vielleicht eine Deflektorplatte reinlegen, wenn ihr einen Keramikgrill habt und dann dafür sorgen, dass wir einmal richtig hohe Hitze kriegen, also alles, was der Grill hergibt und dann auf der anderen Seite einmal so 120 Grad indirekte Temperatur, beziehungsweise wie ihr es eben mit dem Kohlegrill dann hinbekommt. Und auf dem Gasgrill werden wir, ich würde sagen, wir drehen alle Brenner auf, aber wenn du magst, können wir auch nur zwei machen. Oder wenn ihr nur einen Dreibrenner habt, dreht ihr erstmal nur zwei Brenner auf, die volle Pulle, dass wir das Steak da drauf angrillen können und dann auf die andere Seite. Oder wenn wir alle vorher aufgedreht haben, würde ich drei wieder ausdrehen und das Steak möglichst weit weg von der Hitze legen. Ich würde es genau anders machen. Genau anders. Wunderbar. Würdest du es andersrum machen? Nein, genauso. Ich würde es genauso machen. Ja, wir können auch rückwärts grillen, also mir ist das egal. Wir haben viele Möglichkeiten, aber ich würde es auch machen. Es gibt viele Wege, die da rumfällen kommen. Genau, richtig, vor allem bei Steaks. Genau, wenn ihr natürlich eine Pfanne habt, weil es geht jetzt um das Kalb-Rumsteak, das ist ja auch erstes kleinere Steak. Wenn ihr das in der Pfanne habt, ich würde es einfach flippen, bis es fast fertig ist. Kann man auch machen. Also Pfanne auch super Uhrhilfe. Pfanne, Planscher, Gusseisenpfanne oder normale Stahlpfanne, was man eben da hat. Ja. Okay, gut, aber eine wichtige Frage, auf jeden Fall eine wichtige Frage. Wie viel Uhr haben wir? Wir bräuchten so eine Uhr hier, damit wir vielleicht so 18 Uhr starten mit dem Tatar. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon alle Leute da haben, die auch mitmachen wollen. Wir werden euch auch zwischendurch mal fragen, wenn wir nachher diese Gänge gemacht haben und wir essen dann zusammen. Auch wir, keine Sorge, wir rattern jetzt nicht hier bam, 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 drei Gänge durch. Auch wir werden essen. Nicht, ich habe Hunger. Okay, wir werden gleich starten, aber wir warten natürlich, gucken, dass wirklich auch alle dann hier im Stream sind. Und auch wir werden diese Gänge natürlich essen. Das Team wird essen und wir werden auch Pausen machen zum Essen. Und wenn wir dann in den nächsten Gang wieder starten, werden wir auch mal so ein bisschen euch fragen, okay, seid ihr ready oder nicht? Wir können natürlich nicht jetzt hier auf hunderte Leute warten. Ich glaube, man macht das immer bei so Livestreams irgendwie mit eins in den Chat und sowas. Also wenn wir eine Frage beantwortet haben wollen, die Leute sagen, ja, dann müssen wir irgendwie eine Eins in den Chat tippen. Das habe ich immer so mitbekommen. Also wir können ja mal für die Leute, die mitmachen wollen, die Bock drauf haben, seid ihr ready, dass wir Tatar machen können. Also Grillen braucht ihr nicht vorbereitet haben, aber einfach die Zutaten fürs Tatar. Sollen wir damit direkt starten, dann schreibt jetzt mal eine Eins in den Chat und dann gucken wir mal, ob wir da ein paar Einsen vorfinden. Ich gehe mal davon aus, werden nicht alle im Chat aktiv sein, aber wenn wir vielleicht so fünf bis zehn Rückmeldungen im Chat allein schon kriegen, dann haben wir schon mal einen Überblick. Man braucht ja den YouTube-Account, damit man im Chat schreiben kann, oder? Ja, und man muss sogar Abonnent sein. Ich habe es extra so eingestellt, dass nur Abonnenten Kommentare schreiben dürfen. Das heißt, jeder, der was schreiben will, muss jetzt abonnieren. Tut mir leid. Okay, es kommen sogar schon. Okay, okay, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Es kommen Einsen in den Chat. Wunderbar, sehr schön. Also ihr seid wirklich am Start. Das freut mich. Ja, Tatar. Sollen wir mit dem Fleisch starten, dass wir das einmal klein fein würfeln? Genau, wir haben bewusst den ersten Gang einfach gehalten, weil es ist ja oft so. Willst du auch Fleisch schnibbeln, oder soll ich das übernehmen? Du kannst ruhig Gas geben. Dann mache ich das gerne. Ich mache das Steak und du riecht es nachher an. Wir haben den ersten Gang ja bewusst relativ easy konzipiert, damit man schnell auch starten kann, weil wenn man so anfängt zu kochen oder zu grillen, finde ich, du brauchst immer so einen Kick-Off. Du hast das gerade auch gesagt, das ist bei unseren Grillseminaren auch immer so. Wir haben jetzt mittlerweile so, seit wir das zusammen machen oder seit ich das damit übernommen habe mit den Grillseminaren, dass wir, wenn es jetzt ein aufwendigeres Seminar ist, wo der erste Gang halt wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde oder 75 Minuten teilweise dauert, dass wir direkt von Anfang an so selbstgemachtes Brot und Dips und so weiter schon servieren, weil die Leute natürlich alle total hungrig dahin kommen. Und wenn du dann halt sagst, okay, wir grillen jetzt was total Geiles, aber das braucht noch über eine Stunde, dann sitzen die Leute da mit hungrigem Magen, sind die ganze Zeit am Vorbereiten und wollen am liebsten schon was essen. Ja, meine ich ja selber auch nicht anders, ne? Ja, genau. Wo hast du diesen Gruß aus der Küche? Genau, richtig. Ja. Ja, machst du die Beilagen, ja? Ja, ich mache die Tüte auf und dann bin ich fertig. Sehr gut, sehr gut. An dieser Stelle auch nochmal, wo du gerade sagst, wenn wir mal so ein Küchentuch geben, mit den Seminaren bei euch. Ich hätte auch einfach das Tuch überreichen können. Ja, passt schon. Mit den Seminaren bei euch, auch bei uns, machen wir ja die Seminare. Geh ruhig weiter, ich gehe rumherum. Wir machen das so. Perfekt. Dann haben wir es in der Mitte. Ja, guck mal, das ist der erste Livestream. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, die fallen dann erst so beim Livestream auf. Ja, normalerweise, das ist ja eigentlich unsere YouTube-Ecke, wo wir die, wo wir unsere YouTube-Dinge machen und ich bin ja eigentlich alleine hier, aber muss ich mich erst mal einfinden. Also Fleisch trocke ich immer oder tupfe ich immer so ein bisschen trocken und mehr brauchen wir erst mal gleich nicht machen, dann reden wir gleich über das Würfeln, aber bringen erst mal deinen Satz zu Ende. Ja, also was ich nur sagen wollte, ist mit den, du sagst das mit den Seminaren bei euch. Wir sind ja auch wieder letztes Jahr nach Corona mit den Seminaren, nach Corona mit den Seminaren gestartet, die unser Daniel bei uns macht, der bei uns Eventmanager ist und auch die Kochbox hier entwickelt hat und das alles abgestimmt hat, natürlich auch, was heißt entwickelt, er hat so die Feder geführt mit dir und mir zusammen, weil diese Kochbox basiert ja auf unseren Ideen, was wir beide lecker finden, was wir beide cool finden und wahrscheinlich, weil wir beide so ein paar Gedanken in die Schale geworfen haben, sind auch alle drei Gänge irgendwie mit Fleisch. Ja, mit Steak auch. Mit Steak, genau, und kein Dessert. Ja, es waren ja so ein paar Steaks auch, die ich mir gewünscht habe. Ich habe ja bei einem Steak wirklich, was heute mit dabei ist, gesagt, das muss unbedingt mit dabei sein, weil ich will, dass die Leute das zu Hause auch so mal probieren, wie dieses Steak ist. Ganz viele haben sich schon einige von den Sachen gekauft, nachdem ich die so in Videos mal getestet habe und gesagt habe, wie ich die geschmacklich empfinde. Vielleicht aber der ein oder andere, der diese Box gekauft hat, noch nicht und kann das jetzt gleich dann direkt mal mitempfinden. Wie fein magst du denn deinen Tatar? Willst du noch so ein bisschen Biss mit dabei haben? Ja, ich finde es cool, weil oft ist es so, wenn du Tatar kaufst, dann wird es durch den Wolf gelassen. Ja, genau, dann hast du eher Hackfleisch. Genau. Und Tatar ist eigentlich kein Hackfleisch. Genau. Genau. Trotzdem würde ich immer empfehlen beim Filet, wir haben jetzt hier Filet Steaks, das bedeutet, wir haben jetzt hier den Faserverlauf in diese Richtung und ich würde jetzt beim ersten Schnitt, wenn ihr ein sehr scharfes Messer habt, wenn ihr kein so scharfes Messer habt, aufpassen, weil man kann abrutschen mit einem sehr scharfen Messer, aber gegen die Faser jetzt nochmal erstmal hier runterzuschneiden, dass wir hier so eine schöne Tranche haben und erstmal das Filet schön in Scheiben schneiden und diese Scheiben dann klein fein würfeln. Können wir ein Close-Up machen oder bist du mit der Kamera drauf? Ja, perfekt. Guck mal, dann sieht man das hier. Ihr seid jetzt auf der Close-Up-Kamera, ne? Okay, cool. Ich dachte halt, ob da irgendwelche Lichter leuchten, dass du das wirst. Jetzt sieht man auch hier, wie das Filet schön auseinander driftet und das können wir dann gleich fein würfeln. Wie dick ihr das schneidet, euer Belieben. It's up to you. Also wirklich, wo man sagt, okay, entweder ich möchte es möglichst fein oder eben nicht so fein. Wir haben jetzt hier noch so ein kleines Stück von einer Sehne. Das ist jetzt kein perfektes Messer, um eine Sehne zu parieren, aber die würde ich einmal runternehmen, weil die stört nachher nur Mundgefühl. Sehne, wobei es ist nicht wirklich eine Sehne. Es wird immer Sehne genannt. Es ist Fett noch. Dieses Fett vom Filet ist ein sehr leckeres Fett, wie ich finde, aber es gehört nicht in ein Tartar. Also da sollte man das Fett schon wegparieren. Ein klassisches Tartar ist ohne Fett. Ja, hier hast du tatsächlich auch nur Fett. Aber du hast ja am Filet auch diese eine große Sehne dran. Und da dachte ich jetzt, das wäre die noch. Aber hier ist tatsächlich jetzt Fett. Das geht so in Richtung hier, Richtung Filet-Kopf. Deswegen ist das hier noch mit drin. Ja, wo wir gerade sagten, mit dem Fleisch für ein Tartar aus einem Fleischwolf, finde ich sehr blöd, weil ein Tartar aus einem Fleischwolf kann schnell wässrig werden. Es kommt darauf an, was für einen Fleischwolf man hat. Die Fleischwölfe, die wir zum Beispiel für unser Hackfleisch benutzen, für die Burger Paddy-Produktion oder die Dry-Aged Hackfleischproduktion. Das sind Fleischwölfe, die haben Schneidwerke drin. Mehrere tatsächlich, die in mehreren Schritten das Hackfleisch kleiner schneiden. Scharf wie Rasierklingen. Und durch dieses wirkliche Schneiden. Dann wird es nicht so gedrückt und gequetscht. Genau, weil ein Fleischwolf ist oft einfach nur eine Förderschnecke. Und am Ende ist so diese Lochscheibe, wo es durchgequetscht wird. Und du komprimierst das Fleisch. Es wird durch die Lochscheibe gedrückt und expandiert, wenn es wieder rauskommt. Es wird zerfetzt, es wird nicht sauber geschnitten. Und du quetscht das Wasser aus den Muskelzellen durch den enormen Druck. Und deswegen ist ein Tartar aus einem Fleischwolf, besonders wenn es ein schlechter Fleischwolf ist, katastrophal. Und am besten ist es, wenn wir es gerade selber frisch schneiden. Ja. So, genau. Ich habe es jetzt in Streifen geschnitten. Und diese Streifen, die werden wir jetzt nochmal schön fein hacken. So fein, wie wir das eben wollen. Ja, auch da ist so ein Schritt, wo man sich die Zeit nehmen sollte, das Messer den Schnitt machen zu lassen. Ja. Hoffe ich, habt ihr auch alle ein scharfes Messer zu Hause. Man kann auch Tartar tatsächlich schrappen. Hast du das schon mal gemacht? Nee, willst du es zeigen? Jetzt ist zu spät. Wenn du so ein ganzes Filet hast, sind wir in der Totalen oder im Knoßart? Da sind wir wahrscheinlich in der Totalen. Okay. Und da sind wir im Close-Up. Wenn ihr so ein ganzes Filet habt, das ist ja so ein langes Ding, dann kann man das, es eignet sich das dann anzufrosten, um es ein bisschen steifer zu machen. Und dann kannst du mit dem Messer tatsächlich, ich tue jetzt mal so, als wenn mein Arm oder die Hand das Filet ist, und du kannst dann mit dem Messer das so runterschrappen. Wie so Schabefleisch, ja? Ja, genau. So ein geschrapptes, ich kenne es als geschrapptes. Okay, ich hätte jetzt Schabefleisch, hätte ich dazu jetzt gesagt, ja. Eine Frage. Ja. Was hat es eigentlich mit dem Red Heifer auf sich? Scheint ja keine Rinderrasse zu sein. Coole Frage. Was hat es mit dem Red Heifer auf sich? Scheint keine Rinderrasse zu sein. Nein, es ist eine Golden Cross Züchterung. Wir hatten früher, ganz am Anfang vor vielen, vielen Jahren, reinrassig Limousin. Weil Limousin ist ja eine französische Rasse, die eine richtig schöne, feine Faser hat. Und was natürlich toll ist für Fleisch, Steakqualität. Aber nicht so gut marmoriert. Nicht so gut marmoriert, ja. Genau. Besser marmoriert sind die schottischen Rassen, Angus, Hereford vor allen Dingen. Und so ist eine Golden Cross Züchterung entstanden. Und vor allen Dingen auch der Gedanke geboren worden zu Golden Cross. Was zum Beispiel ist US-Beef? Viele denken, US-Beef ist so eine Rasse oder was. Weil das ist US-Beef. Wir wollen jetzt nicht über US-Beef reden. Das ist so ein verschiedene Grade und sowas eingeteilt. Aber in Deutschland ist Reihenrassigkeit von alten Rassen immer wieder ein Thema. Wobei man sagen muss, dieses markenorientierte, reinrassige Denken ist bei dem modernen Fleischmarkt nicht so sinnvoll. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Und deswegen sind wir angefangen, da schottische Rassen mit einzukreuzen. Weil die Schotten, die haben Marmorierung mitgebracht. Und das Limousin hat halt diese feine Fleischfaser mitgebracht. Und so ist dieses Golden Cross entstanden. Golden Cross Züchterung muss man sagen. Das goldene Kreuz, also was bei Springpferden oder in der Pferdezucht gang und gäbe ist. Dass man das eine Pferd nimmt mit den Eigenschaften, das andere mit denen. Und ich will beides in einer Nachzucht kombinieren. Und das ist das Red Heifer. Und der Gedanke zum Red Heifer mittlerweile, also das Red Heifer ist jetzt ja auch fast schon zehn Jahre alt, ist das ein, hat sich einen, muss man schon sagen, guten Ruf aufgebaut in Deutschland. Bei ausgesuchten Steakhäusern, bei vielen Vloggern, die viel mit Fleisch arbeiten und auch bei unseren Fachhändlern. Ja, aber mit dem, was du sagst, mit Marke ist auch ziemlich relevant, weil du sagst, es hat sich einen guten Ruf aufgebaut. Aber das ist genau das, was ja mit Fleisch schon mal passiert. Weil die Leute immer sagen, ah, guck mal, da kriege ich Engels total günstig oder da kriege ich Veggio total günstig. Oder Leute kommen auch und sagen, ja, ich habe schon mal Veggio gegessen, hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt und so. Und das Problem ist, dass wir eben da eben sagen, okay, ich esse Veggio oder ich esse Engels. Und das ist halt einfach qualitativ nicht immer dasselbe. Ich habe einmal ein Sashi-Beef probiert. Das ist ja vor einigen Jahren zweimal hintereinander wirklich so Steak des Jahres geworden, das beste Steak der Welt. Und ist auch in Teilen wirklich phänomenal vom Geschmackserlebnis. Aber viele, die sich danach Sashi-Beef irgendwo gekauft haben, haben das probiert und haben gesagt, ja gut, so besonders war es jetzt nicht. Und ich habe auch dann an verschiedenen Quellen immer mal wieder Sashi-Beef geholt. Und es war nicht immer so gut, wie ich es halt ein, zwei Male gegessen habe. Und deswegen ist es immer schwierig zu sagen, ja, ich hole mir dieses oder jenes Steak, ja, wegen dem Namen. Sondern man muss wirklich gucken, wen habe ich, der quasi mein Metzger des Vertrauens ist. Man braucht den Metzger des Vertrauens. Absolut. Wir haben noch eine Frage. Er fragt einer, meine Frau ist kein Fan vom Tartar, gibt es eine Alternative dazu? Es ist die Frage, ob die das schon gehackt haben jetzt. Ja, genau. Genau, Frage. Wenn ihr das jetzt noch anders zubereiten wollt, ist es schon gehackt oder ist es noch im Steak-Form? Schon gehackt ist natürlich eine ganz andere Sache, das fällt durch den Rost. Man kann natürlich... Wir haben jetzt 18 Uhr. Ah, cool. Man kann natürlich, wenn man das, wenn ihr das noch im Ganzen jetzt haben solltet und ihr wollt es nicht roh essen... Sollen wir es direkt da rein tun zum Salzen? Ja, genau, hier ist die Marinade. War das jetzt hier schon Shio Miso Aged? Das war, um Gottes Willen, das war, warte, ich kann es jetzt sofort sagen. Dry Aged. Dry Aged, okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Salz. Ja. Das, hier in die Kamera, die ist drauf. Wunderbar. Wir sind jetzt im Close-Up. Ja, willst du direkt marinieren oder vorher noch mal ein bisschen Salz und pfeffern? Ich würde die Marinade erstmal dran machen. Okay. Und dann gucken, wie der Salzgehalt ist und dann nachsteuern. Ja, wunderbar, dann machen wir das. Ist die Kante hier vorne, sieht man die im Closer? Ach, schade. Weil ich würde euch gerne, oder mach es so, wie du das machst, dass man es so rausstreicht. Man kann das aber auch... Machen wir so. Bitte? Ist noch nicht gehackt, das Steak? Ja, dann würde ich es im Idealfall tatsächlich grillen, so wie wir nachher auch das Steak grillen. Aber ich glaube, das kriegt man auch jetzt schon gut hin. Und dann würde ich das mit der Marinade und allem im Nachhinein anrichten. Ja. Also man kann das Steak jetzt als Steak machen, ganz normal. Und man kann es dann auch als Steak essen und die Marinade als Steaksoße nehmen. Oder man macht das Steak und hackt es dann, wenn es auf den gewünschten Gargrad gebracht wurde, beispielsweise Medium, und hackt es dann klein. Das ist so ein gegartes Tartal dann. Und macht es dann genauso, wie wir jetzt hier mit der Marinade. Das geht halt auch. Genau. Kann man sehen, ne? Grill vorheizen. Ja, Grill vorheizen. Ja, sehr gut. Ihr seid die Besten. Sehr gut. Ich wusste, dass wir uns verquatschen. Also Leute, Grill vorheizen. Wir machen jetzt zum Tartar ja auch das Brot. Wir haben ja geschrieben, macht euer Lieblingsbrot. Und ihr könnt das Brot auch natürlich mit auf dem Grill, weil Brot braucht ja jetzt keine 300 Grad Hitze zum Antoßen. Ihr könnt das Brot mit auf dem Grill jetzt anrösten. Alternativ macht es auf dem Toaster, nehmt euch euer Lieblingsbrot. Wir haben jetzt hier heute unsere Curry Hot-Up-Bus. Da haben wir sie liegen. Dankeschön. Sehr schön. Hast du alle Brenner oder zwei? Ich habe jetzt erstmal die drei, weil hier diese heiße Zone ist. Sollen wir die auch direkt mit antoasten? Ja. Machst du das komplett indirekt oder machst du so zwei Brenner auf niedrigste Stufe und dann schön mit ein bisschen aufgeschnittenem Mayo und draufgelegt? Was Brot antoasten geht, sprichst du mit dem dümmsten Menschen. Echt? Ja. Seitdem ich jugendlich bin. Übernehme ich das. Seitdem ich wirklich zwölf bin, mache ich dir Fleisch und Steaks auf den Punkt. Willst du zwei haben zum Verbrennen? Ich mache die anderen. Wirklich. Und ich denke jedes Mal, da liegt ein Fluch auf mir. Fleisch, seitdem ich zwölf bin, mache ich dir auf den Punkt. Ohne Thermometer, ohne alles. Ja. Aber Brot. Ohne Thermometer ist eine Ansage. Willst du gleich probieren? Ja, ohne Thermometer. Ohne Thermometer? Ja, ja. Genau. Ja, aber das ist, ich sage mal, wenn wir über gar gerade sprechen und auch ohne Thermometer oder mit Thermometer. Ich arbeite auch immer mit Thermometer, weil ich das immer perfekt habe. Natürlich. Aber es ist nicht, es ist ein Unterschied, glaubst du, ein Steak auf 52 Kern hast oder 54. Aber hey, ich esse gerne mal auf 52, erst mal auf 54, mal auf 55. Ich bin da auch nicht so empfindlich. Das ist, und auch sowieso, wenn ich Gäste habe und habe ein ganzes Ribbein, schneide mir das in Steaks auf, ich mache wirklich viele Steaks, du hast immer eine kleine Schwankung mit drin, aber so, boah, das ist nicht so schlimm. Gut, dann machen wir das Brot einmal für alle. Machen wir die Kamera? Also ich würde euer Brot, egal was ihr habt, sei es jetzt ein Baguette oder generell Brot, Scheiben, ich würde es auf jeden Fall einmal aufschneiden oder mir eben eine Scheibe Brot nehmen. Da habe ich einmal ein frisches, sauberes Messer, wo noch kein Fleisch dran war. Yes. Perfekt. Ich desinfiziere dir das mal ab. Vielen Dank. Dann hast du es gleich wieder frisch. Dann gebe ich dir das einmal rüber. Warte, wir machen so. Mal hier. Ein leichtes Gewicht. So, tauschen wir einmal. Upp, das ging gut. Ich liebe ja große Schneidbretter. Ja. Die sind teilweise ein bisschen unhandlich, aber wenn die auch so dick sind wie diese, die halten wir auch ewig. Die kannst du ja auch immer zum Tischler bringen, zum Abschleifen. Du kannst auch oft wieder abschleifen, wenn du möchtest. Ja. Uppala. Guck mal, im Livestream machen wir nur Sauerei hier. So. Das hätte man jetzt im Video rausgeschnitten, kann man im Livestream nicht. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Darf nichts schief gehen. So. Dann schneiden wir das einmal auf. Auch hier, je schärfer das Messer, desto besser lässt sich auch so ein weiches Brot hier schneiden. Sind die eigentlich frisch gebacken jetzt hier? Die fühlen sich, oder sind die aufgetaut? Die fühlen sich echt an wie frisch gebacken. Wenn du jetzt sagst, die sind aufgetaut, wäre das ein großer Pluspunkt für dich. Die sind, die sind, also die Box, die wir hier haben, ist eins zu eins so wie alle, die hier haben. Okay. Also sind die aufgetaut. Ja. Das ist das Coole an den Bands. Aber wenn man sich das anguckt, sind wir noch hier auf Nahaufnahme oder wieder frontal? Frontal? Ja. Sonst schalten wir mal kurz um hier auf Nahaufnahme. Zeige ich euch das mal, wie fluffig die sind. Also, das weiß ich gar nicht. Wir haben ja jetzt den Livestream gemacht, aber die Leute haben wahrscheinlich alles noch nicht hundert Prozent aufgetaut. Wenn ihr die noch nicht hundert Prozent aufgetaut habt. Ach nee, Quatsch. Das ist doch das Lieblingsbrot. Das war doch gar nicht in der Box drin. Aber wir haben wahrscheinlich jetzt viele im Stream, die die Bands schon mal bestellt haben bei uns. Genau. Dann einfach dafür. Also wenn ihr jetzt auch Burger Bands, eins zu eins, genau das Gleiche. In der Tüte, die ihr gerade gesehen habt, da sind wir wieder, wunderbar. In der Tüte einfach drin lassen. In der Tüte so ein bisschen antauen lassen. Dann mittig aufschneiden. Burger Bands oder so, Hottocks Bands ist egal. Und dann nehme ich mir immer gerne Mayo. Wir können jetzt auch hier diese Trüffel Mayo hier zum Beispiel nehmen. Oder auch Butter. Funktioniert auch mit Butter. Wunderbar. Ist die schon offen gewesen? Ist das Siegel wahrscheinlich noch drauf? Ja, genau. Oder auch Butter. Und dann leicht einstreichen von der einen Seite. Und dann heizen wir uns hier bei dem Gasgrill. Immer schön, wenn man den anmacht, Deckel aufmachen. Hast ja hier elektrische Zündungen bei den Weber, ja. Den kannst du so, dann springen die alle an. Wunderbar. Zünd von Tyler mit dabei. Also dann machst du die Mayo jetzt da drauf und grillst das. Genau. Richtig. Mit der Schnittfläche dann an. Mit der Schnittfläche nach unten. Und wichtig ist jetzt hier bei den Brennern, die drehen wir auf niedrigste Stufe. Das ist nämlich der Fehler im Gegensatz zu Steak. Oder das ist Steak maximale Temperatur, Brot minimal. Das habe ich jetzt 20 Jahre falsch gemacht. Genau, das ist der Trick. Ich habe tatsächlich oft, wenn ich Burger gemacht habe, weil wir haben ja genau diese Hotdog Buns auch als Burger Bun-Variante. Und ich habe die oft schon gebuttert, weil ich stehe auf dieses Aroma angerösteter Butter. Aber mit Mayo. Hast du noch nicht? Nein. Echt nicht? Nein. Wir kochen ja ultra viel zu Hause auch. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Finde ich cool jetzt. Du hast hier Löffel zu verstreiten. Perfekt. Das finde ich cool. Sind wir hier in der Aufnahme? Letztendlich geht es darum, dass wir so ein bisschen so eine Fettbasis haben für das Brot. Damit wird es einfach nochmal deutlich knuspriger. Also ganz dünn natürlich Geschmack. Da tropft es ja auch nicht rein. Ja, richtig. Man kann es auch dicker machen, wenn man möchte. Ich bin da aber nicht so der Fan von. Weil ich will ja so eine kleine, dünne Kruste haben. Und kein Fettbrand oder sonstiges. Also Fettbrand darf wirklich auch nicht passieren. Wenn ihr das merkt, ihr legt das Brot auf den Grill und es schlägt Flammen, dann haben wir das Problem, wenn es Flammen schlägt, dann ist das Brot auch sofort hinüber. Also dann müssen wir es direkt wieder weglegen, damit wir keinen Flammenschlag haben. Genau. Für euch beiden auch ein ganzes Brot? Oder nehmen wir jeder, ich würde sagen, jeder ein halbes, oder? Jeder ein halbes Sandwich. Das passt. Hast du das schon probiert? Abschmeck mal. Nee, schmeck mal gerne ab. Ich mach mal. Und, was sagst du? Ich finde es geil. Hört sich nach einem Aber an. Jetzt fehlt noch ein dicker Fettbrand. Nein, nein, nein. Wir haben bewusst das ein bisschen senflassiger gemacht. Passt aber auch beim Tatar. Du brauchst so eine Säurenote beim Tatar auf jeden Fall mit dabei. Genau. Und Senfsäure ist ein richtig geiles Thema. Ich finde sowieso, Senf ist, ich betrachte Senf auch eher als Gewürz und es passt so gut zu Rindfleisch. Dieses klassische Laden von der Mutti, von der Omi mit Senf eingestrichen. Aber auch wirklich, wenn du Braten machst vom Rind und auch ganzes Roastbeef. Senf ist ein ganz tolles Gewürz. Ja. Hast ja auch in Amerika, so teilweise zumindest, wir sind ja auch örtlich da immer sehr unterschiedlich, aber so Alabama, die Region, hast du ja auch sehr viel senflastige Soßen, sehr saure Soßen mit dabei. Passt auf jeden Fall sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Mit dem Brot? Ja. Ja, müssen wir gucken, ob der Grill schon hier heiß genug ist auf der Seite. Wird noch zwei, drei Minuten warten, dann können wir das Brot da drauflegen. Also für dich kein Pfeffer, kein Salz mehr, nix? Probier, also wir haben ja hier, wir können ja auch noch toppen dann. Wir haben hier die... Was sagen denn die Leute zu Hause, die jetzt mit dem Tartar auch schon so weit sind, die abgeschmeckt haben? Müssen wir noch Salz, Pfeffer, irgendwas drauf machen? Auf der Kamera sind wir. Salz, Pfeffer, irgendwas drauf hier? Ich probiere jetzt auch mal. Ich würde, weil ich den Steakpfeffer so geil finde, ich würde es nachher, wenn es angerichtet ist, oben drüber den Pfeffer machen. Ich würde so eine Prise Pfeffer auch jetzt schon mit reingeben. Ja? Ja, so eine Prise Pfeffer kann es auf jeden Fall jetzt gebrauchen. Können wir gerne machen, weil wenn du den Pfeffer nämlich oben drauf noch mit hast, dann riechst du den so ein bisschen noch. Das macht diese Gesamtkomposition noch ein bisschen Sackstopp. Ja. So machen wir es. Einmal schön durchrühren. Wir haben ja gleich auch noch die Flakes mit dabei. Die sind ja auch noch mal so ein bisschen salzig, ne? Leichte Schärfe. Und leichte Schärfe haben sie auch noch mit dabei. Ja. Genau. Dann das Frische noch. Auch das Tartar jetzt hier. Das müsste man vielleicht noch vorher gucken, dass man zum Thema Vorbereitung, ne? Wann nehme ich das Fleisch aus dem Kühlschrank und solche Sachen? Viele sagen ja immer, das Steak soll vorher aus dem Kühlschrank genommen werden. Falls ihr es nicht gemacht habt, keine Sorge, ihr habt nichts falsch gemacht. Die Kamera? Richtig, ja. Bei Tartar, ich liebe das, wenn das wirklich richtig kalt ist. Also Kühlschrank wirklich auf ein, zwei Grad eingestellt und dann das Tartar daraus auch beim Essen. Ja? Ich mag das, weil es ist dieses extreme, frische Gefühl für mich. Ich finde, Tartar transportiert ganz viel Frische nach vorne und ich könnte das wirklich kiloweise essen. Also das ist, ja. Das ist auch Steaks. Wenn ich ein richtig gutes Steak habe, probiere ich das in der Regel immer, bevor ich es grille roh. Ja, so eine ganz dünne Tranche roh. Und ich habe mich schon dabei erwischt, ich habe Steaks schon halb aufgegessen, bis der Grill vorgeheizt war. Ja, einfach ein richtig gutes Steak, roh, wenn es dann noch so ein bisschen unterstützt wird durch das eine oder andere, bringt total viel nach vorne. Ja, dann haben wir das, die können wir jetzt hier antoasten, einmal, die Baguettes. Wie hast du es, oder isst du Sushi, bist du Sushi-Fan? Ja, absolut. Oder hoher Fisch? Absolut. Auch kalt oder Zimmertemperatur? Weil normalerweise Sushi muss ja bei Zimmertemperatur serviert werden. Ja, also so ganz japanisch essen wir Sushi hier ja so oder so nicht. Und ich bin auch eher der Freund von kalt, ja. Muss ich auch dabei sagen. Aber in Japan hatte ich, wir haben da auf dem Tsukichi-Fischmarkt gefrühstückt, morgens um vier Uhr oder sowas aufgestanden und dann da hingefahren und haben da gefrühstückt und wir hatten da Sachen gegessen, die haben gefühlt im Mund noch gezuckt. Okay, ja. Also die waren warm. Okay, die waren warm sogar noch, ja. Aber das war cool, ja. Nee, also beim Brot jetzt hier, also Brenner niedrigste Stufe wirklich, Deckel geschlossen. So ein bisschen gucken, man merkt das ja auch manchmal, wenn hinten so ein bisschen Rauch rauskommt, dann weiß man, okay, man hat so ein bisschen Flammenschlag im Grill, dann muss man auf jeden Fall einmal nachgucken. Sollte das nicht passieren, nicht zu lange drauf lassen. Jetzt hier bei dem Weber, du hast den Rost sehr gut gereinigt, habe ich gesehen. Sollte der bei euch nicht so perfekt gereinigt sein, auch gerne nochmal vorher irgendwie ein bisschen einfetten, Fett-Trennspray, dann aber nochmal kurz den Brenner ausgedreht haben. Der sah jetzt aber sehr sauber aus und hat noch eine sehr, sehr schöne Patina bzw. Emaille noch drauf. Deswegen, glaube ich, funktioniert das so ganz gut. Wir haben ja auch ein bisschen Fett auf dem Brot drauf. Das letzte Mal übrigens, ne, als wir bei euch waren, hast du mir ja dein Fett-Trennspray mitgegeben. Ich denke, boah, cool, jetzt habe ich endlich was, was ich mir in die YouTube-Ecke stellen kann hier bei uns. Und? Was hast du damit gemacht? Wird mir sofort geklaut. Für die Seminare. Ja, siehst du. Ist jetzt bei den Seminaren im Einsatz. Mega praktisch. Ja, es ist wirklich praktisch. Es ist so. Ja, es ist auch wirklich etwas, wo man sagt, okay, ich sage auch immer wieder, es ist absolut kein Must-Have, aber es erleichtert das Leben so sehr, dass ich wirklich sage, so, das ist für mich Grundausstattung Nummer eins. So, das will ich beim Grillen mit dabei haben. Bevor du weitersprichst, alles, was hier passiert, ist kein Must-Have. Das stimmt. Das stimmt. Wir könnten auch einen Sack Kartoffeln schälen und davon satt werden. Aber, hey, es ist doch pure Emotion. Und wir Männer, wir lieben doch Spielzeug, wir lieben Werkzeug und das ist, es macht es einfach besser. Ja, absolut. So what? So, aber jetzt dürfen wir uns nicht verquatschen hier beim Brot. Aber das, das braucht noch auf jeden Fall. Das braucht noch. Nur nicht verunsichern lassen jetzt mit so einem Brot. Auch wenn man jetzt denkt, ah, das hat da vorne noch nicht so viel Röstaromen bekommen. Ich habe es jetzt auch extra in den vorderen Bereich gelegt beim Grill, weil der hintere Bereich ist immer etwas heißer. Ja, der vordere ist ein bisschen kühler als der hintere. Nicht denken, ich lege es jetzt nochmal in den direkten Bereich und es muss jetzt nochmal Röstaromen bekommen. Das ist meist der Fehler, wo dann Flammen entstehen, wo das Brot dann hinüber ist oder wo man dann mal 30 Sekunden zu spät da war und das Brot dann schon schwarz ist. Deswegen vorne liegen lassen, dem seine Zeit geben und wenn es gleich schön röstig ist, dann holen wir das runter. Auch ein Vorteil bei dieser Variante, wenn wir zum Beispiel Burger Buns aufbacken, ist das phänomenal, weil die Burger Buns, selbst wenn die noch leicht gefroren waren und ihr legt die so auf den Grill, schließt den Deckel, dann zieht der gesamte Dampf, der noch in den Burger Buns vom Frieren drin ist, durch die Buns durch und die sind nachher sowas von fluffig und weich wieder. Auch hier diese Brötchen, die eben schon weich waren, man merkt das jetzt schon, sind nochmal viel weicher geworden. Das ist auch mit der Butter, weil das Rest Wasser dampft in das Bun rein. Genau, das ist genial. Wie frisch aufgebacken. So, jetzt muss ich aber auch gleich was essen. Ich auch. Willst du anrichten? Ja, das kann ja schon mal vorbereitet werden. Genau. Mache ich mir hier vier Teller, also nicht wundern, wir haben jetzt die Box hier für uns zweimal. Genau, weil hinter der Kamera war Dieter. Weil wir hier vier Leute sind. Geht das? Ja, ich stelle es einfach hier so hin. Wenn ihr habt, ein rohes Ei, ich liebe rohes Eigelb. Einige sagen, oh mein Gott, wie kann man das nur tun? So im Nachhinein oben drauf geben, aber nur das Eigelb. Also wirklich das Eigelb und dann leicht anstechen, dass es schön darüber fließt. Ich liebe rohes Eigelb. Aber es sollten frische Eier sein. Wenn nicht, dann habt ihr Spaß heute Abend. Genau. Auf den Seminaren hier machen wir das auch oft, oder Daniel, dass er die Eier in das Sous-Vide-Becken legt. Und macht das dann, dass das Eigelb so richtig so wachsweich wird. So richtig sämig. Und das mit auf Tata. Das ist schon cool. Das geht in die richtige Richtung. Sehr schön. Ölzange haben wir noch hier. Jetzt habe ich Bock auf so ein Eigelb. Aber nicht hier. Bestimmt irgendwo in Daniels Food-Area. Aber ihr habt ja gerade noch eine Veranstaltung da. Es läuft tatsächlich jetzt gerade im Hintergrund bei uns ein Grillseminar. Jetzt bin ich gespannt. Das sieht jetzt schon mal farblich ganz vernünftig aus. Kann man das gut sehen. Da haben wir hier schön knusprig. Ich kann auch mal mit dem Messer drüber gehen, dass man das... Kann man hören, ne? Genau. Wenn das Brot jetzt so gut wie fertig ist. Also beim Anrichten gibt es keine genaue Vorgabe. Macht das, wie ihr Lust drauf habt. Ich mache jetzt hier die Mayo drauf. So ein Klecks. Dann kommt da drauf, kommen da drauf die Flakes. Weil du hast die Mayo. Die ist weich. Du hast das Tata. Das ist weich. Und dann diese Flakes, die ja eigentlich gedacht sind, so als Burger-Topping. Die hier noch so einen richtig schönen Crunch mit reinbringen. Wir hatten noch in der Kochbox so kleine Kresse-Microgreens. Waren die für diesen Gang oder für einen? Ne, die waren für einen anderen. Für den Caesar Salad, ne? Ja, genau. Willst du die da mit dabei haben? So ein paar Micro-Greens. Machen sich mit Sicherheit gut. Ja, machen wir einfach mal. Machen wir rein. Wir zeigen gleich mal in die Kamera, was wir meinen. Ja, Kresse war das hier dabei haben. Ich finde, danke schön. Also das ist auch genug Kresse hier für den Salat und so. Es reicht hier nur so ein bisschen, so ein klein, so ein paar. Kann man es sehen in der Kamera, wir können ja gleich nochmal rangehen. So ein bisschen, so ein bisschen, das macht schon Kresse auf dem Steak, finde ich eine coole Sache. Wenn ihr habt, macht noch einen schönen kleinen Steak-Pfeffer drauf. Das sieht jetzt schon sehr geil aus. Das sieht jetzt schon sehr geil aus. Auch die Trüffel-Mayo finde ich, die ist so geil auf dem Tartar, weil du hast oft Trüffel-Mayo und die hat so einen heftigen Säure-Stich wegen irgendwelchen Konservierungsstoffe. Und hier hast du einfach so ein richtig dickes, schönes, schlonziges Mayo-Aboe. Hier nochmal. So soll es aussehen. Jetzt hat man es hier schön knusprig. Und hier extrem weich. Deswegen halte ich es auch so fest. Genau, deswegen halte ich es auch so fest. Ansonsten würde es mir einfach abknicken und auseinanderfallen. Die beiden Teller sind gleich hier für euch hinter der Kamera. Ich stelle die nach vorne, dann kann man sie ein bisschen schöner sehen. Die sind wahrscheinlich auch so zum... Wir sind ready, oder? Ich glaube, wir sind ready. Genau, Brot dazu. Genau, mach die schönen Brote zu denen. Die nicht so schön nehmen wir. Das ist immer der Trick. Beim Grillen, dann denken die Gäste, man hätte alles perfekt gemacht. Muss man sich selber das nehmen, was nicht so perfekt geworden ist. Kannst du das reinnehmen? Sieht man es. Wunderbar. Sieht das geil aus. Und wie das riecht mit der Mayo. Das ist richtig auch... Ja. Es ist auch ein geiler Geruch, der hochkommt. Das wird jetzt serviert. Wir wünschen euch schon mal guten Appetit. Uns auch. Bitteschön, ich gebe euch gleich noch ein kleines Löffelchen hier. Einmal kurz im Chat seid ihr auch schon soweit. Also habt ihr das schon fertig? Einmal, genau. Eine Eins in den Chat für die, die fertig sind. Und wenn ihr es schon fertig seid und schon aufgegessen habt, könnt ihr auch noch eins in den Chat schreiben. Bitteschön. Gibt es noch interessante Fragen in der Zwischenzeit? Im Chat? Nee? Ja dann, mal aktiv sein hier im Chat. Leute müssen reinschreiben. Ich bin auch immer derjenige, der... Der Rucola? Ah, der Rucola! Ja, natürlich. Natürlich. Sorry. Deswegen steht er ja hier. Extra gesagt, ich will es fürs Anrichten nicht zuständig sein. Okay, sorry, das nehme ich auf meine Kappe. Hätte man so ein schönes Bett draus machen können. Hätte man ein Bett draus machen können. Und Rucola einfach... Zum Topping. Genau, als nussigen Kontrast einfach mit an die Seite. Einfach so ein bisschen... Einfach mit an die Seite jetzt, weil das war von Anfang an so geplant. Das war von Anfang an... War wirklich so geplant. Bitte. Danke. Sorry, ich muss auch sagen, ich bin der Letzte, der an Salat denkt. Gut. Das dürfen wir auch vergessen. Ich glaube, meine Abonnenten verzeihen das, wenn man den Salat gerade mal vergessen hat. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich will erst mal Tatat probieren. So probieren, glaube ich. Das meine ich, wenn das so kühl ist, so frisch. Jetzt das Crunchy dazu passt natürlich auch nochmal perfekt im Kontrast. Was Grünes dazu. Wenn das dann so kalt ist, weiß ich nicht. Dann würde ich gerne Löffel für Löffel für Löffel einfach nachschieben. Das ist auch der Grund, warum ich in den Videos immer, die Leute fragen immer so, er beißt ab, sagst, wie es schmeckt und beißt dann direkt nochmal ab. In dem Video sieht man nachher gar nicht, ich esse das eigentlich immer direkt alles auf und dann kommt der nächste Take und sagt so, war super lecker. In der Regel ist dann alles weg. Manchmal sage ich ja noch, das Team hat auch was abbekommen. Manchmal hat es das, manchmal nicht. Kommt dann drauf an. Wir haben gestern ein Video gedreht, hier wo wir die Garpunkte von Wagyu Steaks, das war ein ultra krank marmoriertes Wagyu Steak, gemacht haben. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wir haben einen Garpunkt getroffen, wo ich ein Steak gebissen habe und das war, als wenn es flüssig wird im Mund. Man sagt oft wie Butter, aber das war wirklich null Konsistenz. Wirklich so eine explosionsartige. Ja. Es strömt aus, erfüllt den gesamten Mund. Ich bin fast zusammengebrochen hier und lag gesabbert und zitternd auf dem Boden. Und da denkt man immer so, okay, was denken die jetzt gerade, die das Video gucken. Aber es schmeckt wirklich unfassbar gut so oft in den Videos. So. Wir könnten so einen Livestream auch einfach mal machen, nur eine Stunde lang essen, oder? Also hätte ich nichts gegen. Ich weiß nicht, wie die Zuschauer das sehen. Aber ich finde es gut. Ich hoffe, ihr seid auch gerade genüsslich am Essen. Die meisten Boxen wurden ja bestellt, so nicht eine Box pro Bestellung, sondern eher zwei. Ich denke, die meisten, die jetzt hier vor dem Stream sitzen, machen das auch nicht alleine. Sind so kleine Gruppen. Ist ja generell, die Box ist ja schon mal für zwei Personen. 99 Euro für zwei Personen. Reden wir von 49,50 Euro pro Person. Was für drei Gänge mit Fleisch und Co. echt ja ein extrem guter Preis ist, für die Qualität, die da geliefert wird. Es sind halt drei Fleischfänge wirklich auch, ne? So, nicht zu lange essen, es geht gleich weiter. Aber ich verputze das hier noch kurz und dann... Ja, Frage. Hier ist die Frage, die Box, die gibt es hinterher nochmal zum Nachzustellen, weil gerade das Sturm und Regen ist, oder das zu schnell nicht pennen? Ich denke, genau die gleiche Box werden wir nicht nochmal machen. Die war halt konzipiert genau für dieses Event. Aber ich finde Feedback cool, wenn man sagt, hey, das ist ja ganz interessant und ich würde gerne mal mitmachen. Dann könnte man ja eine andere Box mal konzipieren. Ja, da können wir ja im Nachhinein, wenn jetzt die Leute sagen, nach dem dritten Gang, jo, war alles sehr gut, dann können wir sagen, wir machen das einfach nochmal. Also man kann die Produkte komplett nachkaufen. Du kannst ja das ganze Fleisch aus jedem Gang kannst du ja bekommen, nur halt so wie jetzt die Marinade von dem Tatar, die wir jetzt hier gemacht haben, nicht. Die müsste man sich dann halt selber machen. Aber das ganze Fleisch kann man bei uns einzeln nachkaufen und dann hier den Stream nochmal nachkochen. Das würde gehen, ja. Ja, dann müssen wir vielleicht ein Rezept demnächst online stellen für die Marinaden und so und dann kann man das nachmachen. Also das Video bleibt ja online. Außer uns passiert jetzt hier noch ein riesengroßer Fauxpas. Dann geht das Video offline und irgendwer veröffentlicht das irgendwo wieder neu. Aber ansonsten bleibt es auch online. Wunderbar. Ist noch in Ruhe auf, vielleicht haben wir das ein oder andere noch irgendwo im Chat. Wir brauchen gleich. Bratwurst ist auch gut. Bratwurst ist auch gut. Lasst es euch schmecken. Also falls ihr das nicht gehört habt, Hermann sagt, einige machen sich Bratwurst, weil sie vergessen haben, die Box zu bestellen. Ja. Ist auch gut. Ja, ist generell interessant, bei welchem Setup so die Leute immer Videos gucken. Manchmal kriege ich Fotos zugeschickt von Leuten, die wirklich so auf ihrer Heimkinoanlage meine Videos laufen haben. Wo man sich dann denkt, okay. Aber ist eindrucksvoll. Genau, schreibt mal ein paar Fragen jetzt hier. David hat noch ein bisschen Zeit auf zu essen. Kann man auch im Chat aktiv sein? Kann man Fotos in den Chat posten? Nee, oder? Ich glaube nicht, nee. Das könnt ihr ausarten. Also ohne, dass ich da jetzt was prophezeien möchte. Aber ich glaube, das wäre keine gute Idee. Ja. Wie oft wollt ihr die Aktion machen? So oft wir Bock haben. Wenn es, vielleicht, vielleicht im Sommer. Also ich könnte es mir im Sommer nochmal vorstellen, wenn jetzt die Leute sagen, wirklich ist es cool. Wenn jetzt nachher das Feedback ist, irgendwie so richtig interessant ist es nicht, kann man es auch einfach lassen. Aber solange es halt allen Spaß macht, können wir es einfach machen, so oft es irgendwie in den Tag passt. Können wir das Rezept für die Soße eventuell teilen und gibt es ein Rezept für die Marinade? Können wir bestimmt teilen, ja. Machen wir. Haben wir ja gerade gesagt, um die Box nachzumachen. Das war einfach die Rezepte nochmal mit dazu und dann kann man sich die nochmal zusammenstellen. Aber wahrscheinlich würde ich befürchten, es wird dann preislich auch ein bisschen höher, wenn man das nachher sich alles selber zusammenstellt und macht. Das kann natürlich dann nicht so optimal zusammenpassen. Genau. Danke. Hast du eine Bürste hier am Grill? Ja, da. Links, ja. Ja. Ich habe noch, danke. Aber kannst du ja. Ja, schon. Sisa. Das ist der nächste Gang. Was trinken? Ich habe noch ein bisschen. Ein bisschen habe ich noch, danke. So, nächster Gang. Leute, kein Stress. Also, bleibt ganz entspannt. Wir sind hier nicht auf Akkord. Ich hole nur schon mal den nächsten Gang so ein bisschen ran. Also, der nächste Gang ist ja das Kalb. Ist aber auch ein riesiger Flaschenöffner, ne? Ist ein geiler Flaschenöffner. Guck mal, müssen wir in die Kamera halten. Habe ich eben entdeckt. Hier ist tatsächlich ein echtes Geweih. Ein Flaschenöffner dran. Genial. Genial. Wir haben ja auch an unseren Produkten nahezu überall einen Flaschenöffner dran. Aber das ist ein bisschen Hingucker. Das ist mal ein Flaschenöffner. Den habe ich mit 16, 17 habe ich den gebaut. Ja. Als Jungjäger tatsächlich. Wir brauchen gleich auf jeden Fall auch noch ein paar Gabeln. Die war offen. Genau. Ja, die reicht. Der eine reicht ja locker hier. Ja, ja. Wunderbar. Wenn Fragen sind, schreibst du eigentlich so mit, wenn mal Fragen sind. Wunderbar. Dann machen wir mit dem nächsten Gang weiter. Einmal für die Leute, die mitmachen. Eine Eins in den Chat, wenn ihr bereit seid, dass wir mit dem zweiten Gang weitermachen. Dass wir anfangen können zu erklären. Achso. Wenn man nicht bereit ist, dann eine zwei, glaube ich, in den Chat. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Seid ihr bereit? Zehn Leute sagen, wir sind bereit. 100 Leute denken sich, nein. Also, wenn ihr nicht bereit seid, eine zwei in den Chat, dann müssen wir noch warten. Wenn keine zwei in den Chat kommt, dann warten wir nicht. Also abonnieren und reinschreiben. Kommt keine zwei? Eine zwei. Eine zwei? Gut, dann warten wir auf dich. Kein Stress. Kein Stress. Wir warten auf dich. Ja, Mann, wenn du gleich Zeit hast, kannst du Daniel mal nach Gabeln fragen. Wir brauchen gleich zum Essen, brauchen wir eine Gabel. Sisa hier, da ist es. Das Brot war genial. Das Brot war genial. Das selbstgekaufte Brot war genial. Das ist super. Wenigstens angetoastet nach unserer Anleitung. Also das Sisa-Dressing, was hier mit drin ist, haben wir auch selber gemacht. Das ist jetzt nichts Fertiges, gekauftes, abgefülltes aus einem Eimer oder sowas, um Gottes Willen. Das ist Handmade Sisa-Dressing. Und ich finde gerade bei so einem Sisa-Dressing, wenn man das selber macht, da sind so viele Zutaten drin und du musst halt alles irgendwie einzeln kaufen. Gläschen kapern, Gläschen, hier diese Sardinen und alles Mögliche musst du dir dann besorgen. Es ist unfassbar lecker. Also ihr könnt auch diese, man sieht, es sackt so ein bisschen ab hier. Man kann das so ein bisschen durchkneten, dass es schön vermischt ist. Und ja, so ein Handmade Sisa-Dressing, das kannst du nicht vergleichen mit irgendwie so einem gekauften, fertigen Zeug, finde ich. Ja, absolut. Aber das ist bei vielen Sachen so. Also wenn du selber was machst, ist schon häufig auf einem ganz anderen Level als bei so gekauften Sachen. Auch mittlerweile, wenn man essen geht. Ich habe halt oft, was heißt oft, immer mal wieder so ein Sisa-Dressing irgendwo gegessen, so ein fertiges. Wurde mir dann irgendwo angeboten von Freunden oder was weiß ich. Ich stand dann auf dem Tisch, bam, so Salatsauce. Dann isst du das und denkst, sorry, ich schmecke wie jeder andere fertige Salatsauce auch. Und dann hatte hier vor einem Jahr Daniel bei uns das mal gemacht, selber. Und das hat mich so aus den Socken gekickt, wo ich gedacht habe, geil. Ja. Eine Frage. Ja, an dich, David. Wie lange hast du schon deinen Jagdschein? Seitdem ich tatsächlich 16, 17 bin. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich 16 war oder 17, als ich dann die Prüfung gemacht habe. Aber ich bin jetzt 33, also dementsprechend schon ziemlich lange, ja. Lass mich raten, der Nils hat die Frage gestellt. Klar. Hi Nils, unser Admin aus der Facebook-Gruppe, für die, die ihn nicht kennen. Wer die Facebook-Gruppe nicht kennt, aber brauche ich nicht erwähnen. Da sind mittlerweile so viele Leute drin, die kennt wahrscheinlich nahezu jeder. Ja, Fleisch hatten wir eben auf dem Brett geschnitten, deswegen habe ich es einmal gewechselt. Das war der Grund, nicht weil ich sage, das ist mein Lieblingsbrett und du darfst das nicht haben. Das ist nur der geheime Grund, nein, ist egal, aber dann machen wir hier Fleisch drauf und da den Rest. Genau, dann starten wir für den Caesar Salad, würde ich auch sagen, mit dem Fleisch und mit dem Bacon, der dann mit dazukommt. Brauchen wir eine Pfanne. Für den Bacon. Für den Bacon oder eine Planscher, was du da hast. Wir sind ja in deinem Setup hier. Ich komme mit all den Produkten zurecht. Haben wir das eben für Fleisch? Nee, wir haben eben das Chai Dao benutzt. Das kommt mir mal hier sehr gut an. Ja? Viel Lob. Okay, viel Lob, das ist schön. Vielen, vielen Dank. Meistens sind ja eher so Sachen, wenn man mal was kommentiert oder so, wo man sagt, okay, das hat mich jetzt gestört. Aber Lob ist immer schön zu hören für so einen Creator, weil dann weiß man, ob man was richtig gemacht hat. Sonst muss man immer gucken, wie viele Likes hat man so auf ein Video bekommen. Mittlerweile sehen ja die Zuschauer auch gar nicht mehr so die Dislikes. Als Creator kann man das noch sehen, aber das sind in der Regel so wenige, dass man auch nicht sagen kann, ob ein Video jetzt mit zwei Prozent oder drei Prozent jetzt gut oder schlechter war. Aber man sieht manchmal, ob man tausend Likes hat oder zehntausend Likes hat. Daran kann man es dann erkennen. Auch so ein Kommentar ist immer, tut immer gut zu lesen. Auch wenn die negativen Sachen meistens länger hängen bleiben. Das ist ja häufig so. Okay, dann. Hast du was gefunden? Das habe ich gesucht. Ja. Das erinnert mich an ein Messer, was ich zu Hause habe. Ja. Das ist auch ein sehr geiles Messer. Schneid mal die Tüte auf und merkst du direkt, wie es durchgleitet. Schön. So arbeite ich gerne mit Messern. Das muss einfach so funktionieren. Wenn du Leute im Freundeskreis hast, die gerne Fleisch essen oder du merkst es sofort an den Messern, die sind immer scharf. Ja. Die sind einfach immer scharf. Also der Salat ist vorgeputzt tatsächlich. Den haben wir hier in der Firma vorgeputzt. Wir haben die äußeren Blätter schon entfernt. Du hast ja immer so diese Deckblätter dran und sowas. Der ist tatsächlich schon mal vorbereitet worden für euch. Ich gehe einmal um dich rum, frage mir ein Küchentuch. Pfanne, Plansche, hast du auf dem Grill schon? Ja, Pfanne könnt ihr jetzt auch auf den Grill stellen. Haben wir noch nicht auf dem Grill? Ah ne, da auf der Seite hast du es. Ich habe sie auf die Seite gestellt, ja. Also wenn ihr einen Seitenkocher habt, stellt die Pfanne auf den Seitenkocher. Wenn ihr eine Plansche habt, nehmen die, ich glaube, Bacon anbraten, das kann... Bacon auslassen ist keine hohe Kunst. Das hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gemacht. Das müssen wir nicht großartig erklären. Das kann man auch jetzt schon mal machen. Das kann man auch vorbereiten. Dann hat man das schon mal erledigt. Eine Sache zu dem Bacon. Der Bacon ist extra zart und knorpelfrei. Und mit dem extra zart, der ist leicht vorgegart. Das ist dieser Bacon, den haben wir uns ja eigentlich überlegt für klassischerweise einen Burger. Ist ja klar, ne? Und wie oft hast du das, dass du so einen Bacon hast und du hast den auf dem Burger und du beißt da rein und du kannst den Bacon nicht richtig kappen und du ziehst den ganzen Belag mit runter, weil du die Scheibe Bacon beim Abbeißen rausziehst. Der hier ist super, super soft. Deswegen muss man aufpassen, dass der nicht kaputt geht beim Braten. Also möglichst nur ein bis zweimal wenden, dann drin lassen. Und vorsichtig wenden, ja. Die Frage ist, mit was das Brett abgeputzt wurde? Zum Desinfizieren? Desinfektionsmittel. Das ist alkoholisch basierte Desinfektion, die wir auch in der Zerlegung benutzen. Also die könnte man sich auch, wenn man sich schneiden sollte, direkt in die Wunde spritzen, sprühen oder auch die Hände so desinfizieren. Ja, die ist halt hochflüchtig, die verdunstet sofort. Und es kommt oft die Frage, kann man das kaufen? Nein, das kann man nicht kaufen. Wir kaufen das in so großen Kanistern als Konzentrat und mischen uns das dann immer runter. Ja. Ja. So, hier bei den Steaks. Wir haben jetzt hier, letztendlich wie Rumsteaks kann man sich das vorstellen. Und wir haben den Fettdeckel immer charakteristisch. Ja, wir haben noch eine Frage. Das ist eigentlich die Zuschauerzahl mit den verkauften Boxen. Keine Ahnung. Wie viele Zuschauer haben wir? 210. Ja, könnte passen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Leute halt gemeinsam zuschauen oder ob die alle einzeln zuschauen. Das kann man ja nicht sagen. Wenn so eine Vierergruppe da ist, die meisten Boxen wurden ja verkauft so an Vierergruppen. Ja. Es waren auch einige, die haben dann, ich glaube, drei Boxen gekauft. Ja. Genau. Also meistens sind es so Gruppen, denke ich. Deswegen schwer zu sagen. Ja, ich war aber hier jetzt gerade. Muss aber sagen, ob du das auch so haben möchtest. Ich wäre jetzt aber dafür. Wir schneiden tatsächlich jetzt hier diesen Fettdeckel gleich einmal ab. Wir wollen ja das Fleisch. Ach, Nebenkamera. Sehr gut, sehr professionell. Gerade mal hingekommen. Ganz schön. Genau. Wir schneiden jetzt hier einmal den Fettdeckel ab, weil unter diesem Fettdeckel sitzt immer so eine Sehne. Und wenn wir das gleich in den Salat reinmachen, wollen wir ja dieses Steak in Tranchen mit dazugeben und ein angenehmes Mundgefühl haben. Und wenn ich jetzt normalerweise mir ein Rumsteak oder sowas grille und ich will den Fettdeckel mitnehmen, wunderbar. Wenn ich das im Salat in Tranchen habe, dann ist diese Sehne manchmal ziemlich zäh. Also ich kann das auch mal hier, wenn wir das in Nahaufnahme hinkriegen, kriegen wir das hin. Wir haben hier, das ist Fett und das hier, das ist Sehne. Und diese Sehne, die gibt ein nicht so schönes Mundgefühl ab. Kriegt man das hin? Sonst kommen wir nochmal näher ran. Genau. Also das hier, das ist Fett. Sieht man sofort. Hier kann ich mit dem Messer reinritzen. Das hier, das ist Sehne. Das ist deutlich zäher und das wird jetzt auch beim Kurzbraten eben nicht weich. Und deswegen diesen Fettdeckel, also eigentlich wollen wir die Sehne runterschneiden, aber weil der Fettdeckel unweigerlich dann mit verloren geht, schneiden wir diesen Fettdeckel inklusive Sehne einmal ab. Bist du da für? Ja, auf jeden Fall. Ich habe genauso. Also teile ich genau die gleiche Einstimmung dazu. Wunderbar. Ich habe zum einen mit gefragt, schmeckt man das Mittel nicht später vom Holzbrett? Und zum anderen, gibt es zu den Messern irgendwo ein YouTube-Video? Zu den Messern. Zu den Messern haben wir, glaube ich, schon ein, zwei Videos gemacht. Also ich habe ein Video gemacht, das heißt die Wahrheit über Messer. Oder in die Kamera. Die Wahrheit über Messer. Da kläre ich eine halbe Stunde lang wirklich auf, auf die wichtigsten Punkte, die es gibt zum Thema Messerkauf, worauf man achten muss, weil es ganz andere Dinge sind, als man normalerweise so glaubt. Beziehungsweise das meiste natürlich immer Marketing ist. Und letztendlich ist es ähnlich wie mit dem ganzen Markengetriebenen, gerade bei den Rinderrassen. Bei Messern kommt es auch viel, viel mehr an, als nur zu sagen, es ist dieser oder jener Stahl. Es kommt auf die Verarbeitung an. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie breit ist der Messerrücken? Wie breit ist die Warte vorne? Wie ist der Schliffwinkel? Passt der Schliffwinkel zur Warte und zum Messer generell? Für welchen Einsatzzweck ist ein Messer geeignet? Dann sagen viele deutsche Messer aus Solingen sind die Besten. Das ist etwas, das muss eben nicht so sein. Und solche Punkte gehe ich in dem Video drauf ein. Kann man auf jeden Fall auf dem Kanal finden. Hat auch mittlerweile, glaube ich, 170.000 Aufrufe oder so. Also ist tatsächlich sehr beliebt und kam sehr gut an. Ja, man braucht einfach, egal was es ist, du musst, also es gibt bei vielen, gibt es, ich sage jetzt mal, keine Regeln. Nur weil Angus draufsteht, muss es nicht unfassbar gut schmecken. Nur weil eine Marke draufsteht, muss es nicht unfassbar gut sein. Man braucht einfach Menschen des Vertrauens, wo du weißt, die haben einfach guten Stoff. Und du bist ja auch gnadenlos in deinen Bewertungen, wenn du was gut oder schlecht findest. Und das finde ich auch super. Damit sind wir ja von Anfang an gestartet und das werden wir uns auch für immer so beibehalten. Also das werden wir niemals, niemals abändern. Weil dann wird es mir nachher auch keinen Spaß mehr machen. Und man merkt es natürlich auch direkt am Feedback. Hauptkamera, wunderbar. Wir sind wahrscheinlich auch von Adventure nicht der größte Fleisch-Online-Shop. Wir sind auch nicht der größte Fleisch-Produzent, wollen wir aber auch nie werden. Wir haben immer, auch in den letzten Jahren, wo wir extreme Nachfrage hatten, auch in Corona wahnsinnig, geboomt die Nachfrage. Aber wir sind nie von unserer Qualität abgewichen. Wir hätten deutlich mehr produzieren können, wir sind aber nie von der Qualität abgewichen. Weil wir gesagt haben, wir wollen die Qualität einfach oben halten. Und du kannst sowas nicht als Massenware produzieren. Nee, geht nicht. Das geht nicht. Das sind Naturprodukte. Da ist auch, wenn du eine gewisse Größe erreichen wollen würdest, müsstest du dann eben genau das, worauf du hier Wert legst, irgendwann halt vernachlässigen. Sonst könntest du diese Größe gar nicht erreichen. Und das ist ja generell das Problem an der aktuellen Massentierhaltung auch. Damit wir halt unseren Fleischverzehr irgendwie gedeckt bekommen, ist es leider notwendig. Deswegen ist es mit Sicherheit sinnvoller, manchmal lieber ein bisschen weniger, dafür besser zu essen. Aber das ist ein anderes Thema für heute nicht. So. Heute lassen wir es uns gut gehen. Bacon wird langsam. Yes. Wirklich vorsichtig aus der Pfanne lösen. Der ist so super, super zart. Aber dieser Bacon von uns, der hat schon so seine Fans. Seine Fanbase. Das ist auch cool, wenn man halt sowas Geiles anbietet. Braucht man nachher auch nicht mehr viel irgendwie machen, um irgendwie bekannt zu werden, sondern die Leute schreiben es halt überall hin. Ich merke das bei uns immer. Wir haben jetzt, wobei sage ich jetzt nicht, damit ich hier keine Werbung mache. Aber wir haben ein neues Produkt rausgebracht in einem Video einfach vorgestellt, weil ich gesagt habe, der Hersteller selber macht es nicht. Ich fände es geil, wenn es nicht. Ich fände es geil, wenn es das geben würde, also machen wir das. Ja. Ein Video gemacht, das einfach nur erwähnt, dass es die Möglichkeit jetzt gibt für all die Leute, die das nachrüsten wollen. In jeder Facebook-Gruppe war das. In jeder Facebook-Gruppe wurde es geteilt. Alle haben darüber gesprochen. Ist komplett durch die Decke gegangen. Aber ist halt geil, wenn die Leute genau das auch cool finden, was man selber cool findet. Wenn man gute Dinge tut, dann kommt alles andere von alleine. Ja. Wir haben mal eine Befragung gemacht hier im Werksverkauf. Also wir haben ja nicht nur online oder ich sage mal die Händlerstruktur deutschlandweit mit den Fachhändlern von uns, sondern wir haben ja hier vor Ort auch unseren Werksverkauf. Und da haben wir eine Befragung an der Kasse gemacht. Wir hatten da mal Radiowerbung gemacht. Wir haben regionale Social-Media-Werbung gemacht. Verschiedene Dinge ausprobiert und haben eine Befragung an der Kasse gemacht. Wie sind sie auf uns auch vermerksam geworden? Was hat sie hierher getrieben? 96% der Leute haben angegeben, ich bin hier auf Empfehlung. In dem Moment haben wir gedacht, wir haben zigtausend Euro in irgendwie Regionalwerbung verpulvert. Aber die ganzen Leute kommen alle auf Empfehlung. Ist ja ganz klar, du wirst irgendwo eingeladen zum Grillen und isst es dann. Wir haben eine Frage. Wie groß sind eure größten Schneidebretter und mit welchem Öl pflegt ihr die Bretter oder müsst ihr das andere als Öl? Also die, die wir jetzt anbieten, sind glaube ich momentan knapp 70 Zentimeter die größten. Das sind mal leicht unterschiedlich, weil das ja alles ein Naturprodukt ist. Wir haben immer unsere Naturkanten hier dran. Das heißt, das kann mal sich um bis zu 5 Zentimeter plus minus variieren. Und in der Breite her sind die, das hier ist jetzt relativ schmal, das hier ist so mittel. Manche sind wirklich nochmal, bestimmt so ein Stück breiter, 10 Zentimeter. Zwischen 30 und 45 Zentimeter, würde ich sagen, in der Breite. Zum Pflegen, ja man kann ein Holzöl nehmen, was wirklich lebensmittelecht ist. Da gibt es mittlerweile einige. Oder man nimmt einfach ein gutes Pflanzenöl. Das mache ich in der Regel. Ja, Leinöl zum Beispiel. Leinöl ist halt gut, weil es nicht ranzig wird. Genau, es härtet aus. Also bei Pflanzenöl ist wichtig, dass es aushärtet, dass es verharzt. Das ist wichtig. Kann man aber googeln, einmal googeln bemühen, dann weiß man, welches Öl aushärtet, dann weiß man das. Muss halt... Bitte? Eine Stunde. Eine Stunde ist rum, okay. Crazy. Ja. So, dann Steakgrillen. Ja, du kannst gerne schon das Steakgrillen. Wunderbar. Sollt ihr auf, wir haben den Grill natürlich jetzt schon sehr lange vorgeheizt, aber... Ja, wir haben den Grill jetzt fast eine Stunde vorgeheizt, oder? Eine Dreiviertelstunde zumindest, ne? Oder wir hatten es ja ein bisschen verpeilt, also passt schon. Passt schon. Ist die erste Kohle schon bei den Kohlegrillern wieder durchgeglüht? Ich hoffe nicht. Mich würde mal interessieren, wie viele überhaupt auf Kohle grillen. Also schreibt einfach mal, tut mir mal den Gefallen, wenn ihr auf Kohle grillt, schreibt mal das Wort Kohle in den Chat. Das würde mich echt mal interessieren. Auf jeden Fall ordentlich heiß. Also wenn ihr jetzt diese Box mitgrillt und ihr grillt jetzt live mit Kohle mit. Nur dann Kohle schreiben, nicht wenn ihr sonst auf Kohle grillt. Sehr schön. So. Haben wir hier noch einen Tropfen Öl irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, hier. Ja? Ja. Perfekt. Das ist Pflanzenöl. Perfekt. Dann gebe ich jetzt noch einen Tropfen Öl hier auf die Steaks. Ja, finde ich gut. Gerade das Kalb kann es vertragen. Genau. Weil der Rost war jetzt so heiß, den können wir zwar einfetten, aber das Einzige, was dadurch passiert, ist, dass wir den einbrennen gerade. Das Fett ist also sofort, sofort eingebrannt. Dein Trennspray ist ja Rapsöl-Base. Genau, richtig. Das könnte man doch auch auf die Steaks. Kannst du wunderbar auf die Steaks sprühen. Mach ich privat auch immer. Ja. Aber viele Leute finden es irgendwie befremdlich. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich nehme mal Öl, weil wenn ich jetzt Fett-Trennspray hier drauf sprühe, aber ich kann es jetzt einfach im Livestream ja auch mal zeigen. Weil ich habe es in Spanien öfter gesehen. Ja. Die haben viel, also die haben vieles so. Ist auch in der Gastrohr auch einfach super praktisch, wenn du es einfach einsprühen kannst. Ja. Also es ist wirklich perfekt dafür. Ich nutze das immer. Aber viele sagen, oh, so ein Fett-Trennspray direkt auf die Lebensmittel macht keinen Unterschied. Ob ich es da drauf sprühe und mein Lebensmittel drauflege oder ob ich sie drauf sprühe, macht nun wirklich keinen Unterschied. So. Schön andrücken. Ja, können wir mal. Ja. Bringen wir die Kamera in den Grill ran, gerne. Genau. Kommt mal rum. Grillzange hast du? Hast du hier, ne? Kannst du ja. Perfekt. Nimm ruhig. Wir haben hunderte Grillzangen in dieser Firma rumfliegen. Perfekt. Haben uns natürlich jetzt für den Livestream nur einen. So, das sieht schon mal gut aus. Auf der Kamera sind wir jetzt hier, ne? Genau. Immer schön das Fleisch an den Rostrandrücken. Jetzt können wir auch schon das erste Mal jetzt drehen. Wir haben ja ordentlich vorgeheizt. Und dann sehen wir schon die ersten schön braunen Röstaromen. Nicht schwarz, sondern schön dunkelbraun. Hier sehen wir schon, das ist genau die Grenze. Ja, also das ist perfekt. Mehr sollte es nicht sein. Aber weniger muss es auch nicht unbedingt sein. Aber wir drehen lieber einmal zu viel als zu wenig. Und wir können jetzt beim Angrillen gerne den Deckel auch auflassen. Genau. Sieht man mich jetzt auch mit. Perfekt. Da müsst ihr aber bei eurem Grill gucken, wie heiß ist der, wie lange braucht das. Das kann 30 Sekunden brauchen jetzt pro Seite. Das kann 90 Sekunden, kann 120 Sekunden brauchen pro Seite. Das ist so ein bisschen von eurem Grill abhängig. Und ich habe es jetzt auch immer auf eine andere Stelle gelegt. Also wer es noch nie gesehen hat, Bacon an der Pfanne. Genau. Ich lege es jetzt wieder ein Stück weiter nach hinten, weil der Rost jetzt hier wieder heißer ist. Gleich lege ich es wieder nach vorne. Und ich habe es jetzt einfach mal so ein bisschen um, ich glaube, 90 Grad ungefähr gedreht. Damit wir wirklich gleich so ein schönes Muster drin haben, beziehungsweise überall Röstaromen haben. Hier bei dem Weber haben wir einen sehr breiten Grillrost immer von der Fläche her. Das heißt, wir haben sehr breite Röststreifen. Mag ich persönlich sehr gerne. Ich finde diese Bauform von diesen Rosten tatsächlich auch am besten. Manchmal muss ich immer auch überlegen, wenn ich das jetzt drehe, ob das jetzt so rumgelegt werden muss oder anders. Aber ich glaube, so ist genau richtig. Fleisch haben wir nicht vorher gesalzen. Steht das so in der Anleitung drin? Sollen wir es machen? Kann es rein. Also ich mache... Daniel das mit reingeschrieben hat. Also beim Thema Salzen gibt es bei mir letztendlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich dry brine das Steak vorher oder ich salze es nachher. Vorher salzen mache ich in der Regel mittlerweile nicht mehr. Also wenn du... Ich finde, wenn du das kurz vorher einfach mit Salz bestreust und du grillst es, gerade wenn es ein stark marmoriertes Stück ist, das schwitzt einfach ab. Wenn du es direkt kurz vorher machst, das kann gut sein. Ja, es schwitzt ab. Aber wenn du dry brinst, das ist natürlich was ganz anderes. Genau, richtig. Noch eine Frage. Gerne. Auf der Sizzle-Zone? Klar. Natürlich genau auf der Sizzle-Zone. Muss man halt schneller sein. Funktioniert wunderbar auf der Sizzle-Zone. Gerade das Kalb kannst du gut auf der Sizzle-Zone machen, weil es sehr mager ist. Und natürlich wenig Fett dann halt reintopft. Korrekt. Ganz wenig Fettbrand. Müssen die Fragen wiederholen. Schwarze Streifen ist Kohlenstoff. Das wollen wir nicht haben. Aber so wie die hier aussehen, geht das genau in die richtige Richtung. Letztendlich können wir bei den dünnen wirklich sagen, wir flippen die zu Ende. Aber ich schaue mal eben mit einem Thermometer. Nicht, dass die beim Flippen zu trocken werden, weil die eben so mager sind. Welche Kerntemperatur machst du dir jetzt hier? Ja, können wir gerne drüber reden. Also ich bin immer auch bei sowas lieber ein Freund davon zu sagen, okay, ich will noch so ein bisschen Farbe innen drin haben. Wird aber tatsächlich eher auf 60 Grad tatsächlich bei denen gehen. Wenn du aber sagst, du willst die drunter haben, können wir auch drunter machen. Ich würde sagen, drunter bei dem Kalb. Ja, okay. Wie isst du deine Steaks? Ja gut, es gibt eigentlich keine Regel, welche Kerntemperatur. Das ist bei mir tagesformabhängig. Mal habe ich Bock auf eine höhere Kerntemperatur, mal habe ich Bock auf eine niedrigere. Aber es ist ja schon so, dass ich sage mal einige Steaks, wenn die zum Beispiel Wet-Aged Steaks, habe ich die Erfahrung gemacht, sind besser, wenn du die bei 56, 57 machst. Da sind die einfach zarter. Und wenn du so Dry-Aged. Jetzt hier bei 38, 7. Bei dem dünneren. Wenn du so Dry-Aged hast oder sehr lange am Knochen abgehangene Sachen, finde ich, dann, ja, fendel ich mich meistens so zwischen 52 und 54 ein. Und weil wenn du jetzt so Sachen hast, die am Knochen wirklich 6, 7, 8 Wochen abgehangen wurden und die machst du von der Temperatur einfach zu hoch, dann werden die auch zu trocken irgendwann. Ist das Dry-Aged? Nein, das ist jetzt in diesem Fall Wet-Aged. Dann würde ich sagen, können wir da vielleicht auf 57 Grad gehen. Wäre jetzt so mein, wenn du sagst, du möchtest noch drunter, können wir auch drunter machen. Aber 57 wäre jetzt so mein Kompromiss, wo ich auch glaube, jetzt hier für zu Hause, sind wir auf der Kamera, auf der Hauptkamera, wo ich sagen würde, für zu Hause ist das auch ein sehr guter Kompromiss, wo wahrscheinlich die meisten mit zufrieden sein werden. Das Kalb macht halt in diesem Gang genau das, was es soll. Ich finde es geil, wenn du so einen knackigen Salat hast, wie jetzt hier, und dann in Kombination mit diesen schönen Fleischtranchen, diesem perfekten Dressing, und dann hast du so diesen fleischigen Biss auch mit. Und das ist halt auch so ein ganz zartes Fleisch. Ja. Und das macht genau das, was es soll. Es ist superschön zart und es baut sich sehr gut in diesen Salat ein. Ja. Da wird halt zum Beispiel so ein Hanging Tender oder sowas oder ein Skirt Steak, finde ich, gar nicht passen in so einem Caesar Salat. Nee, ein Skirt Steak, Hanging Tender, auch wenn Hanging Tender Tender im Namen hat, es ist trotzdem, es hat deutlich mehr Biss. Ja, es sind schöne Steaks, also das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber es ist halt... Teilweise auch wegen dem Biss, ne, also dieser kernige Geschmack mit so ein bisschen mehr Biss, das weiß ich schon sehr zu schätzen. Ja. Wunderbar, Salat ist gleich fertig. Si. Sehr schön. Bitte? Den Brizio. Den Salat jetzt, weil da war gerade Fleisch drauf, sonst müssen wir die Kamera nochmal umpositionieren. Das müssen wir gleich erstmal wieder desinfizieren. Weißt du, was ich an diesem Messer mag? Es ist, ähm, es ist von der Form her und auch vom Griff von allem japanisch, aber du hast nicht den japanischen Schliff, der schräg ist. Ja. Du meinst den einseitigen Schliff? Den einseitigen Schliff, ja. Der dir immer die Schnittrichtung quasi in eine Richtung vorgelegt. Genau, weil ich habe zu Hause genau das Messer in, ich sag mal, der typischen Bauweise, traditionellen japanischen Form. Ja. Ist auch ein tolles Allrounder-Messer, aber ich habe es halt mit einem ganz schrägen. Ja. Und du schneidest halt immer eine Kurve dann, wenn du Trangen machst. Ja. Das ist... Ja. Ne, das ist, äh, wenn du jetzt wirklich so ein Lachsmesser oder sowas hast, da kannst du das gut machen mit so einem einseitigen Schliff. Aber für alles andere, finde ich, hat das keine wirklichen Vorteile. Ne, ist so. Also, ich fand das total cool, weil die auch sehr lange scharf bleiben. Also, für diejenigen, die es nicht wissen, es gibt den europäischen Schliff, nenne ich es jetzt mal. Der ist halt so ein V-Schliff von beiden Seiten und die Japaner, die sind halt so krass von einer Seite und die andere ist so schnurgerade. Und, ähm, ich fand das irgendwie super cool und dieser Schliff bleibt, finde ich, auch sehr lange scharf, aber ich werde da nicht warm mit. Ich habe mir halt in Japan auch das Messer dann gekauft. Ich habe mir da Messer gekauft und, ähm, wirklich von so einem Typen, der die von Hand macht, ich fand das total cool, weil ich wollte solche Messer haben, ich wollte die aber auch in Japan kaufen. Das war für mich so ein, so ein Trophäe, die ich da schießen wollte. Ja, klar. Ähm, ich bin da aber nicht warm mit geworden, mit diesem einseitigen, weiß ich nicht. Willst du das haben, Nae? Ja, ich überlasse dir das. Du schenkst mir das? Ja, ganz klar. Geil! Wenn du so schon davon schwärmst. Ja, weil eigentlich, ich hatte ein Messer tatsächlich für dich dabei, das wollte ich dir schenken, aber wenn du von dem so schwärmst, dann kriegst du das. Geil! Ja? Vielen Dank. Ja, nicht dafür. Cool. Gerne, gerne. Dankeschön. Ja, Salat. Fast fertig. Ich hole eine Schüssel. Mhm. Das hier, aber kriege ich hier sogar im Livestream noch ein Messer geschenkt. Ja. Sehr cool, freue ich mich wirklich sehr drüber, weil ich habe, wie ich dir gerade sagte, genau dieses Messer halt zu Hause, nur halt mit diesem einseitigen Schliff und ich habe mir das Messer bewusst auch genau in der Größe und in der Form gekauft, weil es ist ein super Küchen-Allrounder. Absolut. Größter kannst du so. Ist auch, nennen wir immer Allrounder-Messer oder Allzweck-Messer, weil es wirklich für alles zu gebrauchen ist. Und es hat auch einen vernünftig großen Griff. Ich habe große Hände und das passt halt super in die Hand rein. Ja. Na? Ja, das ist schon gut. Sehr schön. Also Fleisch ist gleich soweit. Das eine ist jetzt schon bei 55 Grad, das andere ist jetzt gerade so bei 45. Das eine war ein bisschen dicker. Auch da jetzt, wenn es bei euch, wenn ihr mehrere drauf habt, weil ihr zu mehreren grillt, ich habe jetzt das dickere hier Richtung Hitzeseite gelegt. Hier haben wir den Brenner noch an, die anderen drei sind aus und das dünnere habe ich auf die andere Seite gelegt, damit ich hoffe, dass das jetzt auch nahezu gleich fertig wird. Man braucht ja aber auch nicht denselben Gargrad. Wir haben ja gerade über Gargrad gesprochen. Von mir aus kann man auch das eine runternehmen bei 52, 54 Grad und das andere bei 58. Wir haben noch eine Frage. Gerne. Wo bekommt man seine Messer vernünftig geschärft? Ja. Gibt es tatsächlich bald eine sehr geile Möglichkeit, die wir möglich machen. Bitte? Frage wiederholen. Ach genau, Frage wiederholen. Und zwar Messer vernünftig schärfen lassen. Direkt mehrere Möglichkeiten. Man kann es natürlich selber machen. Selber mit einem Nassschleifstein ist eine sehr gute Möglichkeit, aber auch eine sehr schwierige, anspruchsvolle Möglichkeit. Ja. Was man selber meistens nicht so gut hinbekommt. Bei einem teuren Messer würde ich es nicht jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Wer es lernen möchte, übt halt mit irgendwelchen billigen Messern und macht es dann irgendwann mit seinem guten Messer. Ansonsten gibt es einen Haul-Rollschleifer. Das bedeutet, man schleift dann nicht sein Messer auf dem Stein, sondern man fixiert das Messer im gewünschten Schleifwinkel. Und der Stein, der Schleifstein, der reibt an der Klinge in diesem Schleifwinkel dran vorbei. Ist tatsächlich eine Technik, die sehr gut überdacht ist und wo man sagt, okay, das macht Sinn. Ist aber auch ein kostspieliges Produkt. Also der vernünftigste, es gibt drei Varianten davon. Die Low-Budget-Variante ist tatsächlich nicht sinnvoll zu kaufen. Die High-Budget-Variante ist auch überhaupt nicht sinnvoll zu kaufen. Und das Produkt in der Mitte ist genau das, was man sich kaufen sollte, wenn man es haben will. Kostet mittlerweile allerdings 160 Euro in der Anschaffung. Klingt jetzt erstmal viel. Aber es ist halt eine Diamantschleifscheibe mit dabei. Die ist wechselbar. Es ist ein sehr hochwertiges Produkt, made in Germany. Und man hat wirklich lange was davon. Und wenn man sich jetzt überlegt, man hat wirklich sehr gute Messer. Und die kriegt man wirklich über Jahre hinweg immer wieder scharf geschliffen. Dann sind diese 160 Euro sehr schnell rentiert. Weil, dritte Möglichkeit, sich das Messer gut schleifen zu lassen, wäre, ich gehe zu einem Schleif-Service. Und da bieten wir bald mit der Messermanufaktur Solingen was an. Ist die letzte wasserkraftbetriebene Messermanufaktur. Privat, klein. Die haben immer wieder mit Überschwemmungen von der Wupper zu kämpfen. Ist ein Museum mittlerweile, wo man das wirklich noch sehen kann, wie das früher gemacht wurde. Und wie die das dort heutzutage immer noch machen. Und mit denen bieten wir bald einen Schleif-Service an. Das supportet die, weil die natürlich dann ein bisschen Geld verdienen können. Und sorgt dafür, dass ihr wirklich richtig perfekt nachgeschliffene Messer nachher habt. Das heißt, es wird immer vorher einmal geguckt bei euren Messern, egal wo ihr die gekauft habt, wie dick ist die Warte. Und dann wird es perfekt dafür mit dem Schleifwinkel angepasst. Und ihr habt wieder brutal scharfe Messer, möglichst lange. Jetzt höre ich auf zu quatschen. Wir machen weiter. Ja, das kann der David gut zeigen. Okay, ich komme rum vorne zu euch. Eine Sache noch zu den Messern. Als ich 16 war, hat meine Schwester mir zu Weihnachten Messer geschenkt, ein japanisches, für 300 Euro. Oder ich weiß nicht, ob es noch Mark war. Und ich habe gedacht, what the fuck, womit habe ich das verdient, dass ich so ein Messer bekomme? Und ich habe es immer noch. Es ist ein bisschen kürzer geworden natürlich durch das ganze Schleifen. Aber ihr kauft euch sowas fürs Leben. Also deswegen ein Messer, ob das jetzt 300 oder 350 kostet, total egal. Ja, beim Messer ist wirklich der Preis, da sollte man nicht unbedingt drauf achten. Ja, weil du hast es wirklich ewig. Ich werde es gleich hier an der Tischkante zeigen. Nicht wundern für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich das nochmal hier auf die heiße Zone lege. Ich werde es jetzt einfach nochmal dort bei höherer Hitze die letzten drei Grad ziehen lassen und nochmal ein bisschen mehr Röstarom ranbringen. Aufschneiden. Ich benutze mal mein neues Messer hier, das wirklich verdammt scharf ist. Pass auf, dass es nicht aus der Hand lutscht. Also dieses Dressing tatsächlich gleitet schon von alleine sehr, sehr gut aus der Verpackung. Wenn ihr mal etwas habt, was wirklich so dicklich ist wie eine Mayo, dann kann man das, Achtung, hier unten über so eine ganz glatte Kante ziehen. Und ihr seht, wie sauber sich das da löst. Du kannst dann durchgucken. Das fließt jetzt hier schon zurück, weil die Konsistenz eigentlich flüssig genug ist, um es auch so mit den Fingern rauszustreichen. Aber wenn du es über eine schöne Kante ziehst, dann bekommst du wirklich alles raus. Das ist der kleine Trick dabei. So, so einfach ist es. Weil gerade wenn du was hast, was so dicklich ist wie so eine Mayo oder eine Creme oder wenn man mal wirklich irgendwelche, ich sag mal, wenn man mal irgendwelche Pasten macht mit Erdnussbutter oder sowas, was wirklich pastös ist, was du mit dem Finger kaum rausgestrichen bekommst, dann ist das über die Kante ziehen natürlich sehr, sehr gut. Kannst du mir jetzt zwei Löffel geben? Natürlich, gerne. Dankeschön. Danke. Ich habe jetzt hier, also wir haben jetzt, wie viele Herzen waren das? Vier, ne? In einer Kochbox sind zwei Herzen drin. Genau. Ich habe jetzt vier gemacht. Also ihr müsst, guckt mal mit dem Dressing, wir haben geguckt, dass wir solche Dinge ein bisschen überdosieren. Also lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Gebt da was rein, hebt das mal unter. Und, also hier reicht jetzt eine Dressingportion locker für auch vier Herzen. Ihr könnt das Dressing, das hält sich locker noch ein paar Tage, könnt ihr natürlich auch in den nächsten Tagen da noch verwenden. Ach, guck mal hier, das reicht locker hier für die doppelte Portion. Und dann könnt ihr den Salat einfach nochmal machen. Wunderbar. Salat, finde ich, sollte immer genauso groß geschnitten sein, dass der mit einer Gabel, ohne dass man schneiden muss, aufgegabelt werden kann und gegessen werden kann. Genau, in mutgerechte Stücke. Nicht, weil gerade wegen dem Dressing auch, wenn du jetzt so lange Salatblätter hast und schlabbert das, dann sieht man aus, als hätte man drin gebadet. Genau. Ja, Fleisch dazu. Sonst haben wir, glaube ich, schon alles, ne? Salat. Yes. Dressing haben wir drin, die Tomaten können wir noch klein schneiden. Vielleicht die Tomaten noch halbieren. Ja. So kleine Cherrytomaten oder auch vierteln, wenn man möchte. Je nachdem, wie groß die auch sind, die man selber hat. Genau. Und beim Fleisch, das hier ruht jetzt schon ein bisschen, das ruht noch nicht so lange. Und hier gilt jetzt auch, wenn ihr es vorwärts gegrillt habt, das ruhen lassen ist vor allem dann wichtig, je höher die Temperatur zum Schluss des Garprozesses war. Wenn wir es jetzt ruhen gelassen haben und das hier ja relativ weit entfernt lag von der Hitzequelle, brauchen wir das gar nicht lange jetzt hier draußen liegen lassen, weil es wird nur kalt. Ein kleiner Trick, soll ich das schon mal spoilern, kommt bald ein Video auch zu, wie ich das mache, wenn ich Steak ruhen lasse. Kernthermometer drin lassen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt jetzt einen Einstechthermometer wie wir heute oder ein Kabel gebundenes, damit ist es noch leichter. Wenn ich das einfach nach dem Rausnehmen im Fleisch drin lasse, dann sehe ich, wie die Temperatur im Fleisch sich verändert. Wir sehen jetzt hier 57 Grad Celsius. Das ist das, was wir gerade eben auch gesagt haben, was wir haben wollen. Und jetzt haben wir eben gesehen 57,2. Zumindest habe ich das gesehen. Ihr wahrscheinlich nicht. Jetzt steht hier 57,1. Jetzt steht hier 56,9. Das heißt, das Fleisch kühlt langsam ab. Wenn das vorkommt, ja, also genau, film mal hier drauf. Ich kippe mal das Thermometer zu euch. Ja, so. Ja, dann sieht man, die Temperatur im Fleisch sinkt. Und sobald die sinkt, wird das Fleisch nur noch kalt. Ja, wir wollen aber kein kaltes Fleisch haben. Das bedeutet, am Anfang, beim Ruhen lassen, gerne noch warten, bis die Temperatur steigt, sich normalisiert. Und sobald sie dann anfängt abzusinken, dann ist der perfekte Gargrad getroffen. Und dann habt ihr das Fleisch lange genug ruhen lassen. Länger sollte man es auch nicht ruhen lassen. Sonst isst man nachher ein kaltes Stück Steak. Was bei einem sehr guten Steak auch noch vernünftig schmeckt, aber nicht so gut, wie es sein könnte. Ja. Zu den Messern nochmal. Du kannst ruhig schon tranchieren. Ja. Will ich aber auch gleich noch was zu sagen. Ich erkläre ja immer gerne. Ah, okay. Die Leute, die heute im Livestream dabei sind, müssen sich dann einmal auch live mit anhören. Ich wollte nur nochmal sagen zu den Messern, wir reden immer über gute Messer und Fleisch. Ja. Und natürlich auch die Tranchen haben besseres Wasserhaltevermögen, je stärker das Messer ist. Aber gute Messer, und ich habe es gerade bei den Tomatenschneiden gemerkt, das Brett ist annähernd hier komplett trocken. Und der ganze Saft ist noch in den Tomatenstückchen drin und nicht rausgematscht. Und du kannst auch den Charakter eines Gerichtes beim Kochen prägnant beeinflussen. Das könnt ihr mit einer Zwiebeln mal testen. Dann schneidet man eine Zwiebel mit einem stumpfen Messer und du machst in eine Bowl oder irgendwas und du hast die unter dir und du willst essen, dann riecht es zwiebelig. Und wenn du das willst. Ja, und alles hat diesen sämigen Zwiebelsaft noch mit sich drauf. Genau, und du hast sofort, bam, Zwiebel ganz dominant in der Nase. Wenn du aber willst, dass du erst dieses Zwiebel, wenn du drauf beißt, Renasal kommst, du beißt drauf, bam, dann kommt Zwiebelgeschmack und dann wieder zurück in die Nase. Rasierkling scharfes Messer, die Zwiebel schneiden. Dann riecht das Gericht, so ein Salat, überhaupt nicht nach Zwiebel, aber wenn du es dann isst und drauf beißt, bam, dann kommt die Zwiebel. Dann hast du so ein bisschen mehr Geschmack, der sich so aufbaut. Absolut, also scharfe Messer machen in allerlei Hinsicht Spaß. In allerlei Hinsicht. Das Fleisch wird kalt. Das Fleisch wird kalt, richtig. Ihr habt doch nur Hunger da hinten, das Fleisch wird kalt. Genau, beim Trangieren, ich bin immer ein Freund davon jetzt, weil auch hier verlaufen die Fleischfasern letztendlich in diese Richtung, diese nochmal zu durchtrennen, weil wir wollen ja dieses zarte Mundgefühl wirklich auch haben und dafür würde ich immer schräg mit dem Messer ansetzen und dann hier leicht schräg mir diese Tranchen von dem Steak, relativ dünn, ja, also wirklich schön dünne Tranchen, hier runterschneiden. Du hast die Faser auch gut getroffen. Ja, ne? Weil die dreht sich im Rumsteak so ein bisschen weg. Ja, die Faser steht ja normalerweise wie meine Finger. Du könntest ja eigentlich, wie wir wissen, wie vielleicht viele von euch auch wissen, du könntest ja eigentlich schneiden, wie du willst, aber die Faser ist nicht schnurgerade, sondern die ist leicht gedreht. Und dann kommst du darauf an, von welcher Seite du tranchierst, ob man jetzt mit der Faser oder gegen die Faser noch ist. Genau. Aber das ist jetzt, Leute, was wir jetzt hier machen, das Fleisch-Nerd-Talk auf ganz hohem Niveau. Ganz hohem. Schneidet einfach drauf los. Ein Stück hier gönne ich mir schon mal. Hm. Hm. Das ist so, aber die Mini-Red-Pepper-Burger, die schmecken mega auch den Kindern und die Mayo auch. Ja, mega. Bitte? Lob für dich an die Burger. Ich weiß nicht, das hört man wahrscheinlich nicht, ne? Ah, Lob an die Burger. Dann spreche ich das Lob einmal aus an die Mini-Burger. Den Kindern schmeckt es hervorragend. Ah, da wurden wahrscheinlich Mini-Burger zur Kochbox parallel bestellt, oder? Wahrscheinlich für die Kinder dann dazu, ne? Ist ja optimal auch. Ja, die Mini-Burger sind eine coole Sache. Die sind auch cool einfach so als Starter mal vorweg. Das machen wir auf Seminaren noch ganz viel. So einen kleinen Burger. So, wollen wir hier einmal das Fleisch so saftig in die Kamera zeigen. Dass die Leute das sehen. Ich meine, die, die es selber machen, sehen es auch hoffentlich zu Hause. Sieht hoffentlich dann genauso aus, aber darum geht es ja. Dass ihr das auch genauso erlebt. Das, was wir hier einmal zeigen können. Der Gargrad. Hier liegen wir jetzt bei 52 bis 54 Grad Celsius. Ich mache mal Tomaten auch direkt so ein bisschen mit ran. Das war jetzt, was für eine Zieltemperatur hatten wir jetzt hier? Wir haben jetzt bei dem einen, haben wir 52 bis 54 Grad. Ja. Guckt auf, wie viel es jetzt noch gezogen hat. Und das andere war bei 57, 58. Ach, crazy. Genau. Eine Frage. Nee, eher eine Aussage. Ich glaube, Joshua muss echt mal ein Erklärvideo zum Gegen die Faser aufschneiden machen. Ich stehe da immer wie ein Ochs vorm Berg. Okay, also ein Video zum Gegen die Faser aufschneiden machen. Ja, müssen wir mal machen. Dann machen wir das. Wenn das gewünscht ist, wenn das gebraucht wird, machen wir das. Sehr gerne. Also so ein Video gegen die Faser aufschneiden kann dauern zwei Minuten. Kann. Kann aber auch, wenn man es richtig macht, bestimmt eine halbe Stunde und länger. Es kommt daran an, wenn du wirklich jeden Cut mitnehmen möchtest. Ja, aber auch dieses, was wir gerade mit dem Rumsteak aufschneiden und dann gegen die Faser. Ja, wohin die Faser sich dreht und so weiter. Genau. Aber auch, wenn du jetzt einen Hanging Tender oder so mit dazu nimmst oder Steaks, die halt noch mittig dann eine Sehne haben. Dann frangierst du erstmal die Sehne mittig raus. Dann hast du nachher zwei Teilsteaks. Dann verlaufen die Faser nachher so fächerförmig. Dann schneidest du dagegen auf. Oder du hast ein Skirt Steak. Schneidest das erstmal mit der Faser in kleinere Steaks. Schneidest es dann gegen die Faser. Also da kannst du dich ja komplett drin verlieren. Ja. Den Bacon jetzt, den könnt ihr, so wie er ist, drauflegen. Ich finde es immer cool, wenn man den so ein bisschen diagonal schneidet und so leicht spitz aufstellt. Durchmachen? Ja, naja. Ja. Wir hatten doch bei diesem Gang auch diese Microgreens, die Kresse. Genau. Also für diejenigen, die nicht wissen, was Microgreens sind. Microgreens sind diese kleinen, zierlichen Gewächse, die in der Küche gerne einfach so am Ende drüber geworfen werden. Und das sieht direkt gut aus. Genau. Das sind letztendlich Sprösslinge von allerlei Pflanzen. Ja. Die es so gibt. Eine Frage. Wo kann man das Messer kaufen, wo mit die Tomaten geschnitten worden sind? Hä? Das ist meins. Das wurde mir hier offiziell geschenkt und das bleibt auch meins. Genau dieses Messer nicht mehr. Aber dieses Messer kann man kaufen bei grillguts.de. Haben wir auch in der Videobeschreibung, glaube ich, immer mal wieder verlinkt. Also in der Videobeschreibung findet man die Sachen in der Regel alle. Habt ihr bewusst das Fleisch nicht gesalzen oder vergessen? Das Fleisch nicht gesalzen oder vergessen. Wir haben jetzt im Nachhinein, wir könnten jetzt die Tranchen hier schon auf dem Brett salzen beziehungsweise würzen oder wir machen es jetzt hier auf dem Salat. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, über vorher salzen, nachher salzen. Wo ich gesagt hatte, entweder Dry Brine, das heißt Dry Brine lange vorher salzen, das Salz richtig schön einwirken lassen, so eine Art Trockenmarinade oder nach dem Grillen salzen. Und das mache ich am liebsten, wenn die Tranchen aufgeschnitten sind. Und dann kann man je nach Steak ja entweder nur Salz drauf geben oder Salz, Pfeffer. Oder auch jetzt, wir werden nachher ja noch ein Steak grillen, wo wir vielleicht sogar nur Pfeffer brauchen, gar kein Salz. Vielleicht mal so, mal so und auch je nach Geschmack. Oder auch mal so einfach so ein Steak-Finisher. Also so, wo noch ein bisschen mehr Pepp drin ist, noch so ein paar Aromen drin sind. Das kommt ganz auf Steak an, aber feiere ich alles. Und du hast natürlich auch, wir haben jetzt hier einen Steak-Pfeffer, einen fertig gemischten. Da ist auch in der Regel auch immer Salz mit drin. Und deswegen machen wir es jetzt. Und natürlich, salzen vorher geht, pfeffern nicht, weil Pfeffer war ja mal eine Pflanze organischen Ursprungs, würde gnadenlos verbrennen, bitter werden. Wenn man natürlich das in der Pfanne macht, ein Steak, bei mittlerer Hitze, dann kann man Pfeffer mit. Also man kann Pfeffer auch beim Steak-Grillen mit anrösten. Kann auch interessant sein, ja. Genau, funktioniert. Aber ja, in der Regel bringt es keinen Vorteil, Pfeffer vorher dran zu bringen, weil A, Pfeffer kann gar nicht in die Zellen diffundieren. Der kann nicht einziehen. Der ist zu groß dafür, rein chemisch gesehen. Also physikalisch gesehen. Und deswegen, nachher pfeffern, hat man frischen Pfeffer. Wenn man aber, vielleicht können wir da auch ein Video mal drüber machen, Pfeffer am Steak so grillt oder brät, dass der mit angeröstet wird, schmeckt natürlich gerösteter Pfeffer auch nicht schlecht. Hat einen eigenen Charakter. Ja, absolut. Schönen eigenen Charakter. Aber muss gekonnt sein, damit er nicht verbrennt. Genau. Noch eine Frage, gerne. Eine ganz andere Frage. Macht jemand nächste Woche auf deinem Rösle G3S 20 Burger? Muss er irgendwas beachten? 20 Burger auf einem Drei-Brenner-Gasgrill. Muss man was beachten. Ja, Fettbrand. Let's Fett. Genau. Man sollte auf jeden Fall diese Burger nicht gleichzeitig auf die gesamte Grillfläche legen und hoffen, dass das gut geht. Sondern ich würde maximal drei Viertel der Grillfläche, also über zwei Brenner, diese Burgerscheiben verteilen, damit ich ein Drittel habe, um den Burger mal aus der Flamme zu retten, wenn der da drin liegt. Ja, und würde die Burger wirklich nach und nach machen. Das würde ich beachten. Dann kriegt man es hin. Ich würde gerne nochmal ein Close-Up machen von diesen Tellern. Sieht fantastisch aus. Also angerichtet stehen. Für diejenigen, die die Box nicht haben. Diejenigen, die die Box jetzt natürlich haben, guten Appetit euch schon mal. Und die, die die Box nicht haben, einfach nochmal so ein... Mein Beileid, ja. Nochmal so ein schönes Bild. Das sieht wirklich fantastisch aus. Caesar Salad ist, sieht nach grünen Blättern aus, aber ist unfassbar lecker. Das sieht jetzt nicht mehr nur nach grünen Blättern aus, also mit dem Steak und dem Bacon dabei. Wir haben auch viel Fleisch aufgepackt, ja. Eine Frage. Was haltet ihr davon, etwas Rohrzucker ans Steak zu machen, wenn man es etwas karamellisiert? Muss man aufpassen. Ja, das ist noch gefährlicher als Pfeffer, weil... Bitte? Ach genau, die Frage wiederholen. Ja, also was hält man davon, wenn man Zucker ans Pfeffer gibt? Frage genau war nach Rohrzucker. Muss man aber sagen, Rohrzucker oder Zucker spielt jetzt erstmal dafür gar keine Rolle. Zucker verbrennt sehr schnell. Viel schneller als Steak eben Röstaromen entwickelt. Und deswegen ist das sehr gefährlich. Das heißt, meistens tut man sich damit keinen Gefallen, weil man fördert zwar diese Maillard-Reaktion, die man haben will, allerdings nicht in dem Temperaturbereich, den wir beim Grillen benutzen. Deswegen würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Oder bei Zucker, ähnlich wie da mit dem Salz, Dry Brine, damit der Zucker auch so ein bisschen sich schon mit dem Fleisch verbinden konnte. Dann kann ich damit eine Maillard-Reaktion fördern. Ansonsten ist das ähnlich wie bei Marinaden. Da sehe ich ganz häufig, dass das marinierte Fleisch eben da, wo die Marinade ist, schon schwarz ist. Das schmeckt nicht so bitter, wie wenn Fleisch schwarz ist, aber es ist eben nicht das, was wir wollen. Und davon mal abgesehen, ich persönlich mag es auch nicht. Also dieses Süße an einem Steak, das schmeckt mir nicht. An einem Rinder-Steak auch nicht. Bei Schweinefleisch ist das ja häufiger mal so, dass Schweinefleisch einfach mariniert wird vorher und da ist immer eine ganze Ecke Zucker drin. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Bei einem Rindfleisch-Steak, da verzichte ich manchmal sogar auf Salz. Aber dann muss, also Salz finde ich, gibt immer nochmal einen Kick. Aber es gibt ja Steaks, wo dieser Salzgehalt vielleicht ja sogar schon drin ist. Gucken wir ja gleich mal. Wir dürfen niemals vergessen, Salz ist der älteste Geschmacksverstärker der Welt. Ja, genau. Die nächste Frage. Dankeschön. Ja, das ist cool. Wir haben so coole Whisky-Feuerlöscher, das müssen wir mal machen. Wo jeder denkt, ob man die Feuerlöscher trinken kann. Kann man aber nicht. Ja, also Fettbrandverhalten, beim Fettbrand, ich muss wieder die Frage wiederholen. Verhalten bei Fettbrand, ein Video zu machen, was Feuerlöscher, wie man sich verhalten sollte und so weiter. Die ganz kurze Antwort jetzt ohne das Video, Ruhe bewahren. Ein Fettbrand in einem Grill ist überhaupt nicht schlimm. Haube auf, Brenner aus, alles was da drauf liegt runter holen und dann warten. Abbrennen lassen, genau, Flasche abdrehen, Flasche abdrehen, es darf kein Gas mehr ausströmen, das sollte klar sein, setze ich jetzt mal voraus. Und dann einfach abwarten, das brennt ab und dann gucken, dass hoffentlich nichts der Elektronikteile beschädigt wurde. Das ist somit das, was am Grill passieren kann. Ansonsten funktioniert danach aber auch der Grill wunderbar. Gute Grills vertragen Fettbrand. Korrekt. Es gibt auch extra Fettbrandlöscher mit so einem extra Löschmittel, würde ich aber nicht in den Grill sprühen. Dann hat man den total, dann muss man den auseinanderbauen und die komplette Grundreinigung machen. Im Worst Case, wegen Feuerlöscher, war ja auch die Frage, welcher so ein ABC-Feuerlöscher, den könnte man verwenden. Es gibt aber auch für die, geil gerade, sorry, es gibt aber auch extra Schlauchbruchsicherung. Die kostet, glaube ich, ein Zehner. Die kannst du mit an die Flasche machen und es gibt auch noch Druckminderer für die Flaschen. Und das ist zumindest eine kleine Schlauchbruchsicherung für den Zehner. Die wird an das Gasventil, was an der Flasche ist, zwischengeschaltet. Finde ich, muss dran sein. Wer dazu Fragen hat, wo man das bekommt, auch grillguts.de. Und da gibt es auch Schlauchbruchsicherung mit Barometer und mit Schlauch- oder Druckminderer mit Schlauchbruchsicherung und Barometer. Je nachdem, was ich gerade gesagt habe. Ja, nächste Frage. Habt ihr einen Tipp für die Smashburger mit eurer Hackbombe? Die Frage war, habt ihr einen Tipp für unsere Smashburger mit der Hackbombe? Die Gefahr ist groß, dass ich jetzt einen zweistündigen Monolog starte, über was für coole Dinge man damit machen kann. Es gibt die ganz einfache Sache, diese 360 Gramm Hackbombe, also 2 mal 180. Du kannst weder zwei Steakhouse-Burger draus machen, also 280 Gramm Patties oder 4 90 Gramm Patties. Das heißt, du machst dann so einen Double-Burger, 2 90er übereinander. Und dann auch Smaschen am besten bei 90 Gramm. Smaschen, genau, bei 90 Gramm Smaschen. Die kannst du nicht medium machen, aber willst du in dem Moment auch gar nicht. Du smash die und Salzmenge pro Hackbombe, pro 360 Gramm Hackbombe machst du ungefähr einen Teelöffel. Nicht gehäuft, so einen schönen flachen Teelöffel. Pfeffer nach eigenem Gusto so ein bisschen rein. Oder die Gewürze, die man gerade geil findet. Und dann immer einen Ticken größer smashen, das Patty, als das Brötchen. Weil das zieht sich immer noch so ein bisschen zusammen. Weil Hackfleisch hat keine Bindung, wie ein Steak. Und es zieht sich immer noch so ein bisschen zusammen, damit es am Ende dann halt die Größe hat vom Brötchen. Das sollte man machen. Ein bisschen größer immer als das Brötchen smashen. Und beim Smashburger kann man auch einfach wirklich so fest, wie es geht da drauf, dass der richtig, richtig dünn wird. So ein Smash Patty darf auch gerne mal so ein paar Löcher haben. Das ist auch nicht schlimm. Das ist geil. Ja, genau, weil es richtig crunchy wird da. Wenn das Fett durch die Löcher blubbert. Genau. Und dann doppelt Fleisch, doppelt Käse und du beißt da rein und dann zieht das solche Fäden. Wie schmeckt es dir? Sehr gut. So, dass ich gerade den Burger, über den wir reden, gar nicht vermisse. Also wirklich fantastisch. Man muss ja, das sind die ersten zwei Gänge, sind ja mehr oder weniger noch die Vorbereitung auf den Hauptgang gleich. Das sind so die Vorspeisen. Anderhalb Stunden. Ja, vollkommen. Also anderthalb Stunden sind wir jetzt dabei. Wunderbar. Und zwei Gänge haben wir schon. Das darf von Abend auch gerne dauern. Ja, muss mindestens. Ja. Heute ein Video gemacht über ein Grillhähnchen-Rezept. Mega einfache Nummer. Super schnell. Feedback bisher auch extrem positiv. Aber ist in der Regel immer. Nur einziger Kritikpunkt war, warum so ein schnelles Rezept? Ich will beim Grillen doch wirklich Zeit haben. Und ich will auch lange grillen und lange am Grill stehen. Und da war wirklich dann so ein ganzes Grillhähnchen in unter einer halben Stunde. Das hat getropft wie ein Kieslaster. Also das war wirklich ein saftiges Ergebnis. Saftiger geht es nicht in unter einer halben Stunde. Aber die einzige Kritik war, wir wollen mehr Zeit beim Grillen verbringen. Es ist ja aber auch eine Meditation. Ich bin auch ein Mensch, der im Winter unfassbar gerne grillt. Einfach draußen am warmen Grill stehen. Am besten noch irgendwas smoken und einfach diese meditative Zeit genießen. Es ist eine Lebenseinstellung. Komplett. Ja, und was Soziales. Also für mich ist es was total Soziales. Also seit ich denken kann, bin ich selbstständig. Und meine Freizeit habe ich immer mit Grillabenden verbracht. Mit Freunden, Familie und Co. Geht mir genau. Und das verbinde ich einfach mit dem Grillen. Das macht es total emotional. Nächste Frage. Gerne etwas langsamer hänge ich irgendwie hinterher. Mein Kack zieht noch auf 6 Minuten nicht gerade. Okay, dann quatschen wir ein bisschen. Dann gerne mal Fragen in die Kommentare, in den Chat reinhauen. So viel wie geht. Fragen, Fragen, Fragen. Dann können wir ein bisschen quatschen. In Ruhe noch aufessen. Wir haben auch noch ziemlich viel Bacon. Können wir mal einen Burger zwischendurch machen. Oh ne. Machen wir nachher dann, wenn die Kamera aus ist. Ja, stimmt. Tatsächlich. Gerne. Nochmal so. Hinter unserer YouTube-Ecke hier lagern unzählige Tonnen. Danke. Genau. Vom geilsten Fleisch. Also vielleicht packt es uns ja hier gleich nach dem Video. Wir schalten nochmal einen Gang hoch. Wir werden auf jeden Fall was mitnehmen. Also mit leeren Händen gehen wir nicht nach Hause. Willst du noch was? Hast du noch? Ich hab noch. Dankeschön. Danke. Wir können ja nochmal so ein paar Storys machen. Am Ende. Also jetzt, wenn der Livestream vorbei ist. Geht mir nochmal ins Kühlhaus. Genau. Guckt ein bisschen Fleisch. Und wenn ihr Bock habt, guckt einfach danach in eure und wahrscheinlich auch in unsere Story. Und dann könnt ihr uns auch so ein bisschen nach dem Livestream verfolgen. Die Show nach der Show. Die nächste Frage. Ist das Thema Alu-Druckgusswanne und Fettbrand eher ein Mythos? Oder kann der Kilder bei einem Fettbrand tatsächlich etwas leiden? Naja, also bei einem Fettbrand können halt schon sehr hohe Temperaturen entstehen. Und die Hersteller sagen natürlich, bei so hohen Temperaturen können wir jetzt für unsere Garantie nicht mehr gewähren. Deswegen, wenn dann nachher was passiert, kann so ein Hersteller gerne mal sagen, nee, Entschuldigung, mit Fettbrand und Co. verfällt die Garantie. Es ist natürlich die Frage, ob der Hersteller das erfährt, dass es da einen Fettbrand gab oder nicht. Und ansonsten hat man hoffentlich einen sehr guten Grilldealer seines Vertrauens, bei dem man dann den Garantieanspruch irgendwie gelten machen kann. Und dann passt das schon. Aber dass da was bei einem Fettbrand kaputt geht, ich persönlich habe es noch nie bei irgendwem erlebt. Meistens ist es eher eine Panikreaktion, die dann dem Grill Schaden zufügt. Es gibt so ein paar lustige Videos, wo die Leute dann ihren brennenden Grill vom Balkon kicken. Und dann entstehen eher Folgeschäden, aber ansonsten nicht. 300 Euro Grill, bam, unten auf den Porsche geworfen. Genau. Oh geil. Ich freue mich so, dass wir von dem Dressing noch was übrig behalten haben. Dann kann ich meine Frau Greta morgen glücklich machen und mache ihr nochmal so einen schönen Salat. Ja, das ist wirklich ein gutes Dressing und passt auch wirklich hervorragend wieder zusammen. Aber auch wenn wir jetzt drei Gänge geplant haben und ich glaube, die meisten am Ende auch wirklich satt werden, ich könnte einfach noch mehr davon essen. Das ist ähnlich wie mit dem Tatar. Ich will einfach weiter reinschaufeln. Also, die Evolution hat gemacht, dass wir ja auch unfassbar viel Fleisch essen können. Bis heute hat sich das sehr gehalten in unserem Körper, dass wir uns ja auch drei Kilo oder sowas reindrücken können. Drei Kilo Steak? Ich selber habe mal 1,8 Kilo gegessen, aber da war ich 16. Ich habe letztens irgendwo gehört, es gibt in Amerika irgendwie einen Laden, da kriegst du kostenlos ein 1,5 Kilo Tomahawk Steak. Wenn dir das in unter einer Stunde aufisst, da habe ich gesagt, würde ich immer kostenlos essen. Wo ist das Problem? Challenge accepted. Gar kein Thema. Aber dieses, was ich gerade sagte, die Evolution hat gemacht, dass wir bis heute viel Fleisch auf einmal essen können. Und du hast auch nicht so dieses komische Völlegefühl danach. Klar bist du extrem satt, aber es ist einfach, weil wir früher haben ja die Tiere gejagt in der Steppe, als wir noch Jäger und Sammler waren. Oder auch noch, als dann irgendwann die Menschen sesshaft wurden und auch Fleisch gegessen haben. Die hatten keine Kühlung. Und das Fleisch musste binnen weniger Tage verzehrt werden. Es konnte nicht haltbar gemacht werden. Und es wurde einfach rein, 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 rein. Und das hat sich bis heute, nicht so extrem natürlich, aber bis heute gehalten. Gut, der eine macht es extremer, der andere weniger. Ja. Unterscheiden sich die unterschiedlichen Jahresvarianten der Videro GPS deutlich voneinander? Das kommt darauf an, über welche Jahresvarianten wir sprechen. Aber jetzt 2021, 2022 und 2023, nein. Die Frage vielleicht nochmal wiederholen. Ach genau. Genau, also die Frage nochmal wiederholen. Rösle-Videro-Reihe. Rösle-Videro-Reihe. Genau, Rösle-Videro-Reihe unterscheiden sich die einzelnen Jahresvarianten stark voneinander. In den Baujahren 2021, 2022, 2023 nicht. Davor ja. Genau. Aber ich glaube, keiner verkauft mehr ein Rösle wie Dero 2020 oder 2019. Und wenn, als Gebrauchtgrill würde ich mir den nicht unbedingt holen. Ja, nächste Frage. Welchen Trill-Dealer des Vertrauens empfiegt ihr denn so? Keine Ahnung. Das fällt mir auch keine Ahnung. Das wissen wir nun wirklich nicht. Ja. Ja, sehr wahrscheinlich uns selber. Also neuerdings, ihr verkauft ja relativ frisch. Ja, wir verkaufen alles, wo wir sagen, wir finden es halt geil. Also jede Marke von Napoleon, Bräuking, auch Rösle ist mit dabei. Bull, Otto Wilde jetzt demnächst. In zwei, drei Tagen geht es damit los. Allgrill, Flammkraft. Für Pizzaöfen, Alpha Pizza. Wir haben California Lynx mit im Programm. Monolith IQ Grills für Keramikgrills. Und so weiter und so fort. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Und tatsächlich, deswegen haben wir beide ja auch gelacht. Es ist bei uns ja so, dass man neuerdings bei uns auch, beziehungsweise in den nächsten Tagen Grills kaufen kann. Wir haben den Online-Shop. Wir haben deutschlandweit die Händler. Aber wir haben auch vor Ort hier einen Vor-Ort-Verkauf. Wir haben immer mehr Menschen zu uns fahren, wo wir uns natürlich sehr freuen. Und um das Einkaufserlebnis hier vor Ort nochmal deutlich zu verbessern, haben wir 450 Quadratmeter. Ich finde das total krass. Ausstellungsfläche, wo wir auch oft grillen. Wir machen ja auch Seminare und einfach viel Erlebnis. So ein Ort zum Fachzempeln. Noch eine Frage. Ist Adventure auch beim Frühlingsfest von Grillgutsch dabei? Ist Adventure auch beim Frühlingsfest von Grillgutsch dabei? Ja. Ja. So kurz und knapp kann man das beantworten. Ich selber komme auch. Wir haben ein Team von sehr, sehr vielen Leuten, die deutschlandweit auf Messen fahren. Wir haben Events auch von Sylt bis Südtirol, habe ich immer gesagt. Das war vor Corona. Wir hatten tatsächlich vor Corona 160 Wochenendtermine im Kalender. Totaler Wahnsinn. Und natürlich schaffe ich das nicht, überall selber hinzufahren. Aber zu euch komme ich in dem Fall dann auch selber. Das ist das Event an dem Tag. Was anderes gibt es ja nicht. Und wir werden dann auch Zeit zum Fachzempeln haben. Aber schaut auch gerne bei uns mal vorbei. Wenn jetzt schon eine Frage in die Richtung von Adventure ging, kommt gerne mal vorbei. Wir haben auch zwei Hauptevents im Jahr. Save the Steak Day Sommer Edition und Save the Steak Day Winter Edition. Da sind tatsächlich auch gut und gerne mal so 1200 bis 1500 Leute hier, was total irre ist. Geil. Wo wir auch Live-Musik machen, wo wir grillen und all die coolen Dinge tun. Mega. Gut, machen wir. Achso, einmal die Frage in den Chat. Wer ist jetzt noch nicht so weit mit dem Gang? Genau, die zwei in den Chat schreiben. Wer noch nicht so weit ist, zwei in den Chat. Wer schon so weit ist, kann gerne mal eine Eins in den Chat schreiben. Wer sagt, weiter geht's, ich hab Hunger. Wir sollen weitermachen, eine Eins. Und wer sagt, nee, bitte noch nicht. Wir sind noch am Essen. Oder das Steak braucht noch, dann gerne eine zwei in den Chat. Jetzt haben die Hälfte der, die die Box gekauft haben, kein YouTube-Abo und können nichts in den Chat schreiben. Dann abonnieren. Also die Möglichkeit besteht. Jederzeit. Ihr könnt auch danach wieder deabonnieren, wenn ihr wollt. Ich meine, du musst ja erstmal, um abonnieren zu können, ein YouTube-Abo auch überhaupt haben. Du musst einen YouTube-Account haben, ja klar. Genau. Keine zwei im Chat. Doch, haben wir? Okay. Dann warten wir noch. Für die, die zwei geschrieben haben, wie lange brauchen wir noch? Fünf Minuten oder eher eine halbe Stunde? Wenn ihr was nachlesen wollt oder Fragen habt, wir hatten ja diesen tollen Beipackzettel auch mit in der Box. Da steht auch immer noch alles nochmal drin. Guck mal, David hat sich einen Spickzettel gemacht hier. Den haben alle. Ja. Ja. Ich nicht. Nein. Also fünf Minuten, das kriegen wir sicherlich noch rum. Ja. Und dann können wir weitermachen. Dann können wir den Grill jetzt schon mal wieder volle Kanne vorheizen. Also für alle Gasgriller und Kohlegriller. Ich würde jetzt einmal für das Steak wieder hier zwei Brenner auf volle Stufe stellen. Genau. Und wir brauchen gleich, wir machen ja die, sag schnell, Teppan Yaki. Ja. Brauchen wir ein Töpfchen. Dankeschön. Ihr habt ja das Gemüse mit in der Box. Tempura. Das Wort hat mir gefehlt. Deswegen habe ich nachgeguckt. Du hast Tempura Gemüse. Genau. Genau, zum Frittieren. Braucht ihr ein kleines Töpfchen mit Fett. Und ihr könnt, wenn ihr, ihr könnt eine Fritteuse nehmen, ihr könnt einen Topf nehmen. Und es sollte, ich sag mal so, mindestens zwei bis drei Finger hoch Fett drin sein. Magst du vielleicht einmal das Brett noch desinfizieren? Ja, klar. Eine Frage. Schmeckt man das Desinfektionsmittel vom Holzbrett? Schmeckt man das Desinfektionsmittel vom Holzbrett? Hast du schon das Brett desinfiziert mal? Nee, ne? Doch. Habe ich das? Weiß ich nicht. Soll ich es mal anlecken? Also es ist geschmacksneutraler Alkohol mit drin. Der ist hochflüchtig, auch in einer extrem hohen Konzentration. Und der verdampft und verdunst es sofort, weil Alkohol ist ja hochflüchtig. Ist auch nicht mal wirklich jetzt hier geruchlich irgendwie spürbar. Da würde ich mir keine Gedanken machen. Dem Geschmack ist es auf jeden Fall nicht abträglich. Also alles, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, konnte man keinen Geschmacksunterschied feststellen. Man muss dazu sagen, viele Privathaushalte kaufen fertige Desinfektionsmixe im normalen Handel. Die haben oft irgendwelche Parfüme mit drin, Aromaten, damit es in irgendeiner Form besonders desinfektiös riecht oder besonders reinlich. Das ist wie mit Shampoo, was extra extrem aufschäumt, einfach damit es besonders hochwertig wirkt. Genau. Und das ist halt, ja, das, was wir in der Fleischzerlegung nutzen. Das gibt es so auch nicht als kleine Flasche. Wir kaufen das in Großkanistern. Das ist auch sauteuer, weil man aus einem Kanister natürlich eine Riesenmenge machen kann. Und genau für diese Zwecke ist es halt gedacht, dass wir in der Zerlegung auch die Bretter zwischendurch schnell desinfizieren können. So, da haben wir die schönen Steaks, die Hauptdarsteller für heute. Noch eine Frage. Ich habe meinen Wunsch an dich, Joscha, mehr Keramik-Videos mal machen. Ja, kommt auf jeden Fall. Ich bin sowas von dabei, Keramik-Videos zu produzieren und auch mal zu machen. Es ist tatsächlich so eine Frage der Zeit, dass das einfach etwas länger immer braucht, so ein Keramik-Grill-Video zu machen. Aber kommt auf jeden Fall, keine Sorge. Man sollte auch, wir sprühen hier sehr viel Desinfektion und sowas rum. Ich finde, das A und O ist auch immer, dass Holzbretter gut geölt sind. Ja. Das ist so wichtig. Vor allem auch, wenn die jetzt desinfiziert werden. Also das Erste, was ich zu Hause wieder machen werde, ist, sie hier neu einzuölen. Wobei wir schon seit Jahren mit der Desinfektion auf Holz arbeiten. Das geht wirklich sehr gut, muss ich sagen. Aber auch da natürlich schön dick abseifen und ölen. Richtig satt ölen ist das A und O, finde ich. So, zeigen wir mal so ein Steak in die Kamera, dass wir mal sehen, was wir hier haben. Für die Leute, die vielleicht keine Box haben. Wobei ich glaube, jetzt die Leute, die jetzt noch zugucken, das sind die Hartgesottenen, die auf jeden Fall auch so eine Box haben. Also das, wenn ich zu Hause Steak esse, dann ist es in meinem Steak-Alltag zu 90 Prozent dieses Steak. Das ist für mich mein Old-Time-Favorite. Genau, haben wir es in der Kamera? Ja. Sehr schön. Also hier sehen wir das Steak. Auch mit einer sehr schönen Marmorierung. Wir haben hier beim Rib-Eye diesen Muskel hier. Das ist das Rib-Eye an sich. Und wir haben hier das Cap of Rib-Eye. Und schließt das Rib-Eye. Und das ist tatsächlich so mein Lieblings-Part von diesem Steak. Also für mich gibt es tatsächlich nichts, was so aromatisch und zart und saftig ist, wie dieses Cap of Rib-Eye. Da kommt auch von einem Steak, da habe ich schon lange so ein Video geplant, könnte man vielleicht auf einem Keramikgrill dann auch machen, dass wir dieses Steak tatsächlich auf eine bestimmte Art und Weise einzeln grillen. Losgelöst von diesem gesamten Rib-Eye. Wirklich Cap of Rib-Eye auf eine spezielle Art und Weise genial. So, was man auch machen kann, was ich tatsächlich auch schon oft gemacht habe, ist ein ganzes Rib-Eye am Stück. Und dann die ganze Kappe. Also das ist ja nur eine Scheibe aus so einem ganzen Stück. Und dann tatsächlich die ganze Cap runtergenommen und das separat gemacht. Dann hast du ja wirklich so einen großen Lappen, der wie eine DIN A4-Seite groß ist. Das ist dann wie so ein Flanksteak, nur extrem zart. Weil das Flanksteak halt ein bisschen mehr Biss hat. Gibt es, wir machen mal ein Video, vielleicht machen wir auch so drei Varianten, um das zu grillen. Aber ich hatte eigentlich mal vor, so ein Video zu machen, zu sagen, so das ist wirklich der beste Steak-Cut, den so gut wie keiner auf dem Schirm hat als einzelne Steak, weil es wirklich so ist. Wir wurden oft gefragt, warum kann man das nicht separat bei euch kaufen, nur die Cap? Ja, kann ich dich auch fragen, warum nicht? Ich würde gern. Ja, es wird ein unfassbar teurer Cut. Ja, leider. Ja, man zerschneidet natürlich dann das ganze Rib-Eye und man muss wirklich auch mal sagen, das Rib-Eye hat sich als Handelsname wirklich so bekannt gemacht. Absolut, absolut. Und es wird gut gekauft und wenn wir jetzt wirklich nur die Cap abnehmen würden und wir hätten nur noch dieses Medaillon aus der Mitte, wie würde man das verkaufen? Das würde keiner kaufen, weil der Name bekannt ist. Ja, dann könntest du es noch als Rum-Steak vermarkten. Das würde der ein oder andere... Würde der Fett-Deckel fehlen. Ja, wobei, wenn du das hier mitnimmst, würde der ein oder andere da vielleicht nochmal ein Auge zudrücken. Ich finde den Cut, der dann entsteht, dieses Medaillon aus der Mitte, darf ich nochmal? Ja, klar. Wir haben ja hier diese Cap drumherum und dann dieses Medaillon in der Mitte. Das wären geile Medaillons. Das sind super Stücke. Ich finde das als Zuschnitt total toll und sinnhaft, aber es hat keinen Handelsnamen und würde schwierig abverkauft werden. Wäre sogar auch noch viel aromatischer als ein Filet-Medaillon. Ja, ich mache es zu Hause tatsächlich oft so, dass ich mir das so zerlege. Ich mache es meistens auch, wenn ich ein Rib-Eye-Steak esse und ich tranchiere mir das nachher dann halt, dann trenne ich die einzelnen Muskeln ineinander auf. Das mache ich meistens so. Okay, eine Frage und dann legen wir los. Welches Desinfektionsmittel nutzt dir da? Gibt es einen Hersteller? Da gibt es einen Hersteller. Ja, hatten wir eben schon gesagt. Desinfektionsmittel welcher Hersteller, dass das wirklich so für große Industriebetriebe eigentlich große abgefüllte Mengen sind. Ich weiß nicht, ob du den Hersteller nennen möchtest oder ob den du auf dem Schirm hast. Würde ich jetzt nennen, aber ich habe ihn leider gerade nicht auf dem Schirm. Ich kaufe das Zeug nicht bei uns ein. Es steht überall im Betrieb rum, aber ich kaufe es tatsächlich nicht ein. Es sind große 20 Liter Kanister, glaube ich. Und es gibt die auch nur in Großgebinden. Also du bekommst das nicht als kleine Flasche oder sowas. Weil das, was natürlich ein Konzentrat ist, kostet diese 20 Liter Kanister, ich weiß nicht, ein kleines Vermögen. Also wirklich sau, sau teuer das Zeug. Leider gibt es das so nicht. So, fangen wir an. Ich persönlich würde sogar sagen, wir starten so mehr oder minder fast mit dem Gemüse, auch wenn es nicht so lange braucht wie das Steak. Weil ich liebe es, wenn das Steak möglichst frisch mit dazu kommt. Wenn das Steak schon zu lange liegt und das Gemüse noch ein bisschen braucht, ist es immer schade drum. Wenn das Gemüse noch ein paar Minuten liegt und dann das Steak dazu kommt, ist es um Welten besser. Ja, Frage. Gerne etwas zur Herkunft, Reitung und der Schlachtung des Windes erzählen. Ja, das kriegt der David sicherlich hin und damit wird der Stream jetzt fünf Stunden lang. Wir haben Ult, als wir uns kennengelernt haben, vor geraumer Zeit ultra lange telefoniert, weil wir so Fleisch-Nerd-Telefonate geführt haben. Und beide uns so zugefeuert haben mit... Erzähl ruhig, ich mach mal weiter. Dankeschön, ja. Pass auf mit meinem Messer. Okay. Das ist ein besonderes Messer. Die Rinder, vor allem auch die Red Heifer-Rinder. Wir haben in dem Stream ja auch schon über die Golden Cross-Züchtung gesprochen. Wir haben ja verschiedene Rinder, verschiedene Rinderrassen. Und die kommen aus Nordrhein-Westfalen. Und natürlich je nach Qualitätsstufe und natürlich auch Preis des Fleisches ist es so, dass unsere Zusammenarbeit mit den Landwirten noch immer intensiver wird. Bis hin zu Wagyu, da ist Zusammenarbeit am intensivsten, wo ich auch mit den Landwirten im Austausch bin. Was ist das Muttertier? Was ist das Vatertier? Welche Abstammung haben die? Wir sprechen über Fleisch, was wir planen in vier, fünf Jahren dann von Adventure zu schlachten, wo die Tiere noch nicht mal geboren wurden. Wo wir uns, wo ich mich mit den Landwirten feedbacke auch, wie können wir die Fütterung fein justieren? Welcher Zuchtbulle hat sich jetzt in der Genetik als sehr positiv erwiesen? Was ist Neues am Markt? Und da ist die Zusammenarbeit am aller, aller intensivsten. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die Tiere kommen aus Nordrhein-Westfalen und kleinen Teil Südwiedersachsen. Ich habe mir fünf Stunden untertrieben. Wenn du so anfängst, ich weiß ja, was noch alles kommen kann. Du kennst die ganze Geschichte. Ja, wir müssen es kürzer fassen. Aber es ist tatsächlich so, wer uns von Adventure noch nicht kennt, es gibt in Deutschland zwei Fleisch-Megatrends. Der eine Trend ist High-End-Fleischqualität, was es ja vor 10, 15 Jahren auch nicht gab. Und der andere Trend ist das Bewusstsein zur Regionalität und Nachhaltigkeit. Und wir schaffen es, mit unserem Fleisch beides in einen zu verbinden. Durch eine 14-jährige Erfahrung mittlerweile und durch eine immer intensivere Zusammenarbeit mit den Züchtern schaffen wir es, die Qualität, die man normalerweise nur importieren kann, hier regional vor Ort zu erzeugen. Und das ist das, was uns ausmacht. Und ich behaupte mit Fug und Recht, dass unser Biro-Vagyu, wenn wir jetzt über klassische Steak-Fleisch-Qualitäten sprechen, unser Biro-Vagyu halte ich für besser als alles, was ich auf der Welt probiert habe. Weil es ist nicht nur das Vagyu, sondern es kommt das Reifeverfahren, was wir als Patent angemeldet haben, das Shio-Miso-Aging dazu. Das Shio-Miso-Aging tatsächlich ist auch Bestandteil. Wir haben einen sehr guten Kunden und auch einen Freund von mir, der hat jetzt gerade sein Fleisch-Sommelier gemacht. Und der war jetzt in Augsburg auf der Fleischerhochschule. Und unser Shio-Miso-Aging ist da auch Bestandteil der Ausbildung, auch der Prüfung, wenn du Fleisch-Sommelier werden willst. Aber man merkt, dass ich stundenlang weiterreden könnte, weil ich liebe, was ich tue. Aber jeder ist eingeladen, unser Biro-Vagyu-Shio-Miso-Aging zu probieren mit all dem, was auf der Welt gibt. Zur Fleischer-Kunft, um es auf den Punkt zu bringen, es ist regional. Es ist aus NRW, für mich fast noch regionaler als für dich dann dadurch. Also aus NRW, es sind ausgewählte Landwirte, die auch vorgeschrieben bekommen und mit denen zusammen erarbeitet wird, wie das Ganze gemacht wird. Dann haben wir eben Tiere, die ausgewählt werden dafür. Davon dann die besten Stücke nochmal, die ausgewählt werden, die dann nochmal veredelt wurden durch ein spezielles Reifeverfahren. Also letztendlich ist es fleischtechnisch somit das Nonplusultra. Man kann natürlich sagen, okay, für 5000 Euro pro Kilo kann man vielleicht noch irgendwas anderes machen. Aber für den Preis, muss ich wirklich sagen, ist das schon ein sehr, sehr gutes Produkt. Und was du gesagt hattest, was ich gut finde, weil ich es genau so sehe, das ist Fleisch, was hier aus der Region kommt. Was im Weltvergleich mithalten kann. Und das ist immer so das Problem, was ich an regionalem Fleisch habe bzw. hatte. Also wenn ich bei mir, ich wohne neben Köln und dann hat man auch das Ländliche schon mit dabei. Da haben wir viele Landwirte, die aber einfach keine Ahnung davon haben, wie ich gutes Grillfleisch produziere. Und das ist immer so das Problem. Das ist auch das Problem heutzutage. Viele haben keinen guten Metzger mehr um die Ecke. Und die, die einen Metzger haben, haben leider einen Metzger, der nicht viel von Steakcuts versteht. Und vielleicht auch nicht davon, wo ich mein Fleisch eben entsprechend kaufe, sondern viele Metzger kaufen mittlerweile auch auf dem Großmarkt, wo ich all das Fleisch bekomme, was jeder Online-Discounter-Fleischversand auch mittlerweile verschickt. Und das jetzt wirklich ohne irgendwie Werbung zu machen. Auch wenn ich das jetzt hier anhabe. Wie gesagt, das ist einfach kalt. Und meine Winterjacke passt nicht. Ja, wir kommen doch im Februar mit dem Pullover hier angefahren. Ich dachte, das wäre irgendwie hier noch professioneller Spaß. Ist ja schon, ist wirklich schon geil, was wir hier aufwahren. Okay, aber jetzt einmal für alle, die weiter grillen wollen zum Gemüse. Wir werden es jetzt einmal mellieren. Willst du es vorher ein bisschen trocken tupfen oder nehmen wir die Feuchtigkeit vom Gemüse, um das Mehl da dran haften zu lassen? Wir nehmen das mit auf, weil ich glaube, es ist etwas angemacht. Aber wir lassen das auch so feucht. Ich glaube, Daniel hat das sogar ein bisschen angemacht für uns alle. Und Daniel macht auch oft, also für diejenigen, die es am Anfang nicht mitbekommen haben, Daniel ist bei uns Store-Manager, Event-Manager und macht auch die Seminare. 20 Jahre lang Koch auf der halben Welt gekocht. Und wir haben unsere Ideen zur Kochbox mit ihm gefeedbackt. Und er hat das hier alles umgesetzt, brillanterweise für uns. Und dieses Tempura macht er auch in den Seminaren. Und wir haben es auch in einigen Videos bei uns auf dem Kanal schon oft gemacht. Und das ist wirklich immer besser geworden im Laufe der Zeit. Das ist eine richtig, richtig geile Beilage zum Steak, finde ich auch. Wie viele Leute haben wir eigentlich jetzt schon im Stream so verschreckt? Wie viele Leute haben wir schon abgeschaltet? Wie viele sind wir noch? Wer ist der harte Kern? Gleichzeitige Zuschauer 200. Echt immer noch 200? Okay. Dann sind das wahrscheinlich wirklich so die harten Sorten, die hier mitmachen. Echt noch auch einige ohne Box. Also viele gucken so doppelt mit Family und Freunden und Co. Sehr cool. Ja, wenn wir viele Vierer-Boxen verkauft haben im Durchschnitt. Einige zwei, andere sechs, aber viele Vierer. Ja, vielleicht haben sich auch manche im Nachhinein noch zusammengetan oder so. Stimmt auch. Willst du das Mehl reinkippen oder das Gemüse? Ich überlege gerade. Ich hätte das Mehl so ein bisschen drüber gekippt, aber... Wir haben dieses Ding zum Rausheben. Ich kann es mal... Nee, warte. Ding zum Rausheben. Ah, Schöpfkelle. Schöpfkelle, danke. Schöpfkelle. Also ich mache es zu Hause zumindest immer so, dass ich das da reinkippe, dass ich das da reinkippe komplett und mit der Schöpfkelle und dann so abtropfe. Also wer... Guck mal, und dann müsst ihr zu Hause einmal komplett den Geschirrschrank plündern, damit ihr drei Schüsseln sogar habt. Oder ihr kippt das Gemüse direkt in die eine Schüssel, wo ein bisschen Mehl drin ist. Also ganz normales, haushaltsübliches Mehl, Backmehl. Ich mache es so, wie ich es zu Hause einfach mache. Einfach rein. Einfach rein. Authentisch hier, so wie du es zu Hause machst. Einfach rein. Genau. Finger benutzen, ablecken, wieder rein. Aber ihr könnt natürlich auch das jetzt mit den Händen so unterheben. Ich mache es jetzt nicht, dann hätte ich das alles versaut. Ihr könnt es mit den Händen so unterheben und macht euch das dann durch ein grobes Sieb oder irgendetwas in der Art. Die Gasflasche hier vorher war voll wahrscheinlich, oder? Haben wir genug. Das ist Tempurameh für nachher. Oder? Haben wir jetzt einen Fehler gemacht? Ach, nö. Haben wir einen Fehler gemacht? Ja, das lieber nochmal nachlesen. Wir waren so im Redeflow. Wir waren so im Redeflow die ganze Zeit und haben die ganze Zeit mit Quassel und jetzt, ach, lass mal weiter kochen und bam rein. Aber wir checken das. Gemüse in Mehl wälzen, Rippei blabla anbraten und das Steak. Das machen wir ein bisschen später. Gemüse in Mehl wälzen und danach gut abschütteln. Ja, und dann Tempurameh mit kaltem, nee, ist alles richtig, alles richtig gemacht. Keine Ahnung. Okay. Genau. Weil das ist ja hier Mehl, ne? Genau. Und da ist ja auch, mit dem Tempuramehl ist ja auch Stärke und sowas drin. Genau, deswegen hatte ich extra nochmal gesagt, normales Haushaltsmehl zum Backen, ne? Das jetzt wirklich zu mehlieren, um die Feuchtigkeit zu binden. Ja, also deswegen haben wir es auch nicht irgendwie jetzt abgetupft oder sowas, weil wenn das, so wie ihr das bekommen habt in der Tüte, das Gemüse hatte ja diese schöne Oberflächenfeuchtigkeit, nimmt schön viel Mehl auf. Und der Vorteil ist dann einfach, dass ihr wirklich viel, ich lasse es jetzt auch kurz hier im Mehl noch so stehen, dass ihr wirklich viel Mehl dann dran habt. Denn wenn ihr das dann gleich alles in den dicken Tempurateig, den wir hier als nächstes machen, tunkt, dann habt ihr richtig eine schöne dicke Tempuramasse auf dem Gemüse drauf. Und das ist das, was man ja auch möchte, dass man richtig diesen Crunch hat. Und ich würde auch empfehlen, das doppelt zu frittieren. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einem Topf, Josch, verstellt gerade das Öl schon mal auf den Seitenkocher hier. Wir haben einen kleinen Dattofen bei uns genommen, da ist jetzt so drei Finger hoch Fett drin. Also ein normales Rapsöl, Frittüröl, nehmt das, was ihr habt. Wichtiger, als wie viel Fett da drin ist, ist, dass ihr noch Platz zum Rand habt. Also wirklich so einen Topf immer maximal drei Viertel voll machen, eher nur zwei Drittel. Und dann, weil sonst schwappt das nachher alles heillos über. Und das gibt dann einen Fettbrand, der ist nicht so schön. Ja, und lieber doppelt gesagt, als nach einmal zu wenig. Macht nicht alles auf einmal gleich rein. Gibt es nach und nach rein, sonst kocht der Topf über und das Fett läuft über. Ja, und wenn ihr irgendetwas in der Richtung habt, also klar, man kann Fett irgendwie abgießen, natürlich nicht in Glas oder sowas. Ihr könnt es auch in einer Fritteuse machen. Es ist cool, das doppelt zu frittieren. Das rauszunehmen, dann ruhen zu lassen. Ja, ähnlich wie mit Pommes. Dann dünstet das Wasser aus dem Gemüse nach, zieht in die Tempura-Teig-Panade. Das Gleiche gilt ja auch für Hähnchen, wenn du so Panaden um Hähnchen machst. Lässt es ruhen und frittierst dann ein zweites Mal. Weil die Panade nach dem ersten Frittiergang weicht nochmal nach. Ja. So, wunderbar. Dann Sprudelwasser und Tempuramehl anmixen. Ja, ich habe hier den Spiegzettel. Also lieber einmal mehr drauf gucken als zu wenig. Genau, also Tempuramehl mit kaltem, am besten Sprudelwasser zu einem dickflüssigen Teig anrühren. Eine Frage. Ja, kannst du machen. Dafür, wenn du was für ein... Oder ich muss die Frage wiederholen. Kann ich eine Sizzle Zone auch benutzen, um da den Topf drauf zu stellen oder eine Pfanne? Ja, kann ich machen. Wenn die Sizzle Zone einen höhenverstellbaren Rost hat, dann würde ich den eine Stufe hochstellen. Und dann muss man eben gucken, wie gut die Hitzeübertragung ist. Man kann ja auch so eine Sizzle Zone, also Keramikbrenner, jeder Hersteller nennt das anders, Steak Zone, Sizzle Zone, Prime Zone, Sear Zone, und wie auch immer, kann ich dann ja auch regulieren. Das heißt, ich kann die ein bisschen runterstellen, ein bisschen hochstellen. Wichtig ist jetzt hier beim Frittieren, dass wir nachher so 170 bis 180 Grad haben wollen. Das kann man mit einem Kerntemperaturmesser, also Kerntemperaturthermometer einmal nachmessen. Deswegen habe ich es gerade geholt. Die sind in der Regel ja bis 300 Grad. Genau, richtig. Oder, wenn man das nicht da hat, nimmt man sich irgendwie ein Holzstäbchen, ja, oder ein Holzkochlöffel, hält den da rein und wenn es da Blasen dran wirft, dann haben wir auch die richtige Temperatur erreicht. Gut, Blubberwasser habe ich auch, wolltest du rein? So ein Löffel, oder kannst du auch... Schneebesen? Schneebesen ist noch besser, perfekt. Also nehmen wir uns ein Schneebesen für. Willst du das machen, oder soll ich das übernehmen? Mir egal. Dann, du hast den Schneebesen in der Hand. Ist alles drin, ist alles drin, das heißt, Wasser jetzt nach und nach dazugeben. Ich rühre jetzt einmal trocken durch, falls kleine Klümpchen sind, ist immer ein bisschen cooler. Perfekt. Weil im trockenen Zustand kannst du so einen Klumpen besser kaputt bekommen, als wenn jetzt gleich Wasser zukommt. Und ihr gebt jetzt schluckweise, wäre cool, wenn wir gleich nochmal ein Close-Up bekommen könnten. Ihr gebt das schluckweise rein und versucht dann daraus eine... Mach mal am besten ein Close-Up, das muss ich zeigen, wie die Konsistenz sein würde. Gebt es schluckweise nach und nach rein. Also wir wollen, das heißt ja hier Tempura-Teig. Guck mal, das ist zu fest. Noch ein bisschen mehr rein. Wir nähern uns der Zielkonsistenz immer mehr an. Das ist noch... Das ist zu dick. Das muss noch ein bisschen... Ein bisschen mehr. Arbeitet euch das da rein. So. Das dauert auch, bis das drin ist. Das soll schön klebrig sein und schön pappig sein. Wenn man einmal zu viel Wasser drin hat, ist es zu viel. Also falls euch das passiert, dass euch das zu dünnflüssig wird, könnt ihr das mit ein bisschen Stärke, Mais oder Kartoffelstärke oder aber auch Mehl wieder ein bisschen dicker machen. Aber ich glaube, das ist schon so ganz cool. Ja, das darf nicht noch dünner sein. Es soll so leicht fließen. Deswegen, wenn wir gleich das dann hier rein machen, ich nehme mal hier so was, dann soll das wirklich auch so dick drumherum liegen. Also wie so ein Kleber auch dran sein. Wenn ihr habt, nehmt euch gleich eine Fleischpinzette oder eine oder Holzstäbchen. Dann kann man nämlich das Gemüse da rein machen in den Tempurateig und kann das dann schön da rausheben. Aber das machen wir gleich hier vorne. Wir holen euch dann rum, wenn das Fett heiß ist, das Fett ist muss noch heiß werden. Genau. So. Teriyaki-Glasur brauchen wir gleich für Steak. Ansonsten haben wir das Gemüse und damit haben wir alles, ne? Soweit vorbereitet, dass wir uns ums Fleisch kümmern können. See. Sehr schön. Mein Lieblingspart. Das ist irgendwie auch so nach wie vor das, was ich am liebsten grille. Ein schönes Steak. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich esse auch gerne Wild, ich esse Geflügel, ich esse auch Fisch, ich esse alles. Aber das, was mich so packt, wo ich Heißhunger bekomme, wo ich dann denke, jetzt so ein Steak. Auch wenn man mal länger irgendwie so ein Steak nicht gegessen hat, man hat so Hunger und Feierabend, da kann es auch egal, wie spät sein, manchmal denke ich mir einfach wirklich so ein richtig geniales Steak. Einfach pur, jetzt nimm dir dein Steak aus dem Kühlschrank, geh zum Grill, einfach nur ein Steak und dann sitzt du da nachts um 0 Uhr und grillst einfach nur Steak pur. Ich weiß genau, was du meinst. Und dann setze ich mich doch zu Hause hin mit einem Brett und ich esse dann auch tatsächlich mit einem wirklich, mit einem großen Messer und einer Gabel. Nicht um das bewusst männlich zu machen, sondern einfach, ist ein Rasierkling, scharfes Messer, ein gutes Stück Fleisch, so ein Rib-Ei-Gewürze, so ein bisschen Salz, Pfeffer. Genau. Aber bei Steak haben immer mal wieder Leute auch so ein bisschen Schiss, es einfach so zu verhauen, wenn ich jetzt so ein gutes Steak habe. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie erfahren ihr seid. Also für die Leute, die sagen, ich muss bei einem Steak, mache ich mir gar keine Gedanken, ich kriege ein Steak immer perfekt hin, die schreiben mal eine 2 in die Kommentare und wer sagt, ja, ich würde schon gern jetzt genau wissen, wie ich mit dem Steak umgehen soll, die schreiben mal eine 1 in die Kommentare und dann können wir da möglichst genau drauf eingehen, damit das Steak auch nachher wirklich perfekt wird bei euch. Und auf Steak selber gehen wir gleich auch nochmal ein, weil das ist ja jetzt kein 0815 Steak, was wir hier liegen haben. Wenn es für euch 0815 Steak ist, weil ihr das jeden Tag habt, Glückwunsch. Großen, großes Glückwunsch sogar an der Stelle. Und wie viele, was haben wir? Haben wir 1 und haben wir 2? Bitte? 1 liegt vorne knapp, mehr oder mehr, also halbe, halbe. Halbe, halbe. Okay, aber da haben wir einige, die wirklich auch nochmal was dazu wissen wollen und einige, die es wirklich gut hinkriegen. Also Glückwunsch. Das sollte auch so sein, wenn man meine Videos kennt. Und... Ich habe eine andere eine 2 dank mir. Also viele Leute schreiben eine 2, manche Leute schreiben auch noch eine 1. Ich glaube, die 2 liegen ganz knapp vorne. Oder jetzt die 1en. Okay, gut. Also dann mehr meiner Videos gucken, dann klappt das auch mit dem guten Steak. Aber du kannst vielleicht in der Zwischenzeit was kurz zum Steak erzählen, was das jetzt hier genau ist. Ja, ich war, wer mich gerade vermisst hat, im Bild, ich habe Holzstäbchen gesucht. Ich koche zu Hause tatsächlich viel mit Stäbchen. Ja. Weil sich das so pinzettenförmig oft anbietet. Weil wenn du jetzt mit einem großen Löffel da reingehst, hebst du dir den ganzen Tempurateig mit in das Frittierfett. Kannst du mir ein Zeber geben? Gerne. Eine Küchenrolle. Ich sage immer Zeber. Und ja, zum Fleisch sagtest du, wir haben jetzt hier eins meiner Lieblingssteaks und ich glaube auch, wie du vorhin sagtest, eins deiner Lieblingssteaks. Ganz einfach, weil ich finde, dieses Steak hat eine richtig, richtig geile Preisleistung. Klar sprechen wir nicht über Preise wie Discounter. Discounter, keine Frage, aber im gehobenen Fleischbereich eine geile Preisleistung finde ich einfach ein Superstück. Wir haben eine coole Marmorierung, eine gute Marmorierung. Wir haben viel guten Fleischgeschmack und es ist Shio Miso Aged und Red Heifer ist sowieso absolut Topseller bei uns. Was ich gerade gemacht habe, macht das mal. Nehmt euch irgendwo eine Ecke, wo ihr so ein bisschen Fleisch habt und schneidet mal wirklich so eine ganz dünne Tranche einfach mal runter und diese dünne Tranche wirklich einfach mal probieren. Willst du auch? Gerne. Hier ein bisschen Fett. Genau, können wir auch in die Kamera einmal reinschneiden. Ich hoffe, ich kriege es hier hin. Wie professionell, wir sind mit zwei Kameras. Genau, so sieht man das gut. Ja, dann schneiden wir hier einfach mal so eine dünne Tranche runter. Die ist jetzt für den David. Dankeschön. Ich will aber auch noch mal. Und dann merkt ihr direkt, das Steak ist nicht gesalzen. Es ist nichts dran. Du merkst, wenn du Steak roh probierst. dieser, man nennt das kurzen Biss. Genau. Wenn du beißt und die Zähne vorne kappen sofort die Faser. Und das Fleisch hat einen richtig schönen Stand. Das hat eine Steifigkeit. Das ist ein Zeichen dafür, dass es gut abgehangen wurde. Und aber es hat auch jetzt schon einen wunderbaren Schmelz so im Mund. Also es war jetzt Cap of Rip Eye, was wir abgeschnitten haben. Ist natürlich auch das beste Stück davon. Aber es ist wirklich jetzt schon mal fantastisch und man schmeckt jetzt schon, dass es eigentlich gar nicht viel Salz braucht. Und da ist jetzt auch das Thema Steak vorher salzen. Das kann ich jetzt noch gar nicht abschätzen, ob ich es salzen muss, wie stark ich es salzen muss. Und deswegen mache ich das mittlerweile eigentlich auch so gut wie gar nicht mehr. Oder mitunter deswegen. Fett hat jetzt 125 Grad bei uns. Ein bisschen brauchst du noch. Ich habe gerade das Fett gemessen. Ja, obwohl ich es jetzt schnell hochgegangen. Okay. Wir haben ja gerade erst im Brenner vor ein paar Minuten angemacht. Ja, und dann können wir das Steak auch gleich langsamer auflegen. Ja. So, Fett einpendeln bei euch im Stream zu Hause 170 Grad plus minus 10. Genau. Wenn ihr da irgendwo landet, seid ihr immer gut dabei. Wunderbar. Grill muss jetzt volle Pulle vorgeheizt sein. Das Fleisch minimal einfetten, damit wir es jetzt schön angrillen können. Oder sollen wir es rückwärts machen, was vorwärts? Machen wir es vorwärts, oder? Ja, machen wir es vorwärts. Ja, sonst dauert es zu lange. Der Grill, der hat jetzt schon so viel rum. Ich glaube, vorwärts ist es auch einfacher. Genau, ein bisschen einfetten. Ich nehme jetzt hier auch mein Fettrennspray. Wenn ihr das habt, könnt ihr das auch machen. Ist tatsächlich nichts anderes als Pflanzenfett von beiden Seiten. Und dann darf es auf den Grill. Wollen wir das mitnehmen? Nebenkamera? Genau, da kann man es wunderbar sehen. Ah, ich kann es auch sehen. Sehr schön. Hat man gut gesehen. Dann würde ich sagen, kommt die Nebenkamera jetzt mit an den Grill und wir legen das Steak einmal auf den Grill drauf. Wenn man zu Hause einen scharfen Schnaps hat ja nicht schmeckt, dann kann man auch das Spray vorher in den Mund und dann. Warte kurz, dann kommt Herrmann mit der Kamera. Gut. Dann, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt so ein gutes Stück Fettcap jetzt noch beim Steak dran hättet, habe ich jetzt nicht. Damit den Rost einmal schön einfetten, mache ich ganz gerne und dann das Steak entsprechend auf diesem Platz auch legen. Da ist Wumms drin. Da ist Wumms drin. So soll es aber auch sein. Und jetzt immer das Steak so ein bisschen andrücken. Dadurch wird es nicht trockener, überhaupt nicht, sondern es kriegt Kontakt zum Rost. Und das ist wichtig bei so einem Steak. Und jetzt können wir mehrere Methoden machen. Entweder wir lassen es jetzt so lange liegen, bis wir sagen, die Röstaromen sind perfekt oder wir flippen es, bis die Röstaromen perfekt sind. Und je schlechter ihr einen Grill kennt, desto mehr würde ich euch empfehlen, so ein Steak zu flippen. Und ich kenne diesen Grill jetzt hier vom David nicht und deswegen flippe ich. Aber ihr seht jetzt schon hier wunderbare Röstaromen. Wenn man sich das ansieht, die sind richtig schön braun, die sind nicht schwarz. Deswegen, wenn man einen Grill nicht kennt, lieber einmal zu viel drehen als zu wenig. Weil, wenn ich schwarze Streifen einmal habe, ist das Steak bitter. Und damit versaue ich mir den Geschmack. Wir haben eine Frage, gerne. Wo liegt man preislich bei einem Steak? Ich würde sagen, 30, 40, 50 Euro, so um den Dreh. Das kommt ganz auf die Dicke an. Es gibt ja verschiedene Cuts. Viele Leute mögen ihre Steaks gerne so dick wie möglich. Kann ich auch verstehen. Hat man mehr davon. und wird auch häufig saftiger. Auf der anderen Seite ist bei so einem Steak auch eigentlich ganz angenehm, wenn es einen höheren Fettanteil hat, wenn es ein bisschen dünner ist. Also das ist jetzt hier schon so eine Steak-Dicke, wo ich sagen würde, perfekter Kompromiss. Das esse ich so in der Steak-Dicke sehr, sehr gerne. Auch wenn man manchmal gerne drei, vier, fünf Zentimeter Steaks hat, braucht es aber nicht immer. Genau. Ich gucke mal hier parallel noch mal nach dem Öl. So, dann bin ich wieder. David ist wieder da. Ich habe, wir haben da hinten Equipment, um jetzt sofort 5000 Leute zu begrillen. So, Öl ist auf Temperatur. Ich finde die Stäbchen nicht. Sollte es loslegen, sonst wird das Öl gleich zu heiß. Ja? Ja. Ich habe mir jetzt sowas besorgt. Das ist ein Fleischspieße, weil ich genau das hier machen möchte. Einfach. Das ist schön, weil wenn ihr jetzt sowas Dünnes habt, ne, nehmt euch eine dünne Zange oder sowas, aber ich finde es halt gut, dann kann man es so flippen und es bleibt nicht viel zurück. Wenn man das gleich plumpsen lässt in das Fett, ne? Deswegen wollte ich sowas haben. Komm gerne ran zu mir. Ich mache jetzt hier Tempura. Ich habe jetzt hier das Gemüse. Einfach rein so ein bisschen. Nicht alles. Ich mache so ein bisschen was rein. Können wir ganz kurz für die Leute, die vielleicht gerade mit ihrem Steak überfordert sind. Dann bin ich auch sofort fertig. Einmal hier rüber. Also, Röstaromen sind dran. Der heiße Bereich. Der heiße Bereich ist jetzt so runtergeriegelt, dass ich einen Brenner wieder ausgemacht habe, den anderen Brenner auf kleinste Stufe und die Steaks davon entfernt gelegt habe. Wir haben die Röstaromen so, wie wir sie haben wollten. Entweder schön im Schachbrettmuster oder noch ein paar mehr Streifen mit dazu. Kommt drauf an, wie gesagt, wie ihr es gemacht habt. Und jetzt haben wir hier im Kern, genau, komm mal ran. Jetzt sind wir bei 26,9, 27,0, 27,1. Es steigt ganz langsam die Temperatur. Und dabei hatten wir jetzt bis auf eine Kerntemperatur so von 50 bis 52 Grad. Würde ich jetzt hier nehmen. Was sagst du? Ihr könnt auch, also 50 bis 52 ist rare bis medium rare. Ihr könnt natürlich auf medium gehen, dann geht auf 54, 56, 56. Ich sage jetzt mal allgemein, tauglich bei so einem Steak würde ich jetzt für meine Gäste 55 Grad anpeilen und es runternehmen. Dann habe ich nachher 56, 57, 58 Grad. Das ist so das, was so der breiten Bevölkerung, sage ich jetzt mal, schmeckt. Wenn ich jetzt ein Steak anschneide und da kommt roter Steak Saft raus, sagt, das ist ja noch blutig. Wenn ihr aber sagt, nee, ich mag mein Steak bei 52 Grad so richtig schön, dann ist das ein Steak, mit dem man das hervorragend machen kann. Ich finde, nicht jedes Steak kann man bei 50 bis 52 Grad gut essen. Manche Steaks werden bei 56 Grad einfach noch mal besser. Dieses Steak nicht. Es wird aber auch nicht schlechter. Deswegen, so wie ihr es möchtet. Bei dem Chiamiso muss man noch mal dazu sagen, es ist auch wirklich sehr, sehr garpunktflexibel. Ja. Du kannst es machen mit 48, was mir persönlich ein Ticken zu wenig ist. Du kannst es auch machen mit 65, was wirklich hoch ist. Aber es hat ein gutes Wasserhaltevermögen und es bleibt auch zart. Muss man wirklich mal sagen, es ist everyone's darling. Und wir sind jetzt gerade parallel. Du standest hier, ich stande da und wir haben zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Es kann ja auch sein, dass da jetzt beispielsweise jemand die Box gekauft hat und will seinen Liebsten zu Hause damit begrillen und kocht gerade alleine und der kommt ins Schleudern. Ja. Ganz ruhig bleiben. Genau. Der Grill, das Steak ist jetzt hier indirekt und wenn es auch auf Temperatur ist und ihr merkt, es habt so 50, 51, 52, dreht die Hitze so weit runter, dass der Grill nur noch 70, 80 Grad oder sowas hält. Dann haltet das einfach warm. Oder noch weniger. Einfach ausdrehen, den Brenner und das Steak noch drin liegen lassen. Ja. Das geht. Also kommt da nicht ins Schleudern, aber deswegen machen wir es jetzt nicht so wie es in der Anleitung steht direkt von Anfang an, sondern nachher und wir machen auch gleich noch die Glasur drauf. Habe ich jetzt auch beim Angrillen nicht drauf gemacht, damit die nicht mit verbrennt, aber damit bepinsel ich das gleich, sobald der David jetzt mit dem Gemüse fertig ist. Wir haben noch eine Frage. Ja. Kann das Trennspray im Sommer im Unterschrank gelagert werden ohne Probleme und das Steak dann mit Ölen oder geht das Öl kaputt? Geht das Öl kaputt? Es ist, wenn ich es jetzt beurteilen müsste, du hast wahrscheinlich auch noch keine Erfahrungswerte damit, glaube ich. Ich habe schon Erfahrungswerte damit. Wir haben das Spray jetzt so seit einem Jahr. Mir ist es noch nie kaputt gegangen, aber ich würde mal abhängig davon machen, wie oft man grillt und wie sehr es der Sonne wirklich ausgesetzt ist. Wenn ich das jetzt als Lebensmitteltechniker beurteilen müsste, würde ich sagen, es ist ähnlich wie ein Mineralwasser, was durch die Kohlensäure und den Druck ja haltbar gemacht wird. Das Gleiche ist da. Und ich vermute, ich kann es nicht beschwören, aber ich vermute, dass es resistenter und haltbarer ist, dadurch, dass es da unter Druck steht. Ich gehe auch davon aus, vor allem ist es ja auch etwas, was wirklich gut isoliert ist gegen irgendwelche Fremdstoffe. Wenn ich jetzt normalerweise Öl habe, kann da immer mal wieder was reinkommen und das kann bei dieser Sprayflasche einfach nicht so leicht da reinkommen. Man muss auch mal sagen, egal ob das jetzt das Öl ist oder selbst ein Bier in einer Dose, der beste Aufbewahrungsort oder ein sehr, sehr guter Aufbewahrungsort für so ein Lebensmittel ist eine Dose. Ja. Weil es wirklich 100% lichtblickdicht ist und sehr dicht auch. Ich würde auch sagen, da sollte nicht unbedingt was schief gehen, jetzt, dass das Fett ranzig wird, gehe ich nicht von aus. Wo man natürlich aufpassen muss, jetzt bei so einer Dose, wo was zum Sprühen mit drin ist. Das ist ein Fettrennspray. Ihr seht, ich habe das nicht einmal geschüttelt heute. Das sprüht einfach immer perfekt. Und das ist für Öl relativ außergewöhnlich, weil viele Spraydosen haben das Problem, dass ich nur so einen dünnen Strahl habe, dass das total versifft, dass das nicht funktioniert. Da haben wir eben extra darauf geachtet, dass es wirklich 600 ml sind, die perfekt zu sprühen sind. Aber deswegen ist natürlich da auch ein Gas enthalten. Das kommt nachher nicht auf Steak, aber das ist zum Sprühen da. Und das Gas unterm Grill, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, den Grill bei 400 Grad habe und ich habe das Spray direkt da drunter unter der Hitze, wäre ich vorsichtig. Wir wissen jetzt nicht, ob die Frage in Richtung Haltbarkeit geht oder in Richtung Brandgefahr. Dann knallt das. Genau, richtig. Da wäre ich bei unter, also im Schrank unten wirklich nah am Boden lagern, sage ich, alles cool. Würde ich sagen, ist kein Problem, aber ich würde es auf jeden Fall von den Hitzequellen hier erstmal im Sommer fernhalten. Okay, damit wir ein bisschen, auch weil das Steak zieht jetzt ja, wir müssen uns um das Tempura kümmern. Vielleicht könnt ihr hinter der Kamera gleich versuchen, ein Close-Up zu machen. Das Kabel reicht nicht ganz hier rum, aber vielleicht können wir so ein bisschen versuchen, hier drüber zu filmen, gucken, ob das ein schönes Bild wird. Ich fange an, das jetzt rein zu machen. Das Tempura ganz langsam rein dippen, eins nach dem anderen. Und nicht alles auf einmal, sondern legt das einzeln nach. Und parallel dazu kam, glaube ich, noch eine Frage rein. Oder ich fange schon mal an, rein zu machen. Und ich versuche, auf die Frage einzugehen. Was ist eure Lieblingsvorspeise auf dem Grill, weil die schnell gemacht ist? Schwierige Frage. Lieblingsvorspeise auf dem Grill, die schnell gemacht ist. Wir haben ja gerade zwei sehr geile Vorspeisen gehabt. Also Tartar würde ich so mit unter meine Top 3 packen. Man kann das Tartar natürlich auch Tartaki machen, wie die Japaner ihren Tumpfisch machen. Also komplett rohem Kern, einfach nur Röstaromen drumherum und dann hacken. Dann hast du in deinem Tartar halt Röstaromen noch mal mit drin. Dann haben wir halt, weil wir haben das Tartar ja ohne Grill gemacht. Dann könnte man noch den Grill mit ins Spiel bringen, wenn man so ein bisschen Showcooking machen will. Was ich bei Grillabenden mit Freunden einfach ganz oft mache, sind einfach geniale, selbstgemachte Dips und dazu richtig schön frisches, aufgebackenes Brot auf dem Grill. Das ist was, was total simpel ist, aber immer wieder halt geil ist. Also würde ich niemals beim Grillen vermissen wollen. Ah, kommst du rum? Das ist perfekt. Was wir auch schon im Chat hier hatten, die Mini-Burger von uns. Ja, das ist etwas, man hat ja auch nicht immer so die Zeit, großartig viel vorzubereiten, aber man will trotzdem lecker kochen. Und da sind die Mini-Burger, wenn man Gäste hat, eine sehr, sehr gute Sache. Und die kommen, egal ob jung oder alt, die kommen bei jedem gut an. Du hast halt eine Gewährleistung, dass du was hast, was allen gut schmeckt. Das stimmt. Ja, ansonsten fallen mir viele Spielereien ein, also von gemischten Salaten, die man anmischen kann fürs Grillen, die man dann schon vorab essen kann. Oder aber auch vielleicht im kleinen Dutch Oven ein paar Suppen oder sowas anreichen vorher. Da kann man alles Mögliche machen. Aber wäre vielleicht auch eine coole Idee, so irgendwie drei außergewöhnliche Vorspeisen vom Grill. Ich glaube, wir haben tatsächlich auf unserem YouTube-Kanal ein Video dazu. Genauso? Ich glaube, ja. Sowas wird sehr selten geklickt, tatsächlich. Ich glaube auch, es sind Videos, die nicht so viele aufmerkt, also so viele Aufrufe bekommen, aber ist egal. Ich mache auch solche Videos, die nicht so, viel Potenzial versprechen. Yes. So, ihr könnt euch, während das Tempura frittiert, schon mal so ein Crêpe hier vorbereiten und eine Schale, ein Teller, irgendetwas in der Richtung, da kann man das Tempura gleich reinheben. Ich habe zwischendurch jetzt auch den Gasbräne ausgemacht bei uns, weil das Öl auf Richtung 200 ging. Das soll natürlich nicht verqualmen, um so ein bisschen Temperatur da auch zu steuern. Jetzt wird sie die zwischendrin noch einmal so ein bisschen drehen, weil die stimmen ja in der Regel oben. Einmal so ein bisschen an, genau, so einen kleinen Flip. Dass die sich so ein bisschen drin bewegen und dann einfach bei der Färbung, wo ihr sagt, boah, das sieht schön goldgelb aus, rausholen und dann ist das auch fertig. Das Gemüse soll noch richtig schön knackig, bissig sein innen drin, aber halt von außen dann schön röstig. So, wir müssen aber uns um das Steak jetzt auch noch mal kümmern mit der Teriyaki-Glasur. Also das ist jetzt hier ja auch der letzte Gang. Wenn ihr so ein bisschen ins Schleudern kommt oder ins Trudeln, nehmt euch alle Zeit der Welt. Ihr müsst ja nach diesem Gang ... Haben wir einen Silikonpinsel eigentlich da? Hast du einen? Bestimmt 50 Stück hier irgendwo. Bestimmt 50 Stück. Ah, da vorne ist ein schwarzer. Also hier in der Firma 50 Stück, aber es ist genauso wie mit Grillzangen. Wir haben einen Silikonpinsel. Silikonpinsel im Idealfall, wenn ihr den nicht habt, könnt ihr auch mit einem Löffel so ein bisschen beträufeln und oder mit einem Marinadenhandschuh dann das Steak mit dieser Glasur einreiben. So, wir machen es aber mit einem Silikonpinsel und am besten einem kleinen Schälchen mit dabei. Ich nehme mir das hier und füllen jetzt die Glasur in die Schale rein. Ich gucke mal, ob ich mit einer hier auskomme. So eine schön flüssige, leicht klebrige Soße ist das. Aber Teriyaki-Soße sollte ja allen Begriff sein. Passt zu einem Steak wirklich auch als Soße hervorragend. Also mit einer meiner Lieblingssoßen generell so beim Essen und bei Steaks. Wirklich top. Ist der Ton eigentlich okay? Ich stehe die ganze Zeit da an dem Frittierpott und es blubbert wie es blau. Vor allem wir fragen jetzt den Ton nach zwei Stunden. Ist der Ton eigentlich okay? Ne, willst du nochmal anders machen? Okay, wir fangen nochmal neu an. Könntest du nochmal von vorne. Genau. Also man konnte es schlecht hören. So, legen wir die Steaks mal hier hin, dann kann man nochmal das nochmal sehen. Steaks sind bei uns jetzt tatsächlich auch schon fast fertig. Wir stehen hier wie so zwei DJs an so einem Mischpunkt. Das ist tatsächlich wie ich zu Hause mit Freunden grille auch immer so. Hier stehen immer so zwei, drei Leute am Grillen. Jeder macht was, jeder hat voll Bock. Aber das ist doch auch schön. Ich liebe das. Am liebsten morgens um 11 Uhr anfangen und immer Kleinigkeiten machen. Wichtig ist, das jetzt hier mit dem Einpinseln nicht über der offenen Flamme zu machen, sondern da, wo die Brenner wirklich aus sind. Und wenn ihr euch den Grill nicht ganz einsauen wollt, dann legt ihr von mir aus auch noch Rost rausnehmen und eine kleine Schale reinlegen und dann wieder drauflegen oder halt nachher dann die Fettschale einmal ausleeren und erneuern. Bist du so ein Mensch, der seinen Grill so auskleidet? Nö, gar nicht. Aber ich erwähne es in den Videos immer einmal mit dazu. So, wir machen jetzt mal einen Brenner hier nochmal an. Der ist an, genau. Und machen den auf niedrigste Stufe. Wichtig ist auch, wenn ihr das jetzt gemacht haben solltet, mit Brenner, die noch an sind oder beim Grillen selber, die Temperatur ein bisschen runterfahren. Wir haben eben schon drüber gesprochen, über Steaks, über Glasur, über Zucker. Zucker verbrennt einfach viel schneller bei einer viel niedrigeren Temperatur schon. Und deswegen wollen wir jetzt hier nicht mehr 300, 400 Grad haben, sondern etwas unter 200. Also so 150 reichen schon aus, weil es soll einfach nur so ein bisschen karamellisieren. Es soll so ein bisschen antrocknen. Ich übergebe wieder an David. Kurz von der Seite. Nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, alles gut. Ich wollte nur einmal, dass man es gesehen hat, dass man ein Bild davon hat. Also ich mache jetzt auch, dass ich die doppelt frittiere. Tempura ist ja auch etwas, das muss nicht so dunkel-gelb-orange werden, wie eine Bratkartoffel. Wenn wir das drehen, zeigt das durch einmal, wie das da blubbert. Und da sieht man, wie der Karamell entsteht. Oder wie das Karamell entsteht. Hier auch schon am Steak. Aber heißer sollte es nicht sein. Hier fängt es schon an, dass es so sehr braun wird. Noch nicht schwarz, aber schon sehr braun. Und es sollte auf gar keinen Fall dunkler werden. Ich habe noch ein bisschen was von der Soße über. Ich pinsel es noch ein zweites Mal ein. Und dann ist es fertig. Weil sonst wird nämlich auch das Steak zu durch. Wir sind schon relativ hoch von der Temperatur. So, kann ich mir das Brett hier klauen? Daniel ist da. Was es leider nicht gibt, ist, dass wir jetzt euch den Geruch auch übertragen können. Aber ihr könnt das vielleicht gleich auch zu Hause noch wahrnehmen. Was wir zu dem Zucker meinten. Deswegen die Temperatur so niedrig. Ich habe jetzt die Steaks runtergeholt. Weil es fing gerade langsam so an, so zu riechen, dass der Zucker anfängt, hier auf dem Rost schon zu verbrennen. Und dieser Geruch, wenn so verbrannter Zucker da ist, das ist das, was wir nicht am Steak haben wollen. Weil das schmeckt nachher nicht. Und hier jetzt einfach euren Grill, damit der gleich wieder sauber ist. Einmal kurz hochheizen. Deckel schließen. Das verbrennen lassen. Abbürsten. Sauber. So. Wir haben wirklich viel Tempura gemacht. Wir haben auch zwei gute Steaks. Wir haben auch zwei gute Steaks, ja. Ich nehme die Steaks. Ja, nächste Frage. Vielleicht eine doofe Frage, aber wird das Steak von vielen Wänden nicht trocken? Bitte? Wird das Steak von vielen Wänden nicht trocken? Tatsächlich eben nicht. Ist auch keine doofe Frage. Die Frage war, wird das Steak von vielen Wänden nicht trocken? Nein, ist keine doofe Frage. Und es gibt auch keine doofe Antworten. Also es gibt doofe Antworten darauf. Viele Leute antworten darauf, nämlich nicht so reflektiert. Ich habe tatsächlich als junger Kerl am Grill gelernt, man darf das Fleisch nur einmal wenden. Ja, genau. Und ich glaube, ganz viele haben diese... Ja. Ich habe es auch von meinem Vater beigebracht bekommen. Und als ich dann selber das auch gelernt habe, dass das nicht so sein muss und dann auch langsam irgendwann mal eine Qualifikation hatte, als Ernährungswissenschaftler, um ihm sagen zu können, dass das nicht so ist, musste er dann lange drüber nachdenken, ob das tatsächlich so ist. Und ich musste ihm einige Steaks grillen, bis er gesagt hat, okay, gut, Jung, du hast recht. Das stimmt. Man muss das Steak nicht nur einmal wenden. Man darf es so aufdrehen, wie man will. Physikalisch kann man es auch simpel erklären. Er hat mir das so erklärt, Temperatur steigt immer nach oben. Und wenn ich es nur einmal wende, dann habe ich das Steak schneller durch und dann ist es am Ende saftiger. Aber ich will ja in diesen zwei Phasen, wo ich ein Steak grille, einmal viel Hitze für die Röstaromen außen und einmal eine moderate Hitze für ein gleichmäßiges Garergebnis hin. Das heißt, die Temperatur im Steak soll sich gleichmäßig verteilen. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt nachher gesagt haben, das Steak ruht noch ein bisschen, damit sich dieser Temperaturausgleich im Steak dann nochmal stattfinden kann. Und wenn ich das Steak jetzt ganz oft drehe, wenn ich es flippe, dann habe ich eine hohe Hitze von einer Seite, aber nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Diese Hitze kann also nicht tief ins Fleisch vordringen, was dafür sorgt, dass ich nicht so einen großen grauen Bratenrand habe. Und das ist ja das, was wir beim Steak nicht wollen. Je kürzer und heißer ich ein Steak angrille für die Röstaromen, desto besser ist es für das Steak. Und wenn ich halt hohe Hitze habe, drehe ich es öfter, dann habe ich diese hohe Hitze immer nur kurz von einer Seite wirken. Das so als Kurzerklärung dazu. Also ja, wenden, wenden, wenden. Nächste Frage. Ist es eine besondere Teriyaki-Soße oder gibt es die auch bei Grillguts? Bei Grillguts gibt es genau diese Teriyaki-Soße nicht. Die ist hier selbst gemacht, hier bei Adventure. Aber besonders, ja, sie ist besonders gut, weil sie selbst gemacht ist. Aber Teriyaki-Soße an sich, da könnt ihr eine sehr gute Teriyaki-Soße kaufen. Könnt auch bei Grillguts vorbeikommen oder online shoppen. Funktioniert natürlich. So, ich habe jetzt einen Schwung von dem Tempura-Gemüse durchfrittiert. Lass das jetzt hier nochmal kurz ruhen, weil das Gemüse ist ja heiß. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, aber nochmal gesagt, doppelt hält besser. Es schwitzt jetzt ein bisschen Feuchtigkeit von innen nach außen in die Panade aus, wenn es jetzt hier nachruht, und durchweicht die Panade von innen nochmal nach. Man merkt das jetzt nach zwei, drei, vier, fünf Minuten wird das ein bisschen latschig. Die Panade wird ein bisschen weicher wieder. Und dann bekommt das Tempura-Gemüse den zweiten Frittiergang auf den Kopf. Bam! Und dann wird es richtig super ultra kross. Das Fleisch ruht jetzt hier. Der zweite Frittiergang wird auch nur ganz kurz wirklich noch einmal nachrösten. Und dann sind wir gleich ready to serve. Würde ich auch gleich dann direkt anrichten wollen. Ja. Weil das Steak wird jetzt immer noch kälter. Ja, ja, ja. Genau. Ich mache auch jetzt, also wenn ihr die Zeit habt und zu Hause vom Zeitlang so seid, dass ihr zweiten Frittiergang machen wollt und noch zwei, drei, vier Minuten warten könnt, macht das. Ich mache es jetzt aufgrund des Steaks sofort und frittiere das nochmal nach. Und man merkt jetzt auch schon, nimm mal in die Hand. Ja. Also außen ist es noch so leicht, ich sage mal hart, aber es ist innen wieder weich geworden und jetzt nochmal anknuspern, dann wird es auch außen richtig schön knuspern. Und man sieht auch so ein bisschen, wie es dampft, dass wirklich das heiße Wasser da rauskommt. Das Steak dampft auch noch. Das ist doch zumindest schon mal gut. Genau. Ich gucke mal eben, dass wir nichts vergessen. Den Knoblauch haben wir ja noch. Genau. Genau. Zweieinhalb Stunden haben wir schon. Wir haben gesagt, zwei bis drei Stunden. Ja. Da haben wir ja unser Wort gehalten. Genau. Kriegen wir noch hin. Hunde ich schon mal einen Teller? Haben wir noch Teller hier? Teller habe ich da ganz viel hingestellt. Perfekt. Die Teller von uns sind natürlich jetzt relativ kühl und wenn es eine Sache gibt, die ich hasse, sind es kalte Teller. Ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, haltet die Teller warm, macht die irgendwie vorher warm. Einmal in den Backofen, niedrige Temperatur, genau. Und dann, wenn ihr Gäste habt, stellt ihnen keine, keine kalten Teller hin, weil das Steak ist ja auch jetzt nicht so, Steaks sind ja per se bei einer Temperatur gemacht, die eher etwas geringer ist und kühlen dementsprechend natürlich schneller aus und Steak gehört einfach auf einen richtig schönen, heißen Teller. Das ist auch der Grund, warum ich zu Hause so oft von einem Brett esse, weil so wie jetzt hier, du legst es ja zum Nachruhen auf das Brett. Das kommt ja heiß vom Grill. Und da, wo das Steak liegt, ist ja das Brett warm. Das Temperatur, ja. Genau. Es gibt gar keinen Grund, das Steak nachher auf den Teller zu legen, allein auch schon für die Messer, ja, weil für ein Messer jetzt auf dem Teller das Steak zu schneiden, auf gar keinen Fall. und ich würde niemals und ich würde niemals ein Brotschmiermesser nehmen, um mir jetzt mein Steak zu schneiden. Ach, da habe ich mal den Steak hin, sorry. Wir machen das einfach anders. Wir lassen das hier, wir lassen das jetzt einfach hier liegen auf dem Brett. Kerntemperatur ist mit Sicherheit jetzt schon wieder ein bisschen gesunken. Wir hatten es eben schon gesagt zur Kerntemperatur. Ich kann mal eben gucken. Wir haben jetzt hier noch bei dem Steak 54 Grad. Ja, das war jetzt, genau, war jetzt gerade beim Angrillen ist es leicht höher gegangen. Also wir gucken jetzt gleich mal beim Anschnitt. Ihr seht ja jetzt live, wir können nichts vertuschen, aber es wird mit Sicherheit innen drin noch schön rosa sein, aber es ist ein paar Grad höher, als wir es anfänglich geplant hatten. Kommt vor, aber wir haben eben schon gesagt, ist bei diesem Steak gar nicht so schlimm. Welche Temperatur hatten wir? Das habe ich nicht messen wollen. Nein, aber wir waren unter 60 Grad. Aber auch 60 ist bei dem noch, also habt da keine Angst, das Chiamiso verschmerzt sehr viel. Und es ist wirklich auch, wenn man sagt, ich esse gerne Steaks bei einer höheren Temperatur, weil ich es nicht so blutig mag. Soll ich mal anschneiden für die Kamera? Machen wir so einen Mittelschnitt. Legen wir die Steaks übereinander. Wollen wir mit der Kamera einmal close up ran? Ist drauf mit der? Ach, die da? Ne, die. Ah, okay. Wunderbar. Das liegt auch nicht im Weg. Dann schneiden wir einmal hier durch. Herrlich, oder? Sag mal. Hey, perfekt. Das ist doch super. Und guckt mal, wie das saftet. Habt ihr es noch auf close up? Das tropft wie ein Kieslaster. Ja. So muss es sein. Ja, auch hier die andere Seite zum Beweis. So soll ein Steak aussehen. Ja, ne? Guck mal. Und wir haben leider nur zwei Steaks. Ihr kriegt also nichts. Nein, Spaß. So, dann richten wir an. Yes. Wir machen jetzt auch einfach, ich würde es komplett in Tranchen aufschneiden. Jetzt das Rib Eye hier für das, was wir machen. Finde ich gut. Asia-Style. Genau. Willst du erst das Gemüse, dann die Tranchen drauf oder möchtest du alles nebeneinander anrichten? Ich würde es dir wieder überlassen. Nebeneinander, weil wenn wir jetzt das Fleisch auf die Tempura legen, dann kannst du ein bisschen ins Tempura rein. Und wir haben ja auch noch den Knoblauch, den wir gleich noch als Topping mit drauf machen. Und ich sage dir ja gerade Asia-Style. Asia-Style ist halt immer, dass man das in Tranchen respektive in so kleine mundgerechte Stücke schneidet, weil es wird immer so geschnitten, dass du es alles mit Stäbchen essen kannst. Willst du auch? Nein. Nimm. Nimm. Ich glaube, zu Hause machen jetzt alle das Gleiche. Ja. Leute, genau dafür ist dieser Stream gedacht. Probiert. Ist das weich, ne? Ist das weich. Der ganze Tag hat sich gelohnt. Livestream ist zu Ende. Wir gehen nach Hause. Oh, sehr schön. Sehr schön. Riechen wir an. Das ist das, was ich sagte mit dem Shio Miso. Wenn das jetzt Dry-Aged wäre, das würde zu fest werden. Also wenn du bei Dry-Aged Richtung 60 gehst, bei Dry-Aged was echtes Dry-Aged was wirklich sexy. Hier ist leider was runtergefallen. Ja, leider. Mir fällt auch ständig was in den Mund. Aber das ist einfach butterweich, ne? Ist einfach fantastisch. So, wir müssen anrichten, die hinter der Kamera schmachten. Wir müssen. Ja, wir müssen. Das ist einfach jeder Würfel. Und ihr seht auch, was ich meinte mit dem Bratenrand. Können wir einfach nochmal ein Close-Up machen. Bei der kleinen Kamera. Neben Kamera, Close-Up. Wir haben einfach 0,0 Bratenrand. Film mal hier drauf. Und das, obwohl wir das Steak so oft gewendet haben. Also der Bratenrand ist wirklich nicht existent, wenn man das auf der Kamera sieht. Auch hier, guck mal auf das, was hier alles auf der Platte liegt. Kannst du von oben so ein bisschen Vogelperspektive reinnehmen. Das hier ist wunderbar, ne? Geiler Geruch. Also dieser Fleischgeruch, Steak mit dem, mit dem, mit der Glasur jetzt hier mit der Glaze. Also das ist kein Fleischsaft, was hier ist. Du siehst es, das ist halt dieses sticky Glaze, die hier auf dem Brett ist. Traum. Weißt du was? Das ist zu schade jetzt, um das auf die kalten Teller zu legen. Wir lassen das. Ja, wir müssen aber einen Teller müssen wir schön anrichten. Einen Teller machen wir. Oder wir machen zwei für die anderen beiden, weil die kommen wahrscheinlich nicht vor die Kamera, sind ja scheu hier. Aber zwei Teller riechen wir an, dann haben wir was Schönes fürs Auge und sind nicht so egoistisch. Geiler. Gut. Bisschen Gemüse drauf. Wer da Bock drauf hat, ich meine, das ist jetzt halt vom Pairing her, wäre es Fusion Food, Trüffel Mayo. Trüffel und Asia Aromen kann tatsächlich auch gut zusammenpassen. Aber das Trüffel, oder auch die Trüffel Mayo, dieser Trüffel Geschmack ist ja etwas, wo 99,9% der Leute sagen, mega geil. Finde ich total cool. Und 1% der Leute sagt dann vielleicht, oder 0,1%. Trüffel ist gar nicht meins. Wir haben noch den Knoblauch, das sollten wir auch auf jeden Fall machen. Dieses Knoblauch ist natürlich auch aus der japanischen Küche. Ja, absolut. Das finde ich auch sehr gut. Den dehydrierten und gerösteten Knoblauch. Ihr könnt den Knoblauch als ganze Flakes, so wie ich das jetzt hier habe, und ihr ja auch alle, drüber machen. Ihr könnt aber auch den so uncrunchen, mit der Hand so, wie so ein grobes Salz. Und den so ein bisschen gröseliger drüber machen. Apropos grobes Salz. Euch ist aufgefallen, wir haben hier noch kein Gewürz rangegeben. Wir haben diese Teriyaki Soße dran gehabt, aber ansonsten nichts. Und es ist so einfach schon ein Traum. Ich würde auch nichts anderes mehr dran machen wollen. Wenn man jetzt Pfefferliebhaber ist, könnte man noch ein bisschen Pfeffer dran machen. Aber ansonsten braucht dieses Steak für mich gar nichts. Ja, sehr schön. Knoblauch ist drauf. Ansonsten, wir können hier noch ein bisschen Alibi Grün dran machen. Alibi Grün. Genau. Ich würde sagen, wir machen noch mal zwei schöne kleine Abschlussbilder vor dem Teller. Hermann, kannst du uns die noch einmal einfangen? Wir müssen auch das Gemüse für die Leute mal probieren. Ja. Ein Foto, ja. Für diejenigen, die die Box jetzt nicht haben, einfach mal noch mal ein paar schöne Bilder einfangen. Und dann und dann sind wir im Finale. Ihr könnt natürlich auch hier, wenn ihr von der Teriyaki Glaze noch was habt, das geht natürlich auch. Also, man kann es, wenn euch das schmeckt, macht es auch gerne so. Das geht auch. Da hört man den Crunch. Mega. Doppelt frittieren. Tolle Beilage zum Steak, finde ich. Steak ist so weich und so soft. Dann hat man noch dieses Crunch hier. Coole Beilage. Absolut. Wenn ihr noch Teriyaki Soße habt, macht euch das aufs Gemüse drauf. Fantastisch. Ja. So, den restlichen Stream beantworte ich Fragen und esse Steak. Den restlichen Stream beantworte ich keine Fragen. Es wird nur Steak. Verstehe ich gar nicht. Soll ich den, die Teller mal rüberbringen? Ja, genau. Machen wir uns hier mal zwei schöne Portionen. Ja. Wunderschön. So, bitteschön, das ist für euch. Ich bringe euch noch ein Gebelchen. Wo ist das Frühlingsfest? Das Frühlingsfest am 22.04. ist Buchholzstraße 105 5146 Neuenberger Schlattbach. Verlinke ich euch unten. Findet ihr auf Facebook. Findet ihr bei den YouTube-Videos immer jetzt wieder eingeblendet, wenn ihr YouTube-Videos seht bis dahin. Ach, wird auch jetzt eingeblendet. Mega. Mega. Richtig professionell hier. Erster Livestream und direkt so professionell. Also wirklich auch das erste Mal, dass ich so einen Livestream hier gemacht habe. Für dich das zweite Mal? Das zweite Mal, ja. Aber du bist auch viel erfahrener vor der Kamera natürlich als ich. Vor der Kamera, aber nicht live. Also ich habe auch jetzt, ich muss mir das später wahrscheinlich irgendwann nochmal angucken und gucken, was ich von mir gegeben habe. Aber vielleicht das wäre mal cool. Schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr so für einen Livestream? Ich weiß nicht, ob ihr Livestream erfahren seid, ob ihr da schon was geguckt habt immer wieder, ob das für euch der erste Livestream war. Was ist so eure Grundeinschätzung? Alles, was ihr wollt, schreibt das gerne mal irgendwie jetzt als Feedback rein. War geil. Was war nicht so geil? Was war vielleicht sehr geil? Ja, einfach mal reinschreiben und dann können wir jetzt gemeinsam hier genüsslich das Essen. Möchte auch, vielen Dank. Möchte auch ein bisschen Teriyaki-Soße drauf haben. Unbedingt. Wir haben ja noch so einen Beutel mehr. Genau. Ich esse tatsächlich auch sehr, sehr gerne mit Stäbchen. Ja, ich auch. Aber das liegt auch daran, dass ich halt so ein Sushi-Fan bin. Livestream war super, gerne samstäglich. Danke, ja. Livestream war super, war das, falls man es nicht gehört hat. Livestream war super, gerne täglich. Okay. Oder samstäglich. Werden wir nicht unbedingt hinkriegen, aber dann müssen wir es vielleicht nochmal wiederholen. Außer jetzt schreiben 100 Leute, nee, war gar nicht gut. Hinter der Kamera wird gelacht. Bin gespannt aufs Fazit. Oje, ihr seid zwei gemein. Ihr zwei hinter der Kamera bekommt ihr kleines Schreiben von dem Fleisch und ihr haut euch den Rest rein. Wenn man das jetzt nicht so betont hätte, wären wir eigentlich ziemlich großzügig gewesen, dass wir überhaupt was abgeben hier. Also, nein. Ihr könnt gleich noch was haben, wenn ihr fertig seid. Von ihm, nicht von mir. Sehr positives Feedback. Das ist cool. Schöne positives Feedback, das ist schön, hört man gerne. Ich hätte Musik im Hintergrund, wünsche ich jemanden. Okay. Könnte man überlegen. Kriegen wir hin, sagt er. Auf jeden Fall wiederholen. Alle zwei bis drei Monate wären geil. Alle zwei bis drei Monate, ja. Gerne live probieren, wäre super. Ja, darf ich. So ein Live-Event mit Publikum so im Hintergrund. Dann könnten wir so rausgeben. Das wäre was, oder? Das würde ich cool finden. Ja. Man könnte das ja so machen. Man könnte das ja so machen. Man macht so eine Kochbox, aber dann mit Live-Publikum und die Plätze für das Live-Publikum verlost man. Ja, das könnte man machen. Ich will es um Gottes Willen jetzt, ne? Nicht im Steinmeiß und so, aber ich finde die Idee gerade cool. Weil, ich finde es einfach toll, so miteinander zu interagieren. Mhm. Und das ist ein tolles Gefühl. Weißt du, was für mich das geilste Gefühl ist? Heiligabend. Weil ich weiß, Heiligabend, Heiligabend ist so ein Moment, wo ich weiß, deutschlandweit, von Nord bis Süd, sitzen so viele Menschen, die sich extra für Heiligabend Fleisch bestellt haben und alle essen gleichzeitig, meistens ja irgendwie so um 18, 19 Uhr, das Fleisch und sitzen zu Hause und wir bekommen so ein Feedback immer auf Weihnachten, wir bekommen so viele Bilder, Mail, Insta, überall. Das ist so cool. Ja, dieses Feedback generell so zu bekommen, kann ich jetzt auch mal so für alle, die zuschauen, sagen, das ist das, was von allem am meisten beflügelt und motiviert, weiterzumachen. Ja. Also, das ist vielleicht auch bei manchen Influencern, teilweise geht das in eine ungesunde Richtung, dass man sich davon so angetrieben fühlt, aber positives Feedback, ist egal, wer was anderes sagt, ist mehr wert als jeder Euro, der irgendwie bei irgendwas bei rumkommt, weil dieses Feedback ist immer das, wo ich sage, ich will es noch geiler machen, ich möchte es noch besser machen und da ist dann egal, ob dieses noch geiler, noch besser mehr finanziellen Vorteil bringt, sondern es soll einfach noch geiler sein für die Leute, die es so geil finden. Ja. Ja. Aber jetzt gerade bin ich egoistisch und esse das Steak, ohne dass die Leute das nachempfinden können, für die, die keine Box haben, aber beim nächsten Mal. Ich habe schon so unfassbar viele Steaks in meinem Leben gegessen. Das ist so erstaunlich, dass einer das immer wieder packt. Warum ist das so? Also Steak ist auch etwas, vielleicht ist es auch etwas, wobei wir, glaube ich, auch schon sehr viel essen. Ich glaube, du isst vielleicht sogar noch mehr Steaks als ich. Es ist ja trotzdem nicht etwas, wo ich sage, okay, ich esse jeden Tag Unmengen davon, wie jetzt, keine Ahnung, Leute halt anfangen, Chips zu essen und dann, keine Ahnung, tütenweise Chips jeden Abend eine ganze Tüte Chips essen. Könnte ich auch nicht. Aber, weiß ich nicht, Steak ist einfach, auf der anderen Seite ist es ja auch mit Fleisch so. Also, ich bin Mischköstler, ich werde also wahrscheinlich auch den Rest meines Lebens weiterhin Fleisch essen. Zumindest aktuell sieht es nicht danach aus, als würde ich es mal unterlassen. Aber es wird ja generell nicht langweilig, Fleisch zu essen. Und Steak ist so, weiß ich nicht, der König unter den Fleischgerichten. Ich glaube, richtig gutes Steak wird auch das Letzte sein, was du irgendwie mal komisch in einem Reagenzglas nachmachen können wirst. Richtig gutes Steak auf jeden Fall, weil da muss so viel stimmen von der Faser, der Muskelfaser her, die exakte Verteilung vom Fettgewebe da drin und auch von dem Geschmack innerhalb der Muskelfaser und der Geschmack vom Fett. Und das jetzt nachzumachen, das wird auch schwierig. Wobei ich glaube, wir könnten es bald hinkriegen, gutes Fleisch auch im Labor herstellen zu lassen, was tatsächlich auch vernünftig ist. Wo viele wahrscheinlich jetzt gerade aufschreien werden, oh nee, Laborfleisch, künstlich hergestellt. Aber das kann man schon ernährungswissenschaftlich ziemlich gut machen. Und du als Lebensmitteltechniker wirst da wahrscheinlich auch sagen können, wie? Ich kann aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sagen, das ist für den Körper nichts anderes, als wenn ich jetzt ein normales Steak essen würde. Fleisch. Fleisch, ja genau, nicht Steak. Diese Euphorie, die du wahrnimmst bei einem, bei so einem Erlebnis, das ist mehr als einfach nur Essen. Du hast dieses Glücksgefühl durch den Geschmack und das Erlebnis und dieses Glücksgefühl, das, klar, ernährungsphysiologisch, tierisches Eiweiß rein, Körper verstoffwechselt das. Aber dieses Ganze, was im Kopf passiert, ne? Wenn du das geschmacklich genauso hinkriegst, könnte es auch irgendwann dasselbe sein. Aber das dauert, glaube ich, wirklich noch sehr, sehr lange. Guck, wir machen genau das. Wir essen Steak zu Ende, während der Livestream läuft. Gibt es noch Fragen oder sowas, was rein kommt? Wenn ihr beide hinter der Kamera euch wirklich so fühlen solltet, dass ihr noch mehr wollt, wir haben tonnenweise hier. Also wir werden nicht verhungern. Das war das Angebot, dass wir das alles mitnehmen können gleich. Das wäre ich eine Seite mit dem LKW vorgekommen. Genau. Sehr schön. Also, wenn es noch Fragen gibt zum Abschluss, gerne her damit. Jetzt gerade stehe ich gerne live parat. In drei Minuten haben wir auch die drei Stunden. In drei Minuten haben wir drei Stunden voll. Sollen wir drei Stunden glatt machen? Punkt Landung. Machen wir mal Punkt Landung draus, ne? Gut. Drei Minuten jetzt noch lustige Musik. Karnevalsmusik war gewünscht. Ja, dann haben wir, wir haben ja jetzt nur 200 Zuschauer die ganze Zeit gehabt, nur in Anführungszeichen. Karnevalsmusik, dann hätten wir wahrscheinlich nur noch 20 Leute da, die dann auch sehr gerne, aber die anderen hätten wir verprellt. Ja, wie ist es denn jetzt so regional tatsächlich? Also, wer, wer aus NRW kommt, schreibt mal eine Eins in den Chat und wer woanders, oder wer woanders herkommt, schreibt mal eine Zwei in den Chat. Ne, warte, wir machen es noch anders. Ich glaube, das ist noch cooler. Ja. Eure Postleitzahl, die erste Zahl. Ah, das ist auch geil. Ja, schreibt eure Postleitzahl, die erste Zahl der Postleitzahl. Also eine 5 oder eine 6 oder eine 1. Sind noch die 1er und 2er? Also wir hören gerade zu, wie hier 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 1, 2, 3. Also alles mit dabei. Okay. 3, 4 und 5. Ja, also NRW ist auch viel mit dabei. Das ist so. Ist ja auch eine bevölkerungsstarke Region. Ja, das stimmt. Können wir jetzt mal analytisch auswerten, aber machen wir nächstes Mal. Traumhaft. Aber das machen wir vielleicht am 22.04. Da hatte ich geplant, so eine große Pinnwand zu haben mit einer Deutschlandkarte, Österreich, Schweiz, Holland, Belgien. Und dann kann jeder, wo er herkommt, sich da anpinnen, wo er herkommt. Und dann haben wir nachher eine Karte aus den Regionen, wo die Leute tatsächlich angereist sind. Und vielleicht kriegt auch derjenige, der von der weitesten Entfernung her kommt, nachher vielleicht irgendeinen Preis überreicht. Mal schauen. Ich wette, irgendjemand kommt aus whatever, Neuseeland, Australien oder so. Meinst du? Garantiert. Also ich habe jetzt, als wir am 1.10. Grillguts übernommen haben, kamen wirklich die ersten Wochenenden Leute aus Holland, aus Belgien. Und zwar nicht vereinzelt, sondern wirklich, wir hatten irgendwie jedes Wochenende jemanden aus Holland und aus Belgien da. Die Leute kommen aus Stuttgart hochgefahren. Einer ist um seinen Grill zu kaufen, aus Berlin zu uns rübergefahren mit seinem Transporter. Der Transporter ist ihm unterwegs verreckt, ist mit dem Mietwagen weitergefahren zu uns, um seinen Grill zu holen und am selben Tag wieder zurück. Falls du das sehen solltest, ganz liebe Grüße an dich. Mega, hat mich sehr gefreut. Und falls du es am 22.04. schaffen sollst, aus Berlin, ich würde mich sehr freuen. Aber das sind wirklich Storys auch heute, gestern. Letztendlich, jeden zweiten Tag erleben wir das, dass die Leute von keiner Ahnung woher kommen, vier Stunden teilweise mit der Familie angereist kommen, morgens um 5 Uhr sich ins Auto gesetzt haben, dann bei uns sind und dann, weiß ich nicht, eine Grillbürste kaufen, ein Foto machen, sich den Laden angucken und dann wieder weiterziehen. Es war noch eine Frage. Wie lange halten die Adventure Steaks im Tiefkühler ohne Qualitätsverlust? Wie lange halten die Adventure Steaks im Tiefkühler ohne Qualitätsverlust? Das finde ich eine ganz, ganz tolle Frage. Weil du jetzt punkten kannst. Denn wir legen unser MHD, unser Mindesthaltbarkeitsdatum, nicht fest an, wann ist es wirklich abgelaufen, sondern wie lange halten wir 90 oder 95 Prozent, muss man sagen, der Qualität? Wir haben schon Rückstellproben gehabt, die waren vier Jahre alt, konstant bei minus 18 gelagert, sensorisch, top, einwandfrei. Also unsere MHDs bei unseren Produkten sind, der eine oder andere macht gleich denken, dass es ein bisschen lang ist, aber wir haben unzählige Jahre Erfahrung jetzt gesammelt. Wo wir das genau einjustieren und wir reizen natürlich nicht das Limit aus, sondern wir gehen da eher nochmal so ein bisschen zurück. Und normalerweise sind die Steaks angeliefert werden, das sind schockgefrorene Steaks. Also die werden schockgefroren bei uns, bei minus 20 Grad gelagert. Tiefgekühlt verschickt, kommen auch tiefgekühlt an, die tauen nicht an oder auf oder sowas, die kommen wirklich tiefgekühlt an. Und ihr könnt die tiefgekühlt gleich weiter bei euch in die Gefriertruhe legen und wenn ihr Bock habt auf ein geiles Steak, einfach raus aus der Gefriertruhe und... Wir müssen Schluss machen, die Punktlandung ist vorbei. Erlebnis haben wir. Ich glaube, da sind wir schon lange. Sind wir schon lange. Ja, okay. Ja, also... Dann? Die Steaks halten auch zu Hause noch lange, lange genug und ohne Qualitätsverlust. Aber auf jedem Etikett ist ein Datum drauf, alle einzeln etikettiert. Ja, also... Ich fand, es war ein mega schöner Abend, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es war gutes Essen. Wir haben noch eine Frage. Okay, ganz schnell. Wie sieht es aus mit Parkplätzen am 22.04.? Wie sieht es aus mit Parkplätzen am 22.04.? Okay, zum 22.04. Parkplätze en masse. Das ist ein Gewerbegebiet. Wir haben quasi eine große Sackkasse des Gewerbegebietes. Auf der einen Seite ist unser Laden, unsere Grillschule, unser Eventbereich und auf der anderen Seite ist unser Lager. Und alles dazwischen gehört noch zu uns mit dazu. Das heißt, da wird das alles stattfinden. Insgesamt knapp 2000 Quadratmeter Fläche. Und davor sind überall Möglichkeiten zu parken. Da das ein Samstag ist und Gewerbegebiet, sind die alle nicht da. Ihr könnt euch also einfach hinstellen. Ist in Ordnung. Wird geduldet. Und oben gibt es einen Supermarkt. Bedeutet auch der hat Parkplätze. Auch dort könnt ihr euch hinstellen. Wird geduldet. Und ansonsten gibt es ganz viele Straßen in dem Gewerbegebiet, wo ihr euch überall hinstellen könnt. Wird geduldet. Ist kein Problem. Auch zum Thema Wetter. Ganz wichtig. Wenn es regnen sollte, haben wir 1000 Quadratmeter überdacht. Heißt, selbst wenn das Wetter nicht so geil wird, können wir uns alle drinnen aufhalten. Trotzdem draußen auf Buden, auf Überdachungen. Überall sind Zelte und so weiter. Es wird trotzdem ein phänomenales Event. Und deswegen, auch wenn es regnen sollte, auf jeden Fall vorbeikommen. Ist dir aufgefallen, dass als ich erzählt habe, dass ich auch da sein werde, ganz viele Fragen kamen. Zu dem Event. Also eigentlich ist es nicht mehr mein Event, es ist sein Event. Kommt unbedingt. Der Adventure ist da. Adventure und noch ganz viel mehr. Also es wird auch bis dahin, das Rahmenprogramm steht schon als Rahmen. Und es füllt sich und füllt sich. Wir haben so viel. Eigentlich hätten, oder wir hätten so viel machen wollen, was gar nicht in einen Tag passt. Also wir müssen nächstes Jahr wahrscheinlich gucken, dass wir drei, vier, fünf Events im Jahr machen. Aber das Event solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Es wird dort auch ein paar unserer Projekte revealed werden. Auch das. Also es wird phänomenal. Sollte man nicht verpassen. Und jetzt sage ich, habt einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Und vielleicht machen wir es nochmal und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Schönen Abend euch. Vielen Dank an euch, an die Leute hinter der Kamera. Und was ich unbedingt nochmal sagen muss, ich will es jetzt nicht zu weit ausreizen, aber vielen Dank nochmal an das ganze Team von uns. Die haben einen phänomenalen Job geleistet, diese Box zu konzipieren, das alles umzusetzen, auch technisch das alles zu lösen und logistisch eine riesen Herausforderung. Wir haben ein richtig tolles Team. Vielen Dank nochmal an alle. Und jetzt haben wir glaube ich alles gesagt. Jetzt haben wir alles gesagt. So. Ciao. Tschüss.